Jetzt fangen wir an, jetzt kann uns die ganze Welt hören. Dutzende Zuschauer weltweit sind am Start. Hallo und herzlich willkommen, sowohl im Saal jetzt als auch im Ferninternet. Mein Name ist Jan Gustafsson, wir sitzen falschrum und das da drüben ist Robert Rabiga. Wir sind live hier vom zentralen Bundesliga-Wochenende aus Berlin, der Hauptstadt. Und es gibt einiges an Spitzenschach, Robert. Du hast eben schon erzählt, du großer Kamski-Fan, deine Generation. Du willst hier Deizisau gegen Baden-Baden, das Top-Match des Tages. Das ist das Top-Match und ich bin ein echter Kamski-Fan. Einer der größten Kämpfer zu meiner damaligen Zeit. Viele Skandale, Vater im Hintergrund, da gibt es ja nun unglaublich viele Geschichten. Aber rein von der Konstellation jetzt auch, wie Deizisau diesen Kampf aufgestellt hat. Sie haben alles rangefangen, glaube ich, was sie ranfangen konnten. Und das ist ein absoluter Spitzenkampf, wo natürlich Baden-Baden immer noch deutlich favorisiert ist. Aber das werden sie nicht im Schongang schaffen. Baden-Baden auch recht kräftig aufgestellt. Ich muss nicht mal kokettieren, ich wusste es tatsächlich nicht. Es war so große Geheimhaltungslevel, dass selbst wir Ersatzspieler nicht informiert wurden, wer spielt. Aber ich habe gesehen, Caruana ist da, Vashila Graf. Dann Arnand Aronjan, glaube ich, Brett drei und vier. Fünf Swidler. Dann fünf Swidler. Und dahinter wird es, wen haben wir noch? Wojtaschek, Brett sechs. Vallejo und Bakro, sowas. Also ziemlich mächtige Truppe. Wird ernst genommen der Krenke-Konkurrent von Deizisau, die ja auch Krenke im Rücken haben. Na gut, ich meine, ich finde es jetzt auch wirklich toll. Alle Zuschauer, die jetzt hier sind, die wissen das auch vielleicht ein bisschen zu schätzen. Das ist ein Top-Event, was hier in Berlin aufgestellt worden ist unter der Federführung von Schachfreunde Berlin und Rainer Poitzin. Das ist hier High Class. Wir haben alle Ebenen, ob wir Vorträge halten, das live kommentieren, die Partien sehen, Blitzturniere, Blitzturnier als auserkauft. Jugendschnellschachturnier als auserkauft. Ambiente ist fantastisch. Also ich als Ex-Profi, wenn ich jetzt nicht kommentieren würde, würde ich mich ja auch irgendwo gnösslich hinsetzen und mir mehrere Vorträge anhalten und natürlich auch Kommentare zuhören. Also es ist ein Top-Event und Bahn-Bahn hat ja auch, glaube ich, diesen Top-Event unabhängig davon, dass Sie jetzt immer Deutscher Meister werden wollen. Das ist klar. Aber tragen Sie diesen Top-Event auch Rechnung, indem Sie wirklich versuchen, stark und attraktiv aufzustellen an diesem Wochenende. Ja, steigen wir in die Partien ein, würde ich sagen. Willst du hier direkt zu Kamski Wascheler-Graf. Wascheler-Graf mit den weißen Steinen. Ich muss erst mal gucken, wie man das hier bedient. Auch ein bisschen Oldschool, dieses, wie nennt sich das, Kahn-Variante. Ich komme mal mit den Namen durcheinander, Paulsen, E6, A6. Na gut, das ist auf jeden Fall ein Sitzianer, Kamski. Ich weiß jetzt persönlich nicht, wie aktiv der jetzt ist in Amerika. Also ob er jetzt ein Profispieler ist oder ob er noch andere Sachen macht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, in welcher Weltranglistenposition er sich ungefähr bewegt. Aber er wird jetzt nicht so theoretisch so versiert sein, wie die ersten 10er Weltrangliste. Das ist unwahrscheinlich. Ich bin auch nicht völlig auf dem Laufenden. Ab und zu liest man, was das Kamski seine Schachkarriere beendet oder beendet hat. Oder sie mit, ich weiß nicht, 43 beenden will oder irgendwas. Aber ab und zu taucht er dann doch wieder auf. Aber ich glaube, so aktiv ist er nicht. Wie dem auch sei. Weil das hier ist nicht die absolute Hauptvariante auf Top-Niveau, aber eine Variante, die als Spielber gilt. Die meisten Weißen nehmen, glaube ich, hier weg heutzutage und spielen Läufer D3. Aber Maxim will Figuren auf dem Brett behalten. Der Franzose, ich glaube, wo ist er nochmal? Fünfter Welt, Nummer 6, irgendwie sowas? Irgendwie sowas, ja. Läufer E3, Sprenger F6, Läufer D3. Jetzt muss Kamski sich entscheiden, wie er sich hinstellen will. Damit C7 sieht logisch aus. Man kann auch so D6, Läufer E7 spielen. Ich weiß nicht, ob es verrücktere Versuche gibt wie Springer E5. Aber es sieht ein bisschen too much aus. Ja gut, man sieht ja einen Zeitverbrauch, das ist ja auch mal ein wichtigeres Indiz, dass jetzt Vashila Graf, also was ja anscheinend auch der Fall ist, worüber wir uns ja vorhin unterhalten haben, ist ja, dass die Top-Leute, also wie zum Beispiel, ich habe letztes Mal beobachtet, wie Magnus Carlsen im Internet ein Bullet, also ein Ein-Minuten-Blitz-Turnier gespielt hat. Und da staune ich schon ein bisschen, dass im Internet jetzt Spitzenspieler regelmäßig spielen und auch Matches machen. Vashila Graf ist ja auch ein Schnellschach- und Blitzriese, sobald mir das bekannt ist. Und ich finde es insofern interessant, was man beim Blitzen auch ein bisschen, das wird auch ein Thema sein, wo wir jetzt über das Wochenende vielleicht ein bisschen reden werden, Bedenkzeitverkürzung und so weiter, die Thematik. Was mir halt auffällt, ist, die probieren halt Sachen aus, wo ich denke, normalerweise gab es so Züge, die ich schon gar nicht kannte. Ich glaube, Carlsen hat gemacht, E4, E5, Springer, was war das, Springer F3 und dann läuft er B4, irgendwas, ich weiß nicht, gegen Georg Mayer. Die haben das alles schon geblitzt. Ja, viele Sachen jetzt, da sind tausende von Blitzpartien, Erfahrungswerte, die dann auch vielleicht nachgearbeitet werden. Und das ist klar, dass so ein Vashila Graf, welche Stellung soll der noch nicht gespielt haben im Internet. Und ich glaube, dass jetzt Kamski, weiß ich nicht, wie der jetzt aktiv ist. Fakt ist, er denkt hier nach, hat jetzt schon über zehn Minuten nachgedacht und Vashila Graf, also eine Viertelstunde schon, Vashila Graf, ja, ist ein Schnellspieler. Meinst du, es ist so, dass jeder im Internet schon alles gespielt hat? Ich spiele ja auch viel, für mich ist jede Partie irgendwie neu. Ich finde Schach ist schon schwer erschöpfbar. Weiß ich nicht, ich glaube, wenn du sagst, du spielst viel, dann spielst du nach deinem Gefühl viel. Ja, aber ich glaube, die Leute, du hast ja noch Frau und Kind und machst ja noch andere vernünftige Sachen. Ja, ich spiele Bullet, da kann man viel wegschaffen. Spielst du Bullet? Ja, schlecht, aber gerne. Okay, Bullet ist ein Minutenschach, ja, für die Leute, die jetzt hier nicht unbedingt im Internet zugange sind. Ich persönlich kann sagen, dass ich seit ungefähr drei oder vier Tagen das erste Mal seit Jahren wieder Bullet gespielt habe und bereit bin, das mehr zu spielen, weil es mir Spaß gemacht hat. Acht ein bisschen süchtig, ne? Ach so, das auch, ja, okay. Bei mir jedenfalls. So eine Öffnungsphase passiert ja nicht für Jan, ja, da können wir vielleicht ein bisschen switchen, was du da noch siehst für Partien. Ach so, ist die Zugwählung schon passiert am Brett 1? Ganz, glaubst du daran, dass das kommt? Ich kann mir das vorstellen, ne? Ich weiß auch nicht, ich kann die Partie hier nicht mehr finden, aber ich muss auch gestehen, dass ich noch nicht ganz durchblicke. Wir haben hier neben uns, das können die Leute zu Hause nicht sehen, eine Wand von, wie viele Partien laufen hier? Ja, das soll ich jetzt ausrechnen. Okay. Na, das schaffst du, das sind 16 Mannschaften, glaube ich, Bundesliga. Ja, sehr gut. Mal 8, ich weiß nicht, ob wir auch die Frauenpartien haben. Ne, sieht man ja nicht so aus, aber es sind ja wirklich Partien, die gerade fehlen. Muss man deine Technik-Gurus hier nochmal ansprechen, weil den Kampf brauchen wir unbedingt, weil wir werden uns schon vornehmlich auf den Spitzenkampf von Deizisau konzentrieren wollen. Du bist ja Tabellenexperte, wie sieht's aus? Deizisau hat, ne, Deizisau hat schon was abgegeben, ich glaube gegen Bremen verloren. Ich glaube, die haben drei oder vier Punkte abgegeben, ja. Ich glaube, alles gewonnen. Alles gewonnen. Hockenheim, ein Unentschieden, nennen wir sowas? Nein, ich glaube mehr. Ich glaube, die haben zwei Punkte abgegeben, genauso wie Solingen. Aber die Konstellation ist natürlich sehr interessant, weil morgen, glaube ich, morgen Hockenheim spielt gegen Baden-Baden. Das ist also der Kampf der Kämpfe, ne? Solingen hat gleich auch schon mehr abgegeben. Zwei, einen Kampf verloren. Okay. Soweit ich Bescheid weiß. Wir haben nicht gut gearbeitet, ja. Aber... Gar nicht. Gar nicht? Naja, das musst du jetzt nicht so sagen. Ich kann nur für mich sprechen. Gut, okay. Ich habe dir ja beide nachgeguckt. Gut, also wir sind jetzt bei der Partie Ligo gegen Caruana. Ja, das ist natürlich jetzt sehr kompliziert für... Haben Sie denn einmal schon die Zubführung angetäuscht? Nein? Ne, also die Variante sieht ein bisschen merkwürdig aus. Gilt heutzutage aber als vollwertig, dieses viertens A6 moderne Schach. Man macht einen Wartezug, droht so ein bisschen D schlicht C4. Und die Logik ist nach C schlicht D, E schlicht D5. In dieser Karlsbad-Struktur ist A6 ein relativ nützlicher Zug, wenn der Weiße eines Ferntages hier ankommt mit seinem B-Bauern. Und der Schwarze möchte jetzt auch ausnutzen, dass er sich noch nicht festgelegt hat auf Läufer E7 oder früher Sprenger BD7. Sich so hinstellen mit diesem Läufer E6 und Sprenger BD7. Und ist in letzter Zeit auf hohem Niveau relativ viel gespielt worden. Caruana weiß hier mit Sicherheit, was er hier tut. Läufer E5 geht zurück mit dem Sprenger F6. Eine Zugführung, die ich häufiger gesehen hatte schon, war, mit dem Sprenger nach G7 zu gehen. Und dann Läufer G3, Sprenger H5 zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass Läufer jetzt so ein bisschen in einem Gewissenskonflikt ist. Er möchte natürlich mit den weißen Steinen Druck machen für die Mannschaft. Aber er möchte auch gerne schnell Remis machen gegen die Nummer 2 der Welt, Fabiano Caruana. Und wird jetzt, ich vermute, die Steuern so eine Dreiviertelstunde studieren. Und dann wird ihm auffallen, es gibt nichts Besseres als Läufer G3. Und ist natürlich auch die Frage, ob Caruana dann überhaupt hier mitspielt. Sprenger H5 von Florefe E5, Sprenger F6 zurück. Oder ob Caruana sagt, nee, 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 Peter, das spielen wir jetzt aus. Sagen wir mal so, das ist schon ein Dilemma. Weil man weiß ja gar nicht, für wen das theoretisch eventuell etwas peinlich sein wird. Natürlich ist Caruana erstmal der Favorit einer Partie. Aber Leko mit Weiß, wie viel Partie mit Weiß hat er verloren? Also bestimmt sehr selten. Und das Problem ist ja jetzt nicht, in den 80er Jahren wurde das die ganze Zeit gemacht. Ja, in der Spitzenschach. Aber da hat man sich mitgekriegt. Da musstest du da eine Schachzeitung lesen, zwei Monate später. Und da standen dann auch nicht die schnellen Remis drin. Jetzt sind wir live auf Sendung. Und wir werden sofort den Charakter aller beteiligten Spieler genau evaluieren, wenn hier irgendwelche Partien Remis ausgehen. Das gefällt mir. Also das heißt, die sind sofort am Pranger. Und das ist wirklich ein Problem für die Beteiligten. Es ist klar, dass Leko auch durch den Kopf geht. Ja, was sagt die Internetgemeinde? Was wird hier darüber gesprochen? Ich kenne die aktuelle Theorie nicht, Jan. Ich vermute mal, dass man hier keine Zugwiederholung machen muss. Man muss vielleicht einfach nur in Kauf nehmen, dass Schwarz vielleicht ausgeglichen hat von mir aus. Ja, aber es ist nicht nur ausgeglichen. Man muss auch strategisch Risiko nehmen. Wenn man die Zugwiederholung nicht machen will, muss man diesen Läufer geben. Und dann hat Schwarz was, womit er arbeiten kann jedenfalls, das Läuferpaar. Also sagen wir, ich spiele K3. Wird weggenommen auf E5. Sprenger schlicht E5. Ist die Stärkung scharf, weiß. Kann das doch auch spielen. Rochade F4. Aber langfristig hat Schwarz eben die zwei Läufer. Und ich glaube, dass Leko so ein Szenario nicht schmecken wird, wo er strategische Risiken in Kauf nimmt. Also das ist eine klare Ansage von Herrn Gustafsson. Ich mag mich täuschen. Ich fürchte nicht, dass du dich täuscht. Nein, ich fürchte nicht, dass du dich täuscht. Ich denke, das kann dann eine Zugwiederlung werden. Ich weiß jetzt nicht, ob Caruana da irgendein anderes Risiko noch sucht. Wenn H3 kommt, G5 ist ja prinzipiell auch ein sehr gefährlicher, aktiver, aber auch gefährlicher Zug, der ja ein bisschen darauf hinausläuft, dass man versucht, eben diesen Läufer zu cachen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Caruana, also Leko wird ja dann sagen, er hat sich auf das und das und das und das vorbereitet. Und das mit A6, das war ihm jetzt vielleicht nicht so klar und so weiter. Naja. Gut. Also mein Tipp ist, leider, die Partie geht wirklich mit Zugwiederlung Kremier aus. Wir werden sehen, man weiß es nicht, aber ich kann es mir auch vorstellen. Es ist auch ein relativ klassisches Szenario, der Schwarzspieler 130 Punkte stärker, so irgendwas um den Dreh, aber er möchte dann im Mannschaftskampf auch nicht durchdrehen mit den schwarzen Steinen und mit weiß, wenn man natürlich jetzt Leko, ehemaliger Vize-Weltmeister wie Caruana auch, aber doch der Außenseiter in diesem Matchup, glaube ich, dass ihm das Remis schon in den Kram passen würde. Aber wir werden sehen. Wir haben genug gute Partien da, also kein Problem. So, und dann gehen wir auf die Brett 3 gleich mal an, auch sehr interessant. Vichy Brett 3. Gegen, ja, was ist das, die deutsche Nummer 3, 4 ungefähr, Matthias Blühbaum. Ich verfolge das nicht so genau, solange ich Nummer 2 bin, können die da machen, was sie wollen. Wusste ich gar nicht. Ich check das nur stündlich oder so. Okay, bist du Nummer 2, ja? Seit Jahren. Okay, okay. Nimmt man das Inaktivität oder wie funktioniert das? Das nennt man Klasse. Klasse. Ist ja auch Klasse. Ganz klar. So, Vichy nimmt hier gegen Katalanisch den Ball weg. Darf ich mal eine Frage? Du bist die Nummer 2, ja? Für mich sowieso, das ist klar. Für dich die Nummer 1 hätte ich gedacht. Eigentlich, ich wollte gerade sagen, ja. Vor allen Dingen ist ja, die Nummer 1 ist ja eingebürgert sozusagen, ja. So. Dieter. Dieter. Dieter ist die Nummer 1, richtig? Mhm. Und jetzt spielt da die Nummer 4 oder 5, spielt da jetzt Bundesliga. Du bist hier am Kommentieren, ja? Und das macht ja auch Spaß und so. Warum spielst du nicht bei Deitsisau? Ähm. Gute Frage, oder? Weiß ich nicht. Ich spiele ja gerne bei Baden-Baden. Relativ selten. Ich bin ja Ersatzspieler, ist keine Frage. Ich bin Nummer 15, 16 an der Aufstellung. Ich glaube, der letzte verbliebene Deutsche, weil viele eben abgewandert sind, zu Deitsisau. Aber ich bin nicht so aktiv. Ich spiele 15, 20 Partien im Jahr. Ja, das geht nicht. Da muss ja die Deutsche Nummer 1 oder 2 in der Bundesliga spielen. Es sind doch nur 15 Partien, die du spielen musst. Das ist doch kein Problem. 15 schaffe ich nicht. Sag mal 10. Ich spiele bei Baden-Baden im Schnitt so 8. Okay. Und ich finde es eigentlich als Deutsche Nummer 2 spannender, Deutscher Meister zu werden, als mit Baden-Baden, als mit Deitsisau jetzt Sechster zu sein. Na, wie oft bist du denn schon Deutscher Meister geworden? Ich glaube, seit, ist jetzt mal eine elfte Saison bei Baden-Baden? Zehnmal? Das findest du noch spannend, ja? Spannend ist übertrieben, aber ich habe nichts dagegen. Na gut, ich habe jetzt alles gemacht, ein bisschen Werbung, die wurde nicht angenommen von den Spieler selber. Als Manager hätte ich ganz klar gesagt. Hast du von Deitsisau Provisionen da, oder wie läuft das? Haben sie dich auch schon kontaktiert? Das werden wir noch aushandeln, ja. Aber es ist ja schon komisch. Du kommentierst hier und ich gucke mir die Partien an von der Nummer 4 gegeneinander. Ich möchte auch mal Größer-Saison gegeneinander sehen. Gegeneinander, das möchte ich nicht sehen. Deitsisau, hast mich in Frieden. Okay. So. Erzähl mal, was ist in der Öffnung da? Katalanisch, D schlicht C4. Blühbaum, ein sehr starker Theoretiker und macht hier auch keine Faxen mit Dame. A4-Schach, Wildspringer F3, bietet damit das Borno-Fahren. Nach A6 oder C6. Und Vichy spielt eine Variante, die früher relativ populär war. Hatte so, ich glaube, vor 10, 15 Jahren. Ihre Sturm- und Drangzeit. Seitdem nicht mehr so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich habe hier seinerzeit immer Dame C1 gespielt. Kam mir sehr, sehr schlau vor. Der Punkt war, dass man jetzt in dieser Stellung Dame nach G5 droht. Und deshalb der Läufer nicht nach B7 gehen kann. Und nach Rochade, Sprenger E5. Hat Weiß ganz gute Konversation. Aber Blühbaum spielt einen direkteren Weg, der zu seiner ähnlichen Stellung führt. Er spielt A3 und jetzt B3. C schlägt B, Dame schlägt B3. Wieder mit der Absicht, dass man diesen Läufer nicht rauslässt, ohne den Bauten anzugreifen. Und er zwingt C6, was wieder zu so einem Stellungstyp führt. Weiß hat einen Bauern weniger, aber sehr viele schöne Felder. Wenn es für Schwarz nicht so klar ist, wie er sich befreien soll. Eine andere Frage ist, muss Schwarz sich befreien? Oder kann Schwarz einmal sagen, okay, du hast ein paar Felder, aber ich habe einen Bauern mehr. Ich stelle mich hin. Viel Erfolg. Vichy scheint das Ganze hier nicht so zu kratzen. Er bietet den Bauern C6 an, sagt, den kannst du schlagen, wenn du ihn haben willst. Dann befreit sich meine Stellung. Und wenn nicht, täusche ich hier vielleicht E5 an. Was meinst du? Ist du lieber Weiß, lieber Schwarz? Ja, also offensichtlich muss er, anhand der mit 1,37 ist er vollkommen im Buch. Matthias Blumann muss jetzt schauen. Mir geht es ja auch ein bisschen darum, Jan, um die Philosophie im Vorfeld der Partie. Was möchte Weiß, was möchte Schwarz? Ist ja vielleicht ähnlich jetzt wie bei der Partie von Nico gegen Caruana, wo dieser Elo-Unterschied relativ markant noch ist. Und ich denke, dass Vichy natürlich so viele Systeme spielen kann, wo er ja problemlos das Remis macht oder ausgleicht. Und vielleicht noch versucht, schon ein gewisses Risiko zu nehmen, was ja sehr schwer ist, gegen gut vorbereitet Leute. Matthias Blumann ist ja mit Weiß auch sehr solide und immer sehr top vorbereitet. Aber wenn jetzt zum Beispiel diese Stellung mit Läufer C6, sagen wir mal, der nimmt den Bauern zurück. Läufer C6, Turm C6. Was ist da ein normaler Zug in der Stellung? B7. Gut, dann kommt der Turm vielleicht nach C1. Springer D5, E4. Ja, okay, also gut, darüber wird jetzt Blumann nachdenken. Das sieht natürlich, es ist die ganze Zeit, muss ausglichen sein. In den Spitzenbrettern heutzutage von 20 Partien, da ist vielleicht mal eine, wo irgendwelche Sachen sich schnell verschieben. In der Regel ist es immer Ausgleich, Ausgleich, Ausgleich. E5, ja. Hier E5, ja. Ist die Frage, kann hier Schwarz dann auch schon irgendwie eine Art von Druck erzeugen? Weil wenn wir jetzt E5 mal machen, Jan, das sieht ja jetzt, ich mache jetzt mal die Remi-Perspektive für Weiß, wo ich sage, okay, ich bin zufrieden mit Remi und mal sehen, ob das jetzt irgendwie leichter zu erreichen ist. Nimmt raus auf E5. Entschuldigung. Ja, das war leise. Ich muss die Leute zu Hause warnen, ich habe ein bisschen Husten. Also stellt eure Mikros nicht zu laut ein, eure Audio-Ausgabegeräte. Es könnte sein, dass ich da einige Gehörgänge sonst schädige. Gut, nehmen wir weiter raus auf E5. So, was machen wir hier? Remi oder was? Naja, Darm E5, Turm E5. Da kann ich jetzt, okay, man hat da zwei am Damenflügel, aber man kann sich eigentlich auf dem Niveau kein anderes Resultat vorstellen als ein Remi. Naja, ich könnte das hier sehr leicht mit Weiß verlieren, glaube ich. Ja, okay, E3. Springer geht nach D3, D4 oder was? B3, ich gehe nach B3. Ah, B3. Ich will noch eine Drohung aufstellen. Was droht? Springer A5 droht auch noch. Ah, okay. Wahrscheinlich ist Weißer doch. Safe. Ja, muss ja auch safe sein. Stell mal eine Gewinnversuche schon wieder ein. Na gut. Und ein bisschen Hintergrund hierzu müssen wir erzählen, Blühbaum hat gewonnen gegen Arnand, ich glaube, bei den letzten Grenke Chess Classic mit Weiß. Also, Wischi wird wissen, dass er das Risiko auch nicht zu hoch schrauben darf, wie er es da vielleicht gemacht hat, dass Blühbaum dann, ja, gerade mit dem weißen Stein spielt das immer solide seinen Stil runter und wenn man ihn provoziert, dann Weißer. Na zum Glück. So, gehen wir zum Brett 4, ja. Da ist... Aronja am Brett 4, das sieht man auch selten wahrscheinlich. Naja, hat man das jemals gesehen? Keine Ahnung. Ich gucke hier bisher, was wir mit unseren Kameras machen können, aber ich habe bisher nur Zugriff auf hier die Johnny-Hector-Kamera. Johnny-Hector und Jakob Van Glut, ich glaube, in Diensten von Turm Kiel. Richtig, ja. Und die Kamski-Cam. Was sagt die Kamski-Cam? Das hier ist die Kamski-Cam. Mhm, okay, 1 und 2 kann man sehen. Also, ein bisschen vorbeugt, können wir ja auch die ganze Haarpracht da sehen, aber mehr habe ich nicht hier zum Arbeiten. Technik, wenn jemand zuguckt, Kamera 1 und 2 sind hier sehr dunkel. Ich vermute, das sind irgendwelche Totalen, aber die müsst ihr noch mal freischalten. So, wo waren wir? Aronian gegen Georg Mayer. Das ist hier ein guter alter Rubinstein. Uiuiuiuiui, ja. Das heißt also, Aronian, das ist natürlich auch wieder eine kleine Geschichte. Aronian ist ja prinzipiell eher ein D4-Spieler. Ja, seit einem Jahr spielt er ziemlich häufig E4, ne? Angefangen hat er so ein bisschen mal im Kandidatenturnier, lief auch nicht immer gut. Ja, ja, ja. Ich finde es ja gut, wenn er sich da das probiert. Aber er weiß auf jeden Fall, dass Georg Mayer ist vielleicht der, nicht vielleicht, der weltgrößte Experte in diesem Komplex. ist, dass der Georg Mayer auch so ausgearbeitet hat, dass er da immer Richtung Krimiebreite bringt. Und ich glaube, er hat auch wahrscheinlich eine gute Performance. Ich hatte auch gehört von vielen guten Spielern, die keine Lust haben, wenn sie das auf Gewinn spielen, dann gegen Georg Mayer zu spielen. Und finde es halt spannend, was er jetzt sich einfallen lässt hier. Das sieht ja auch sehr harmlos aus alles. Läufer E2, wahrscheinlich ganz normal. Wie ist der Zeitnotverbrauch? Okay. Zeitnotverbrauch? Zeitverbrauch? Ja gut, das wird jetzt... Ich bin kein Experte, also ich vermute, dass dieses Läufer F4 eher eine Nebenvariante ist. Also Springer E5, so Züge habe ich schon mal gesehen. Läufer F4, dann A6, nimmt der will hier Schachs hier raus, die Loholsch aus. Läufer nach E2, Läufer nach D6. Was macht Weiß? Schlagen oder was? Wenn man hier spielt, einen Damen D2. Trotzdem Springer E5. Ja, Dame E2, also Springer E5, probieren wir Springer E5. Wenn er jetzt nimmt auf D4, denke ich mal, würden wir mit der Dame nehmen. Ja, CD kann es nicht sein. Kurze auch Hade. Oh, das sieht ja auch so aus, ein bisschen Druck, oder nicht? Könnte leichter Vorteil sein für Weiß. Ja, das sieht ganz bequem aus. Hier, da kommt eine F3, schwarzer Darmflügel noch nicht entwickelt. Selbst Endspiele sind, glaube ich, ganz angenehm hier. Aber C schlicht D4, muss ich auch nicht spielen, oder? Kurze auch Hade wahrscheinlich. Auch Hade, vielleicht auch Dame C7. Muss man auf jeden Fall sehr subtil agieren hier, wenn der Schwarze es schafft, Figuren irgendwie rauszukriegen. Strukturell steht er gesund. Wir werden sehen, ob Levon da was im Schilde führt. Das ist Brett 4, ja? Okay. Das ist Brett 4. Oh, das sind ja jetzt eine Paarung. Oh, das sind meine Jungs hier. Seine Buddys. Nielsen gegen Swidler. An Brett 5. Nielsen abgewandert zu Deizisau von Baden-Baden. Ich dachte, dass Nielsen weg ist. Nielsen hat er damals so ein oder zwei Elo-Punkte weniger als ich. Dass mir jetzt Brett 8 auf alle Zeit sicher ist. Aber da hat Schiroff so viel verloren, dass als wir die Aufstellung gemacht haben, ich mehr Elo hatte als Schiroff. Jetzt sitze ich manchmal da am Brett 7 und Schiroff am Brett 8, was sich falsch anfühlt. Hm, zuwech. So, die spielen hier Grünfeld, wie heißt das, symmetrische Grünfeld, G3-Abtausch-Variante, irgendwas? Okay. Ich weiß nicht, was der korrekte Name ist. Aber grundsätzlich, Schwarz hat ja viele Pläne, E6 hat Swidler mal gegen mich gespielt in grauer Vorzeit. B6-Läufer, B7 ist auch bekannt. Aber in letzter Zeit haben viele Schwarze angefangen gegen jeden Aufbau, den der Weiße hier spielt. Läufer F5 und Springer E4 zu spielen, was ein ziemlich direkter Versuch ist, die Stellung zu klären. Die beiden, die sind auch befreundet, nehme ich mal an? Ja, die kennen sich auf jeden Fall gut. Okay, Freundschaft ist gleich zu viel. Es ist ja dann auch die Frage, welche Aggressivität man hier aufbauen kann vielleicht. Wieder die Situation ist ja klar, immer wenn jetzt ein Schwarzer von Baden-Baden spielt, der wird im Schnitt hunderteile Punkte mehr haben. Das wird auch in dieser Paarung ungefähr sein. Und ja, Peter Heine-Nielsen kenne ich ja persönlich schon sehr, sehr lange, länger als du ihn kennst. Weiß, wie er aus Dänemark nach Weißrussland geflogen ist oder von Budapest nach Weißrussland und dann versucht hat, ein Turnier nach dem anderen zu spielen und uns animiert hat, mitzufahren. Und das haben wir nicht gemacht. Und dann hat man den Unterschied gesehen. Der ist auch 2,650 ungefähr hochgeschnellt. Er ist jetzt der Sekundant, Chefsekundant, kann man das sagen? Von Magnus oder wie sagt man das? Das kann man sagen. Ja, und sehr, sehr sympathisch. Wenn seine Karriere vorbei ist bei Magnus Karsen, er wird genug andere Schüler finden. Also Top-Persönlichkeit, Top-Trainer. Und ich gönne Peter Heine-Nielsen auch immer alles Mögliche. Gönnst du ihm das Remis heute? Ich gönne ihm das Remis. Ich gönne ihm noch viel mehr. So, also wir wären am Anfang, ich weiß gar nicht, haben wir dieselbe Übertragung wie die, weil irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen. Jetzt ist 5 Uhr, 16 Uhr haben die angefangen. Ob wir eine Verzögerung haben in der Übertragung, weißt du das? Mir sagt nie jemand, was es war bei Bundesliga mal üblich, dass die in der Übertragung 15 Minuten verzögert ist. Ich weiß nicht, ob sie das rausgenommen haben. Sonst ja auch schwierig. Sind die Kamerabilder auch 15 Minuten verzögert oder haben wir dann Kamerastellungen, die 15 Minuten vor unseren Brettstellungen sind? Naja, ich kann die Brettstellung nicht erkennen. Also insofern weiß ich nicht, was das ist. Vielleicht haben wir deshalb auch nur zwei Bretter, die man auf der Kamera überhaupt sehen kann. Da habe ich das Loch gefunden. Okay. Gut, also es ist nicht viel passiert. Das ist hier auch eine normale Stellung. Dann gehen wir, oh, da haben wir ein Brett 6, haben wir jetzt auch wieder eine Ansetzung, eine sehr interessante Paarung, Jan. Oder willst du hier noch was sagen? Ähm, ich kann hier noch was sagen. Ich glaube, die Stellung war zuletzt auf hohem Niveau in Ding Liren gegen Mamed Yarov in Waik-an-See diskutiert, wo Ding Liren hier sehr scharf mit G4 gespielt hat. Und ich habe lustigerweise mit Herrn Peter Svedler diese Partie kommentiert. Und Svedler ratterte gleich runter, ja, G4 ist interessant, aber ich glaube, jetzt macht man so und so. Also Svedler ist hier, glaube ich, gut im Buch. Und ich weiß nicht, wie es bei Peter Heiner aussieht. Ich weiß nicht, ob die Zeit stimmt. Aber wenn er hier schon eine halbe Stunde verbraucht hat, dann spricht das nicht viel. Kann man sich gar nicht vorstellen. Hier haben wir Vincent Keimer für Deitzesau an Brett 6 gegen Radek Wojtaschek, der, glaube ich, Isle of Man 2018 gewonnen hat. Eines der höchst dotierten offenen Turniere. 50.000 Pfund oder so um den Dreh. Also hat gut zugeschlagen Radek und wird natürlich versuchen, mit dem weißen Stein hier Druck zu machen gegen die deutsche Hoffnung überhaupt, kann man glaube ich sagen, ne, Vincent Keimer. Wobei, das ist die deutsche Hoffnung überhaupt, das ist ganz klar. Er hat ja jetzt auch an Wolken See im B-Turnier gespielt, hat seiner Elozahl entsprechend seine Performance geschafft. Ja, war solide, keine Bäume ausgerissen, aber gehört auch dazu, ne? Also, ja, gut, du siehst es, ja, okay, okay. Ich war persönlich ein bisschen enttäuscht, hatte auch eine Wette verloren, ja, weiß nicht, ob der Jan da ist, wo ich die Wette verloren habe. Der weiß genau Bescheid, habe gestern ausgezahlt, die zwei Kinokarten, weil ich habe gedacht, dass er es schafft, 50 Prozent im Turnier zu erreichen. Das hat er ja minus eins, minus zwei. Minus zwei, glaube ich. Das war seine Performance, die der Elozahl entsprechend ist. Das ist interessant, wie er diesen Kampf da auch aufnehmen kann, wenn es jetzt unser größtes Talent ist. Wie schneidet er ab gegen die indischen Wunderkinder? Da hatten wir auch mal ein Gespräch mit dem Bundestrainer, weil das Problem ist natürlich, was heißt ein Problem? In Deutschland ist die Schulpflicht. Und diese indischen Spieler, die sind zu 30, mittlerweile 40, 50 Euro-Flott-Turnier, habe ich gehört. Die größte Anzahl von Spielern waren nicht Russen, sondern es war die indische Delegation. Und die werden da wohl aufwendig gesponsert vom Staat und die gehen dann, glaube ich, auch dementsprechend nicht zur Schule. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ein indisches Wunderkind dann acht Stunden pro Tag trainiert oder Vincent dann vielleicht, wenn er es schafft, vier Stunden pro Tag zu trainieren. Und ich fürchte, dass man das zum Schluss nicht aufholen kann. Also ich glaube, dass Vincent Keimer ein großes Talent ist, wirklich ein großes Talent, aber dass der Aufwand für, um ganz, ganz nach vorne zu kommen, dass der in Deutschland eigentlich zu hoch ist, also um das dann zu schaffen. Aber hier Karlsson, Maxim, die sind auch zur Schule gegangen, oder nicht? Ja, aber die waren, glaube ich, auch schon, also Vashila Graf ist nicht klar, aber bei... Vashila Graf hat sogar Mathe studiert. Okay, okay, aber ist auch, na gut, das ist natürlich eine super Position, wenn er um die ersten Zehn der Welt kommt, fantastisch. Ich hatte vorhin mich nur unterhalten, dass ich mir, wie gesagt, die Ausgaben der Schachreporte aus den 80er Jahren nochmal bestellt habe und da erst nochmal gesehen habe, wie Robert Hübner jahrelang die Nummer vier der Weltrangliste war. Ja, die Nummer vier. Ist, glaube ich, auch zur Schule gegangen, Robert Hübner, oder? Und nicht nur das, der hat sogar richtig studiert, aber die Zeiten sind anders. Also ich sehe halt, also ich glaube, dass es zum Schluss ein Problem geben wird, er wird seinen 2-7 machen zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel einen 2-7, was eine tolle Leistung ist, wenn er es schafft, aber das ist dann halt ein Unterschied in zehn Jahren nochmal zu einem 2-8. Und einer von diesen Bengels da aus Indien wird es vielleicht dann diesen Weg machen. Das werden wir sehen. Also natürlich, je mehr du arbeitest, desto besser, aber ich glaube nicht, gerade beim Talent wie Vincent, dass wenn du jetzt mit 17 dein Abitur hast, dass es dann zu spät ist, sich im Schach noch zu verbessern. Okay. Also um was zu erreichen? Ich weiß nicht, Weltmeister kann immer nur einer sagen. Ja, 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 die ersten 10 in der Welt ist schon überragend. Das ist sehr schwer zu sagen, aber ich glaube nicht, dass das nicht mehr machbar ist, wenn du mit 17 nicht 2-7, 50, sondern nur, was auch immer, 2-6, 50 hast. Das habe ich nicht verstanden, sag mal. Nur 2-6, 50 hast du mit 17. Ach so, das glaubst du, dass es Vincent das schafft, ja? Ich weiß nicht, ob Vincent das schafft. Ich finde das auch immer unfair zu implizieren, weil das größte Talent ist, was wir in Ewigkeiten haben. Hier, er muss Top-10-Spieler werden oder Top-5 oder er hat irgendwas nicht geschafft. Also das ist sein Ding. Vielleicht will er auch Musik studieren. Ich habe keinen Plan. Aber ich glaube nicht, dass die Schulpflicht da ein unüberwindbare Hürde ist. Es geht ja nicht darum, wer als Erster mit 12,5 Großmeister wird. Nee, nee, das ist ganz klar. Und das ist ja auch so, dass Vincent dann Chancen hat, weil ich glaube, dass er insgesamt ein sehr großes Talent ist. Naja gut, würde ich ihn mir gönnen. Heute hat er eine schwere Aufgabe. Das ist klar, das ist die Polnische Nummer 2, glaube ich, Radoslav, ist auf jeden Fall, oder vielleicht ist er die 1. Das wäre ihm nicht schmecken, wenn du sagst Nummer 2, aber es kann sein, dass du da überholt hast. Ja, das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist es auch ein ganz starker Theoretiker, ist Sekundant von welchem Team? Er war lange bei Vichy. Ich weiß nicht, ob die beiden noch so viel zusammenarbeiten, aber er hat für Vichy eine alten Zeit bei diesen Matches, 2010 und so weiter, war er immer mit dem Typ. Okay, mit weiß, hartem Aufschlag, das wird eine schwere Partie für Vincent. Ja, diese geschlossene Katalanische Variante, die hat sich auch viel getan, theoretisch in der Zeit, Turm der 1 Läufer, R4 die Hauptzüge, aber Wojtaschek spielt einen etwas selteneren Anzug, A4, B6 und B4 greift sofort Raum am Dampflügel. Ich muss gestehen, ich bin kein großer Experte, für mich sieht auf A4, A5 immer aus wie eine logische Reaktion. Wenn jetzt auf B6, B4 sich der Weiße doch relativ viel Raum gleich schnappt, aber ich vermute, dass auch das hier noch bekannten Vorbildern folgt. Naja, du guckst, ja bestimmt, aber wieder sehen wir diesen Zeitvergleich, ich habe gar keine Ahnung von der Eröffnung, also A4 habe ich noch nie gesehen und Vincent hat jetzt schon dementsprechend in die Zeitenstimmung recht viel reingebraten, der andere ist im Buch. Das ist auch interessant, also wenn wir jetzt unabhängig davon gehen, wenn wir uns jetzt mal die Konstellationen wirklich der Tabelle ansehen und sagen jetzt, wo ist die Chance im Kampf gegen Baden-Baden. Und jetzt haben wir vier Bretter, wie viel haben wir gesehen, fünf Bretter gesehen, wo ich jetzt sage, dass Aron Jan gegen Georg Mayer prinzipiell schon für sehr viel Druck sorgen wird, wobei aber diese Stellung Georg Mayer finde ich nochmal viel stärker ist in dieser Stellungstyp, also würde mich jetzt nicht wundern, wenn er da besteht. Peter Leko, ist da irgendwas passiert, Jan? Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Zweifel, ob hier wirklich noch nichts geschehen ist die letzten Stunden, aber auf der Caruana-Camp sehen wir auf jeden Fall Caruana noch am Brett. Ja, ich vermute, dass Leko irgendwas gezogen hat und wir hier auf den Delay warten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier eine Stunde auf diese Stellung startet, also deshalb traue ich auch unseren Bedenkenzeitangaben, wenn ich so richtig glaube, da bin irgendwo uns was abgezogen, damit wir nicht live zu viel schlaue Sachen sagen können. So, ja, richtig, also gehen wir nochmal auf die fünf Bretter ganz kurz ein, Vashila Graf ist natürlich auch Favorit mit Weiß, keine Frage, Blühborn wird und kann bestehen, Aron Jan okay, Peter Henneniesen ist doch auch klar. Da ist jetzt aber ein deutliches Übergewicht aufgrund der Elo-Zahl plus des Eröffnungsvorteils von Weiß, also das wird ein kritisches Brett für Deizisau, vielleicht gucken wir uns mal die anderen Paarrunden dann noch an. Heiman-Vallejo, Heiman, ja, solider 2,6er, Vallejo immer so um die 2,7, ich weiß nicht, wo genau er im Moment steht, aber wird auch knapp 100 Elo mehr haben. Ja, schon ein bisschen ungewöhnlich hier. A6, D6. Eher eine Nebenvariante von Paco Vallejo, hier Sprenger D4, habe ich noch nie gesehen in dieser Stellung, aber wer hat sich was beigedacht haben, vielleicht gefiel mir die Stimmung einfach nicht, wenn dann Weiß zu D4 kommt und dachte deshalb, dass er starke Maßnahmen ergreifen muss, den Sprenger da hinstellen, schlägt und D3, ist ein bisschen besser für Weiß aus. Auf jeden Fall, ja, nimmt raus, Sprenger D2, muss ja etwas Vorteil sein für Weiß. Okay, okay. Und dann haben wir noch ein achtes Brett. Bakro gegen Collas. Bakro um die 2,680, aber natürlich auch jahrelang absoluter Weltklassespieler. Collas weiß ich nicht, wo steht, so 2 von 50, würde ich tippen, so bedrehen. Ja, italienisch, das ist ja total modern. Bakro hat das schon mit Weiß und Schwarz gespielt. Ich habe öfter jetzt Partien von Bakro gesehen, an die ich mich auch orientiert habe, weil ich ja italienisch spiele. Ich habe dann auch sehr an deine Worte denken müssen bei unserer letzten Übertragung, wo du mir gesagt hast, Italiener, du versuchst das immer sehr schnell mit D5 zu klären. Ja, hast du schon vergessen wahrscheinlich? Ja. Okay. Und weil in diesem Steuungstyp, da wird ja, was ist das, in welchem Zug ist das? Im fünften Zug D6 gibt es ja auch die Möglichkeiten, kurz auch Radar zu spielen und dann relativ schnell die 5 durchzubringen. Da haben wir auch in der Partie damals kommentiert von Vashila Graf gegen Nakamura, weißt du, mit den zwei Läufern gegen Läufer Springer. Und ich habe mir das vor kurzem mal angeguckt und es gibt ja wie so, keine Chance auf Vorteil. Man versucht halt nur eine spielbare Stellung rauszubekommen und ich finde es halt schön, dass diese Italiener, dass das jetzt momentan schon seit ein paar Jahren geübt wird, über italienisch eine spielbare Stellung zu bekommen. Ja, dieses, es gibt 80.000 verschiedene Zugfolge, man kann sofort A5 spielen, Rochale, dann A5, man kann H6 spielen, dann A5. H6 indiziert normalerweise, dass man Angst hat vor dieser Läufer G5-Fesselung, aber es ist natürlich auch ein Zug, der nicht in jeder Variante so ideal reinpasst. Zum Beispiel, wenn ein Schwarzfrühlaufer E6 spielen will und schlägt, schlägt, braucht man den Bauern nicht unbedingt auf H6. Also hier gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten und ich fange an zu denken, dass hier irgendwas hängt in unserer Übertragung. Es kann nicht sein, dass ein Gbrett eine Seite Tempo spielt und die andere Seite eine Stunde reinguckt. Ich weiß nicht, ob unsere Übertragung hängt oder ob es Absicht ist, um uns hier zurückzuhalten. Aber irgendwas scheint falsch zu sein. Naja, wäre schon schön, wenn man jetzt irgendwie die Zeiten besser sehen würde. Mich persönlich interessiert das. Es gibt mir, kann ich auch ein paar Aufschlüsse, Rückschlüsse daraus machen. Nee, es ist nicht nur, dass wir nicht die Zeiten sehen können. Wir haben auch seit wir angefangen haben, keine neuen Züge. Stimmt. Wißt du, also irgendwas ist da falsch. Okay. Es gibt immer noch all diese Stellungen und so lange werden die... Ich glaube, du musst eine WhatsApp schicken. Aha, Rainer geht schon, alles klar. Alles wird organisiert. Rainer kommt schon. Die Technik, die Technik kommt. Die Technik, die Brigade ist unterwegs. Du musst irgendwas aktualisieren wahrscheinlich. Nee, 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 ich habe nichts damit zu tun. Wirklich nicht. Normalerweise ist es mal eine Schuldhörer diesmal nicht. Ich kriege keine Züge. Ich kriege keine Züge. Wahrscheinlich, ja. Ui, es wird immer weiter verschoben. Aber wir haben zum Glück genug spannende Stellungen hier, in die wir in der Zwischenzeit einen Blick werfen können. Ich kenne mich nicht aus in der Bundesliga. Friedmann, Jefi Menko, das muss sein. Mülheim gegen Bremen? Richtig. Okay, ich kenne mich doch aus. Okay. Wollen wir nicht auf die Berliner Mannschaft mal gucken? Berliner Mannschaften gibt es auch in der Bundesliga? Gibt es, gibt es. Ich weiß nicht, ob Berliner Spieler drin sind, aber das ist ein bisschen Werbung für Tegel, weil Tegel spielen nur Berliner. Ich weiß das natürlich, aber Tegel ist eben deswegen nicht Bundesliga. Dieses Jahr nicht in der Bundesliga, richtig? Ja, richtig. Wo finde ich die Berliner? Und du musst schreien, wenn dir irgendwas Berlinerin vorkommt. Dennis Abel. Letztes Jahr haben wir auch versucht, seine Großmeisternormen. Ich sage ja, es sind keine Berliner da. Ach so, es sind alles Hannoveraner Legionäre hier in Berlin. Ja, nicht nur das. Also dann auch aus Österreich, eine große Community. Das ist ja der Kampf offensichtlich gegen Dresden. Ich weiß nicht, ob ich als Hamburger, der für Baden-Baden spielt, da zu laut schreien darf. Aber ich mache das trotzdem. So, hier, Dennis Abel wolltest du gucken. Ja, wir können vielleicht mal von vorne. Paul Hoffmann, Dresdner Urgestein. Ja, kennst du also alle? Okay. Natürlich. Das ist Brett 8, Brett 7 Reitischspierig. Spielt auch für Dresden, oder was? Der spielt für Dresden. So, muss ja auch passen, ne? H5, Sprengen G4. Vielleicht Maggesetz. Das ist die einzige Sprache, die er versteht. Das ist wahrscheinlich wirklich wahr. Ja, okay. Oh, jetzt wird was konzipiert hier. Ich muss mir ein bisschen Mühe geben, aber... Jetzt macht doch nochmal G3 zum Spaß. Ja, ja, jetzt. Zack. So schnell kann das gehen. Ja. Taktikaufgaben. Ja, ich vermute, Weiß kann da... Kannst du noch verhindern vielleicht, ja? ... sich noch gegen stemmen, aber trotzdem. Ja, das ist schon eine Idee, das H5. Also, ist schon jemand gekommen von der Technik? Nein. Die trauen sich gar nicht zu kommen. Uwe Bönsch, auch im Einsatz hier. Für Dresden wahrscheinlich, ne? Ja. Krämer spielt für Schachfreunde. Genau, genau. Du musst mir das alles erklären. Ja, der Bundestrainer. Herr Scharf geht er an. Ich glaube nicht mehr Bundestrainer, Sportdirektor. Ach, Sportdirektor, Entschuldigung. Er stimmt, ja. Bundestrainer ist jemand anders. Okay, ja. Schlägt der Läufer E7. Das ist meine alte Empfehlung, die nicht mehr so populär ist auf Top-Niveau. Die meisten spielen hier Sprenger F6. Haben wir zum Beispiel gesehen jetzt in Carlsen gegen Duda in Weikernsee. Und es gab auch ein paar Partien mit Sprenger C3, BC. Läufer nach D6. Läufer E7 ist auch in Ordnung, aber der Schwarze muss sich hier eines recht gefährlichen Angriffs erwehren in den nächsten Zügen. Und man muss entweder sehr genau spielen oder sehr viel Theorie können, um das hier unbeschallt zu überstehen. Krämer, glaube ich, aber ein harter Arbeiter. Wird ja wissen, was er tut. Also Krämer, auf jeden Fall ein harter Arbeiter. Aber ich glaube, Krämer hat sich auch ein bisschen vom Spitzenschach verabschiedet. Also hat eifrig studiert. Ich glaube, er hat jetzt auch einen Job gefunden und schaltet jetzt einen Gang runter. Hat auch noch nicht viele Partien gespielt, soweit ich Bescheid weiß für Schachfreunde. Für Schachfreunde ist es natürlich noch wichtig, Punkte zu sammeln. Ja, ich glaube, sie haben vier Mannschaftspunkte. Und ja, die Gegner, die Gegner weiß ich jetzt nicht, wie stark die sein werden. Aber das ist jetzt keine sichere Sache in dem Kampf, wenn wir jetzt mal von Anfang an durchgehen vielleicht. Das ist dann Schachfreunde gegen Dresden. Haben wir Brett 1, was haben wir da, Jan? Almarschi. Gegen da oben links. Ja, Almarschi gegen, okay, die polnische Nummer 3. Ist das die polnische Nummer 3? Ich weiß nicht, du machst immer so viel Ansage her, wer welche Nummer ist in welchem Land. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Also, Piron. Piron. Ging nämlich auch schon zweimal spielen dürfen. Einmal sehr, sehr tragisch verloren. Spielt jetzt auch schon viele Jahre für Schachfreunde. Ist irgendwie immer Weltmeister im Problem lösen. Ach so, das ist es. Okay. Und, ja, Almarschi habe ich 0 aus 5. Almarschi, ungarische Nummer 3 oder was würdest du tippen? Ungarische Nummer Rapport. Polgar ist nicht mehr aktiv. Ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, das ist ja die Nummer 2. Ach so, Leko. Kann sein, das ist Almarschi Melo. Ja, 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 aber die setzen natürlich Leko für ihn ein. Dann würde ich sagen, die Nummer 3. Die ungarische Nummer 3. Okay. So, das ist ein Kampf auf Augenhöhe. Also, Quatsch, eine Paarung bei Amarschi gegen Piron Katspar auf Augenhöhe. Von der Theorie, Jan, da bist du ja... Ich kenne die Platzierung, du kennst die Theorie. Ich kenne die Platzierung auch, ich tue nur so. Ach so. Nee, hier kenne ich mich nicht besonders gut aus. G6 ist ein Zug, der auch viel gespielt wird. Ich war immer eher so Sprenger C7, um E5 vorzubereiten, war immer so mein Ansatz. Man würde gerne E5 spielen, das geht nicht sofort, weil der dann geschlagen wird hier mit Taktik. Deshalb, ich war immer Fan dieses umgedrehten Marozis mit Sprenger C7 und E5. G6 haben wir, glaube ich, gesehen, unter anderem im WM-Match, hast du ja schon Schach gespielt, 2000. Kramnik Kasparov sagt ja sowas. Ich glaube, da wurde G6 einmal diskutiert. Also, ich kann sehr gut verstehen, dass du darüber nachgedacht hast, ob du da schon Schach gespielt hast. Ich weiß noch, dass bis kurz, ein paar Jahre vorher, Kramnik noch in Berlin gelebt hat und für EMPO gespielt hat und wir regelmäßig zusammen Fußball spielen wollen. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe sogar sein Buch gelesen, dass in Berlin viel Geld von ihm verschwunden ist, weil er da deutschen, netten Berliner Freunden vertraut hat oder was. Da kenne ich sehr viele interne, aber die bleiben auch interne. Das war wirklich eine Schweinerei. Zum Glück hat sich Wladimir davon nicht beeindrucken lassen. Und damals, also ich habe ja keinen Kontakt zu ihm, super sympathischer Kerl gewesen. Und das war auch für mich damals interessant, weil wir hatten die Doppelspitze Schiroff und Kramnik. Da haben wir hier noch einige, gleich wo ich jetzt nach rechts gucke, hier in die Zuschauertrauben, sehe ich noch einige, nein, keinen Schiroff und Kramnik, aber ich sehe einige Spieler, die aus dem Belmont. Das kennst du auch noch, Jan? Das ist Belmont? Ich war die in Belmont, ich kenne nur deine Räuberpistolen. Die Räuberpistolen, das sind auch zwei Herren mit der 3, 4 sehe ich schon mit Räuberpistolen. Und da war ja Kramnik und Schiroff, wenn sie da waren, waren auch regelmäßig da. Wir haben eine große Blitzsterniere gemacht. Aber ich hatte damals, haben die praktisch kaum Elo getrennt. Und später hat ja sogar dann Schiroff dieses berühmte Match gegen Kramnik gewonnen und sich eigentlich qualifiziert für das Match gegen Kasparov, wo er auch ein bisschen betrogen worden ist. Das fand ja dann nie statt. Aber ich hatte damals im Eindruck, als ich gegen beide so privat gespielt habe, organisiert habe, obwohl sie nichts getrennt hat von der EDO-Zahl, empfand ich Kramnik als viel, viel stärker. Und für mich war ganz klar, dass er ernsthafte Chancen hat, Weltmeister zu werden. Das Gefühl hatte ich übrigens aber auch bei Aronjan am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe, dass ich dachte, das ist der Nächste, der auch Weltmeister werden kann. Kramnik hat es halt geschafft. Und wie Jan schon vorhin meinte, um die Nummer 1 zu werden, da muss man auch Glück haben im Leben. Das ist ganz klar. Also sind alle durch die Berliner Schachcafé-Schule gegangen? Also von diesen Herren sind alle durch die Berliner Schachcafé-Schule gegangen. Vielleicht Caruana heute Abend mal mitnehmen, damit es das nächste Mal was wird? Naja, Belmont ist nicht mehr, das gibt es ja seitdem praktisch nicht mehr, in den letzten 20 Jahren gibt es zwar schon, aber nicht mehr mit diesem internationalen Flair im Schach. Da müssten wir ein anderes Café suchen, aber vielleicht würde ihn das ein bisschen weiterentwickeln. Ich glaube... Gab es noch mehr Züge, Jan? Ja, und ich habe Leko Unrecht getan. Ich dachte ja, Leko würde hier die Züge wiederholen. Dem war nicht so. Er hat sich gesagt, hier, ich habe die weißen Steine. Ich habe Respekt vor der Schachkunst. Mit weiß muss ich Druck machen. Und hat Sprenger E2 gespielt. Caruana lässt sich davon nicht beeindrucken. Schlägt hier den Läufer, wie er wartet. Und spielt interessant, wie ich finde, mit G4 und H5. Er hat zwar diese Schwäche, aber möchte trotzdem hier sofort viel Raum nehmen am Königsflügel. Das ist schon sehr konkret. Das nervt mich wirklich. Also offensichtlich die Züge haben sie uns gezeigt, aber mit der Zeit, haben sich denn bei den anderen die Zeiten verändert, dass wir das mal checken können hier? Ich vertraue diesen Zeitangaben hier nicht besonders. Aber das hier sieht ja halbwegs normal aus. Nein, Jan, das sind die Zeiten. Er hat einfach wirklich lange nachgedacht. Peter Leko, ob er es macht und hat jetzt diese halbe Stunde Minus. Das ist auch ein bisschen ein Problem. Ich kenne das, wenn man nicht so viel spielt. Leko spielt ja auch nicht mehr besonders viel. Ist er nicht auch Trainer? Dann willst du keiner? Ja, die arbeiten viel. Ich habe keine Updates, aber vor einem Jahr auf jeden Fall wurde da sehr, sehr viel getan. Ich vermute, dass die beiden immer noch sehr viel miteinander arbeiten. Das ist natürlich... Keimer auch viel Zeit verbringt da in Zaget bei Leko zu Hause. Okay, das ist natürlich ein wirklicher Glücksgriff für Vincent Keimer, so einen Weltklassespieler oder ehemaligen Weltklassespieler als Trainer zu haben. Und das muss man ja sagen, wird ja auch gefördert, wahrscheinlich von Krenke höchstpersönlich. Das glaube ich, ja. Leko wird schon eine Stange Geld kosten. Das muss man sich erst mal leisten können. Und damit hat auch Vincent gegenüber anderen Spielern einen Vorsprung in finanzieller Natur. Das ist wichtig, dass man sowas bezahlen kann. Absolut. So, was sagst du zur Stellung, Jan? Zu dir hier? Ich habe keine Ahnung. Normalerweise ist es keine gute Idee gegen Maxim. So sehr ich H5 gegen Tischspierregg gelobt habe, gegen Vashila Graf würde ich mir da mehr Sorgen beimachen, ihn hier im Zentrum frei anzulassen. Ich weiß aber nicht, was los ist. Spreng T5 vermute ich, sieht normal aus. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Nehme ich den weg? Oder Sprenger E4? Oder was macht man hier? Ja. Nehmen wir erst mal weg. Die Frage ist halt prinzipiell natürlich, irgendwann kann man F5 stoppen. Ja, alles ist ausgerichtet von weiß, F5 durchzudrücken. Schwarz, König in der Mitte, Entwicklungsrückstand, dafür das Läuferpaar. Läufer auf B7 ist natürlich prinzipiell immer eine Bombe. Wenn man F5 stoppen kann, dann kann man sich wahrscheinlich sogar dazu versteifen, vielleicht auch mal die lange Hochrate zu machen. Muss man da vielleicht gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir die Zeit dazu hat. Verlaufkreise voll machen, aber droht das so viel? Ich glaube nicht, dass der Schwarze diesen Bauern haben möchte. Aber ich finde, es sieht recht gefährlich aus für Schwarz. Absolut. Weil die Frage ist, wohin will Schwarz hochieren? Also wahrscheinlich jetzt wirklich nur noch lang. Ich würde erst mal so hier spielen, Kopfschütteln. Das gefällt mir. Das bringt nicht so viel nach 10. Diese Art Schach zu spielen gefällt mir. Ich weiß, Jahre im Belmont. Ja, Jahre im Belmont. Damit wird man Deutsche Nummer 2. Ich muss das ja ein bisschen lachen. Okay. So. Spannende Partie. Ja, scharfe Stellung. Strategisch sehr unausgeglichen. Langfristig steht Schwarz gut, aber er darf nicht matt gesetzt werden. Nächsten 20 Zügen. Wer weiß. Ich würde auch sagen, Jan, wir haben so viele Bretter. Natürlich, wenn jemand irgendwelche Fragen hat. Ich bin ein bisschen Baden-Baden voreingenommen. Deshalb kehre ich hier immer hin zurück. Ja, ja. Ich habe noch eine andere persönliche Präferenz. Und zwar ist das der Solinger Wettkampf. Ich bin ja nebenberuflich auch holländischer Nationaltrainer, Bonds Coach. Und wie der Zufall es so will, spielen fast alle Holländer bei Solingen. Ich vermute auch so ein bisschen örtliche Nähe. Van Veli packt das Auto voll und in zwei Stunden sind die da immer. Aber hier spielen Van Veli spielt bei Solingen. Smet spielt bei Solingen. Lamy spielt bei Solingen. Giri spielt bei Solingen. Ich glaube, ich spiele da nicht mit heute. Aber normalerweise muss ich mir nur den Solingen-Kampf angucken. Smet spielt, hast du recht. Nukiboy. Nukiboy ist schon auch alter Weggefährte von dir. Ich bin einer der weltgrößten Nukiboy-Fans. Ich wollte sagen, einer der wenigen. Vielleicht auch deswegen einer der weltgrößten. Das kann man nicht. Nein. Wir machen nur Spaß. Ich bin für mich persönlich ganz sympathischer Großmeister. Aber spielt auch sehr scharf. Riskiert immer viel. Hat auch im Walckernsee schon oft die letzten Plätze geschafft. Wurde immer wieder eingeladen. Hat sich ja auch in der Poker-Zene mal probiert. Weiß ich nicht, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, nicht so gut. Aber mit Kamski und Luk van Veli habe ich noch 86 in Innsbruck die Kadetten-Weltmeisterschaft gespielt. Wobei Jan mir jetzt mitgeteilt hat, dass Kamski noch mal drei Jahre jünger ist. Also ich einen 70-Jährigen... Kamski ist 74 geboren. Er war 12. Dann gegen euch. 15-Jährige. Aber bei mir war es auch so. Ich hatte Pono Majofte, war auch Jahre jünger. War Jahre jünger. Kamski ist auch nicht Weltmeister geworden. Weltmeister ist geworden, relativ souverän, Stephanson. Vor Michael Adams und dann vor Luke van Veli. Und Luthier, fünfter, Kamski, achter, keine Ahnung. Das ist gut zu wissen. Okay, gerne machen wir es. Wir werden auch immer bei vernünftigen Zubaden waren. Wenn wir da auch gerne eingehen. Du suchst sie wieder? Ne, ich habe versucht, hier... Achso. ...nicht nur Baden-Waden zu machen. Aber zack. Oho. So, Spray 5 kam, damit C7. Wie erwartet, Läufer F3 und Springer D7. Versucht die Lage sofort zu klären. Aronian gibt den Bauern Läufer hier von Zwischenzug. Die Dame hängt. Und Dame nach A5. Was ist jetzt los? Der Turm hängt. Muss also weggehen. Erste Frage nach A7 oder B8. Ich würde eher nach A7 gehen, weil ich dann vielleicht die Chance habe, wenn meine Dame angegriffen ist, dann nach C7 mit der Dame zu gehen. Und das ist natürlich jetzt alles sehr konkret. Und mittlerweile glaube ich doch, dass die Zeiten original sind. Die Zeiten stimmen. Alles klar. Und das ist ganz... Also bin ich mir ziemlich sicher, das ist ein sehr originelles Konzept. Macht mir Spaß, das auch zu sehen. Ja. Das wird jetzt der Georg Mayer, der nun, habe ich vorhin schon gesagt, weltgrößter Experte ist dieser Stellung, das wird er jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Brett gehabt haben. Ich glaube, jetzt soll es wieder noch in die Partie um sich eine Weile nicht aktualisiert, aber jetzt scheinen wir hier am Laufen zu sein. So, Jan, wollen wir mal anfangen. Das ist wirklich eine sehr spannende Schonke, da haben Sie recht. Ja, womit... Was wirst du machen? Turm B8, Turm A7? Ich hätte Angst auf jeden Fall, Turm A7 auch so instinktiv vom Lauflaufer C6, vielleicht Lauflaufer D7 zu haben. Aber ich weiß gar nicht, ob Weiß sofort was machen muss, oder ob man nicht einfach hier auch so A4 erst mal spielen kann. Das sieht gefährlich aus hier schon. Sieht super gefährlich aus. Hier kann man vielleicht noch die Notbremse ziehen, vielleicht da mit C7, Jan. Ja, ich dachte, die Notbremse sehe ich gerne. Was ist denn das für eine Notbremse? Nimmt raus, nimmt raus. Da kommt man aus dem Bauch. Geht nicht. Spannend. Also sehr schön. Das ist... Das sieht super gefährlich aus. Sieht da fast schon wie Erlegung von dem Problematurm B8. Ja, ich weiß nicht, ob das Thema ja schon durch ist nach Lauflaufer D7 oder so, aber ich gebe dir recht, es sieht kritisch aus. Turm B8 können wir auch probieren. Ich dachte, instinktiv Lauflaufer C6, Schach. Wird er den König nach E7 stellen? Ja, das ist die Frage, wie schlimm das ist. Vielleicht macht es auch Sinn, hier erst mal die Dame ein bisschen zu befragen. Dann, richtig, Dame nach... Ja, hier muss sie ja, sie muss ja auf dem Feld C7 bleiben, weil sonst habe ich Lauflaufer C6 und Dame C7. Also da wird die Dame über D6, B6 wahrscheinlich reingehen. Dame D6, Turm... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen. Turm D1, Dame B6. Das wird jetzt so eine Verteidigungsidee von... Aha, Lauflaufer C6, König E7. Ja, König E7, so war ich auch. Vielleicht nicht Turm B8, ja. Das sieht man noch nicht so richtig, wie man weiter kann. Der Trick, es schlägt damit der 8 matt, aber König E7, der weiß sich ein bisschen verrannt. Vielleicht geht das gerade noch. Aber auch das sieht kribbelig aus. Lass mir hier mal einen Schach einmal geben. So, jetzt König E7, ja. Und jetzt vielleicht Turm D1. Turm nach D1, genau. Verhindert, dass die Dame da reinkommt. Jetzt droht Turm E1, dann vielleicht Dame E4 und dann G3. Und irgendwann ist man halt bereit, auf C7 da einzusteigen. Das sieht fürchterlich aus. Also das sieht... Erster Impuls ist... Totale Verluststellung. Ich sehe gar keinen Zug mehr. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das hält, ich war nicht völlig sicher, ob Läufer D7 so schlimm ist. Achso, jetzt hier Läufer D7. Das sieht natürlich auch sehr hässlich aus. Ich dachte einfach schlagen. Zur Not hängt der Bauer auf A6. Und ja, ich kann erst mal einen Schach geben. Das ist auch schlecht gestern einfach. Das geht auch gar nicht. Bei Turm E1 und damit C7, das kann nicht gehen. Ja, das sieht auch. Dann ist es doch vielleicht die Variante, die wir gesagt haben, mit Turm A7 und dann Läufer D7. Turm A7, A4. Ja, A4 natürlich auch nicht. Einziger Zug. Auch hier kann man wieder für Turm D1 argumentieren, aber dann Dame C7 ist immerhin eine Ressource immer. Doch, aber dann wird der König nach E7. Achso, dann Dame B6. Dame B6 vielleicht dann. Ja, ich wusste nicht, wie schlimm das ist. Aber das Problem ist auch... Ja, aber das sieht sehr schlimm aus, weil man hat halt Dame C5. Ach, der hat Turm C7. Ich habe Turm C7 nicht gesehen. Dann ist das total... In welcher... In welcher... In 1-1 noch mal anderen. Turm C7 ist ja interessant. Bisschen gefährlich aus. Also nochmal langsam vielleicht. Das war... Was hast du gesagt? Turm A7. Ja, ich wollte A4. Wir diskutieren jetzt Läufer C6 Schach anstatt A4, was auch interessant ist natürlich. Der König auf E7, wenn da nicht sofort... Wo ist jetzt los? Sorry. Wenn da jetzt nicht sofort irgendwas passiert, dann steht der König auf E7 gar nicht schlecht. Er braucht noch einen Zug mit Turm D8 und dann ist das ganz normal, sich so zu entwickeln. Also wenn wir Läufer C6 machen, dann müsste das im Prinzip gleich was bringen. Und was war mit A4, sah ja überragend aus. Dann hat aber Jan noch hier gesagt, Läufer D7. Aber so wird es gespielt dann. Aber so wird es gespielt dann. Also... Weil ich sehe gar nicht... Na, ich sehe noch keinen Matt. Aber mich würde nicht wundern, wenn hier irgendwas funktioniert für Weiß. Na, einen Zug brauche ich noch. Ja, C4 wahrscheinlich wieder zurück. Habe ich auch überlegt. Das weiß ich nicht, ob man den nehmen kann. Geht vielleicht noch Turm C1 und Turm C5. Also man sollte sich auch versuchen, irgendwann mal zu entwickeln. Glaube ich nicht, dass man Läufer C4 machen kann. Prinzipiell glaube ich nicht. Turm C1? Sieht gefährlich aus, ne? Na gut, wissen wir nicht. Also es sieht so oder so gefährlich aus. Da hat Georg Mayer schön was zu lösen. Aber er hat glaube ich auch einen Zug schon gemacht, Jan. Weil da die Zeit läuft von A und Jan. Ja, lassen wir es nicht sagen. Ich glaube, die springt hier um. Ich glaube, so steht es. Dame A5, Turm A7. Also es ist passiert, Turm A7. Ist auf dem Brett und jetzt überlegt. Levon. Viele Kai-Daten, ne? Turm D1, Turm E1, A4, Läufer C6, Schach. Also ich mache in der Schung nicht gerne Läufer C6. Wenn es nicht konkret, wie gesagt, irgendwie gewinnt. Weil ich finde, dass dieser König auf E7, Hauptsache Turm kommt ins Spiel. Gut, wenn wir jetzt einen Weg finden würden, um konkret Material wieder zurückzugewinnen oder sowas, dann ist das okay, aber im Moment habe ich das nicht gesehen. Also super, also hier super spannend, sehr schön für uns. Da bleiben wir am Ball. Auch die Partie am Brett 1 war ja, hast du ja gleich gesagt, Jan, auch schon Ungleichgewicht. Sehr spannend, die Stellung. Da wird schon was geboten. Was haben wir hier? Oh, wir haben eine Ränkelkamera dazugekriegt. Sehr schön. Was will man mehr? Da sage ich aber, okay. Okay, diese trockenen Hamburger. Gut, Jan, geh mal auf Blühbaum bitte. Wo Blühbaum? Da, eins weiter. Ja. Aha. Blühbaum hat immer noch einen Blühbauern weniger, aber nach wie vor gute Kontrolle über die Stellung. Aber er hat dieses Fossilte, was wieder vorgeschlagen ist, hat er nicht gemacht. Ja, es hat mich auch gewundert, hier den C6 zu schlagen, das wäre ja ein Geständnis, dass er gar nichts hat. Ja, okay. Aber das ist doch gut, das ist doch mutig von ihm, dass er sagt, das eine ist vielleicht dann relativ tot Remi und das hier, das Spiel war. Gefällt mir. Ja, ich war auch nicht so sicher, wie tot Remi das andere war, aber das ist konsequent. Ich glaube, das weiß auch nicht, viel Risiko geht in so einer Stellung. Er hat zwar diesen Bauer weniger, aber für Schwarz ist es relativ schwer, was Aktives zu machen. Vielleicht möchte Vichy hier B4, Sprenger C3 andenken. Aber selbst wenn er, keine Ahnung, sagen wir, ich mache einen Quatsch, selbst wenn er alles schafft, was er gerne hätte, passiert immer auch nicht viel. Dieser Bauer hängt und was ich sagen wollte, sogar so eine Stellung, bin ich nicht sicher, wie schlecht der Weiße steht. Also wahrscheinlich nichts, was man will, aber mit diesem Springer und dieser Struktur im Zentrum hat Weiß eigentlich immer genug Kompensation, sowohl für den Bauern als auch für eine Qualle. Also ich glaube nicht, dass Blühbaum hier viel Risiko nimmt. Die Frage ist aber, wie ich hier unter Druck setzen kann, wo ich auch nicht sicher bin. Selbst wenn er diesen Bauern irgendwann kriegt, dann befreit sich die schwarze Störung halt immer. Ich glaube, es ist dynamisches Gleichgewicht. Ja, okay. Bei Auren, das läuft jetzt die 6. gekommen. Er hat das Schach gegeben, hat er A4 nicht gesehen. Hat er A4 nicht gesehen. Er kann ja theoretisch auch Läufer wie 5 machen, aber das können wir uns nicht vorstellen. Das glaube ich auch nicht. Mal gucken, jetzt muss Meier sich entscheiden, ob König E7 oder Läufer D7. Aha, auf Läufer D7, Turm D1, ja, das können wir mal ansprechen. Oh, mit allen Tricks, ja. Na, den Turm. So, das sieht sehr brutal aus. Das ist clever. Ja, müssen wir vielleicht trotzdem noch cool bleiben, König E7. Auch wenn es schwerfällt. Turm C7, ja. Man kann es kaum glauben. Achso, Turm E1 und das war es schon. Achso, in welcher Form? Geht hier Turm C6? Ja, vielleicht muss ich an meiner Zugreihenfolge arbeiten. Vielleicht ist Turm E1. Dann kommt Turm D7, so, und das ist geplatzt jetzt, weil jetzt kann ich danach da in D6 spielen. Und C5 hängt, das ist ja nicht nur ein Bauer, sondern König ist matt. Also, dann geht Läufer D7 nicht. Also, wir sind ja auch alle hier auch im Raum bereit. Okay, er war alles auch schlecht. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Gut. Wir sind ja auch bereit hier, wenn Jan und ich zusammen arbeiten, haben wir bisher uns immer darauf geeinigt, dass wir keinen Engine einsetzen. Ja, und auch wenn wir jetzt hier Live-Zuschauer haben, die uns zum Beispiel sagen, da wurde ein Bauern geopfert, sind wir dankbar. Wir agieren hier interaktiv, aber auch mit dem Publikum. Und das kann natürlich sein, dass wir uns hier aus dem Fenster lehnen und dann böse Fehler machen, aber die sind wir bereit zu machen. So, also vor allen Dingen die Leute, die hier mit uns analysieren in den Raum, die machen ja die Fehler auch mit. König E7, was machen wir jetzt? Dame B6, probieren wir mal. Ja, wieder Turm C7, weil sonst hängt C5. Jetzt erstmal die Dame vielleicht noch nicht reinkriegen, sondern Turm D1 vielleicht. Ja, klar, das ist jetzt eine Drohung, Turm D1 droht. Kann man Turm D8 spielen? Was sonst, ne? So, Turm D8. Das sieht alles sehr wackelig aus. Vielleicht Jan sogar riskant hier nochmal einfach F4 spielen. Jetzt gleich. Ja, König Heinz. Das ist ein Zwischenschach. Nur zur Illustration. Jetzt könne sich der Weiße hier bedienen und gewinnt. Ja, das sieht gut aus. Was ist das? Geht hier noch Dame F4? Dame C5. Dame C5. Alle Tricks. Ja, Dame C5 reicht. Turm schlägt F4. Und jetzt haben wir es geschafft. Kein legaler Zug. Gerade so. Gerade so. Dame A3 würde auch noch gehen. Naja. Gut. Also bisher finden wir nur herrliche Orientationen. Dame B6, Turm C7, Turm A, D1, Turm D8. Scheint nicht zu funktionieren. Aber, ja, die Frage, was sonst bleibt. Turm A1 und G3 ist eine Drohung. Vielleicht. Ja gut, aber es sieht auch schlimm aus. Läufer D7. Ja, aber da gibt es ja so viele Züge, die wir machen können. Selbst ganz prosaisch hier. Alles tauschen und Dame B7 Schach sieht schon. Ja, vielleicht sogar noch Dame B7. Das sieht nicht schlecht aus. Das Problem ist, die schwarzen Figuren, der König, ist einfach immer noch mitten im Zentrum. Das hält er nicht aus. Da mit C7 geht nicht drum, der 1. Ja. Das sieht, da muss er was leisten jetzt. Absolut. Das wird sich ja Aronian auch nicht unbedingt am Brett ausgedacht haben, oder? Jan, was vermutest du? Es ist immer schwer zu sagen bei Aronian. Er puckert auch viel von einem Ort, oder? Einerseits, ja, selbst auch wenn er es nicht kennt, spielt er gerne schnell und ist natürlich auch ein so begabter Spieler, dass er das auch einfach alles aus dem Ärmel schütteln kann. Andererseits arbeitet er natürlich auch wahnsinnig viel und hat Ideen, also es ist immer ein Ratespiel mit ihm. Hat ja auch seine Zuträger, ja. Natürlich, ganz Armenien. Ganz Armenien steht in der Aronian. Gut, sehr kritische Partie. Wo sind wir jetzt? Swidler, Swidler, die beiden Sekundanten. Na, die... Nielsen scheint die Partie nicht allzu blutig anzulegen, würde ich sagen. Sehr überraschend. Swidler, der jetzt entscheiden muss, aber hier, welche verrückten Sachen will auf dem Schläge E5 machen will. Aber es scheint alles recht ausgelegt zu sein. Wir haben so viele, ja, so viele interessante Partien, das war vielleicht die mal erstmal ein bisschen aus. Was mit Vincent Keimer, würde mich nochmal kurz interessieren, auch zu trocken für dich? So, was haben wir hier? So, hier Stellung verstehe ich nie. Ich denke immer, okay, sieht ausgelegt aus. Und dann so drei Zügel später habe ich irgendeinen Sprenger auf C6 im Gesicht. Und bin nicht mehr froh. Naja, hier hängt C4, muss er erstmal decken wahrscheinlich, C1. Vielleicht einen Springer nach D5 reinstellen. Und jetzt ist es das, was Jan meinte, der Springer ist im Gesicht drin. Aber wahrscheinlich geht das Läufer F6. Na, Läufer F6 gefesselt mir her. Dann ist B5 nicht schlau. E4 sofort. Ja, sieht eher unangenehm aus. Also, weiß ich nicht, ob das sich gelohnt hat, den Springer nach D5. Aha. Jetzt der BF3 wahrscheinlich. Vielleicht nimmst du auch die Tür mal andersrum, ich weiß es nicht. Na gut, aber es ist schon so, wie du sagst. Also, alles ist spannend, aber wir haben so viel wirklich gutes Material, dass wir uns da auch vielleicht ein bisschen konzentrieren werden. Wo ist das gute Zeug? Leite uns hin. Aha, okay. Machen wir die Auff gegen Schenkland. Schenkland, ja, einer der Newcomer, das letzten Jahres, kann man gleich sagen, hat die US-Meisterschaft gewonnen, dann das Turnier in Kuba. Da wäre es das Havanna-Capablanca-Memorial. Ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall zwei starke Turniere. Sich bei über 2,7 etabliert. Jetzt auch vernünftiges Weikernsee gehabt. Letztes Mal in Runden gewonnen gegen Kramnik und Nepomneschi, glaube ich. Also, ja, einer der Shooting-Stars der Schachwelt. Ja, und das Shooting-Star, in welchem Alter? Mit 30, glaube ich, ungefähr. Nicht so jung, ja, ich denke, 28. Ja, also das ist schon eine außergewöhnliche Leistung jetzt, der wie er nach oben gekommen ist. Mir wurde gesagt, dass er auch so ein, Anführungsstrichen, Agath-Schüler ist. Ja, also mit seinen Büchern auch viel trainiert hat und dass sie miteinander kommunizieren. Hat jetzt ein Schnellschach-Match gehabt, dieses großes Match, was er da relativ klar verloren hat, gegen Rapport. Ich muss sagen, ich würde volontieren für diese Matches. Ich glaube, Sieger kriegt 36.000 Dollar, Verlierer 24.000 Dollar. Würde ich relativ klar gegen Rapport auch verlieren für die 24.000. Du auch? Also ich führe 1-0 gegen Rapport. Okay. Tut mir leid, aber du meinst halt, das ist egal, oder wie? Wie meinst du das jetzt? Ich meine, das ist eine sehr nette Förderung des US-Schachs, dass diese Matches organisiert werden. Auf jeden Fall. Mit so einem Preisform für drei Tage Rapid-Match, Sieger 36.000, Verlierer 24.000. Ja. Hat, glaube ich, auch einen Schenklern nicht alle Tage. Nee, 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 nee. Nein, das ist ja eine große Förderung. Die Frage ist ja sowieso, worüber wir uns auch mal unterhalten, gerade wenn wir jetzt in der Öffnung noch ein paar Phasen haben, wohin die Zukunft des Schachs sich bewegt. Weil ich bin jetzt auch öfter mal angefragt worden, jetzt für die Berliner Studios da, mich zu kommentieren für dieses Weltmeisterschaftsmatch von Kramnik und, Quatsch, Karuana und Kasen. Und da haben die Moderatoren und die ganzen Leute, die da gealtert haben, die haben mich immer gefragt, wieso gehen denn alle Partien Remis aus? Und die zweite Frage war dann immer, wieso dauert denn eine Partie so lange? Und das hatte dann jetzt bei dieser allgemeinen Masse auch eher einen negativen Klang, dass diese zwölf Remisen nicht gut angekommen sind. Wobei ich das ja fand, dass es sehr kämpferisch war von beiden Seiten. Aber die Frage ist, wie oft kann man sich das jetzt leisten für die Zukunft des Schachs, wenn so eine Matches zwei Wochen gehen und die dann an einem Tag entschieden werden, weil praktisch entweder 1-1 nach Gewinnpartien oder 0-0 nach Gewinnpartien ausgegangen wird. Und ich denke halt, dass sich das jetzt so entwickeln wird, schon vielleicht für das nächste Match, dass die Bedenkzeit verkürzt wird. Und da ist halt die Frage, in welcher Form. Es gibt Turniere, wo die mir jetzt gesagt... Was wurde dann diesmal gespielt? Wurde ganz normal, zwei Stunden 40, eine Stunde plus nochmal. Das war lange Bedenkzeit. Lange Bedenkzeit. Eine Partie konnte bis sechs Stunden dauern. War ja die erste Runde, glaube ich, war ja so. Sieben dann, ne? Ja, sieben dann. Und es gibt jetzt Turniere, wo sie machen 1,30 plus immer diese 30 Sekunden Increment, aber 1,30 ohne, dass dann nach dem 40. Zug nochmal irgendeine größere Zahl raufgesetzt wird. Und dann wird eine Partie, weiß ich, vier Stunden dauern maximal. Und das halte ich auch für angemessen. Die Leute sind unglaublich prepariert. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich kaufe mir die alten Schachzeitungen sozusagen sammeln und lese die Kommentare. Ja, wie sie vorbereitet sind. Und die Leute hatten kein Internet. Sie haben ihren Schachinformator gehabt, dann irgendeine Zeitschrift, die drei Monate später rausgekommen ist. Und die haben sich schon damals beschwert, dass sie eigentlich zu wenig Zeit haben. Und jetzt ist ein anderes Niveau. Die Leute sind unglaublich prepariert. Und das ist auch das Problem für Magnus Carlsen speziell, weil die meisten sind zufrieden, wenn sie Remis spielen. Und er versucht irgendwie eine spielbare Stellung zu bekommen. Und holt sich ja auch ab und zu mal ganz schön in eine Delle. Ja, ich weiß noch, wie er gegen Savic verloren hat. Ich weiß nicht, vor drei oder vier Jahren bei der Olympiade. Er versucht halt irgendwie zu gewinnen. Und je kürzer die Bedenkzeit ist, desto klarer, auch wenn er jetzt nicht Blitzweltmeister geworden ist, desto klarer ist aber dann die Überlegenheit von Carlsen. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jan, ich würde auf jeden Fall auch für meine Mannschaftskämpfe. Ja, es spielt ja keine Rolle. Ich spiele jetzt in der zweiten Liga. Da spielen wir dann, also das System hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber wir spielen praktisch eigentlich immer Sonntag eine Partie. Ich fahre nach Hamburg, sechs Stunden, dann habe ich vielleicht verloren und bin total gefrustet und hätte gerne eigentlich noch eine Partie gespielt. Und das geht aber vielen jetzt im Berliner Schacht, die ich persönlich gut kenne, ob egal, ob das eine 1600 ist oder eine 2-1. Da machen auch viele, spielen fünf Stunden lang eine Partie. Dann ist die Partie vorbei und es hat ihnen vielleicht dann gar nicht so viel Freude gemacht. Da ist die Frage jetzt vielleicht auch in diesem Turnier, hier in diesem Saal, wie das Verhältnis ist. Bei mir, in meinem Bekanntenkreis, ist es eher so, dass die Leute die Bedenkzeit verkürzt haben wollen. Ich sowieso, ist klar, deutscher Blitzmeister, Schnellschach war immer mein Metier. Aber es macht mir persönlich auch viel mehr Spaß. Ich spiele gar keinen Turnierschach und freue mich morgen zum Beispiel auch nur auf das Blitzturnier. Egal, wie ich abschneide, ich möchte spielen. Und das ist jetzt eine Frage bei mir. Ich bin Amateur, das soll bei mir halt Spaß machen. Die meisten Spieler sind aber Amateure. Aber selbst im Weltschach ist es, glaube ich, jetzt mittlerweile ein Problem. Dass einfach die Leute so stark gewonnen, was ist denn vorhin in zehn Jahren? Wie lange war Ding, Lieren, unbesiegt, Jan? Über 100 Partien, glaube ich. Ich glaube, genau 100 Partien. Genau 100 Partien. Das war jetzt ja mein Vortrag. Was sagst du dazu, Jan? Du bist ja vielleicht eher ein klassischer Vertreter, oder? Ich habe keine so starken Meinungen. Es gibt ja immer Aufschrei. Egal, was man sagt, wenn es um Änderungen geht. Also zu deiner Zeit in den 60ern, die hat noch mit Hängepartien gespielt. Richtig, zu meiner Zeit. Das ist ja Scherzi hier. Das wurde auch relativ schmerzlos abgeschafft. Ich glaube, es gab damals auch noch zweieinhalb Stunden für 50 Züge und so weiter. Also die Bedenkzeit wird ja schon immer kürzer. Ich persönlich würde mir auch für so ein WM-Match, ich glaube, es würde sich keiner beschweren, wenn die Jungs, sagen wir, 90 Minuten plus 30 Sekunden spielen für die gesamte Partie oder irgendeine Zeitkontrolle, wo es halt maximal vier Stunden dauern kann als sieben Stunden. Und vielleicht gerade wegen der Massentauglichkeit hast du dann eher ein Argument. Wenn ich mir mein Basketballspiel nachts anguckt, hätte ich auch keinen Bock, wenn das sieben Stunden dauert. Also das drei Stunden kann man manchmal finden, aber selbst das ist schwer genug. Warum sollte das bei Schach jetzt so anders sein? Andererseits bin ich natürlich auch ein bisschen Purist und finde es spannend, hier die Eröffnungsduelle und die Neuerungen und die Ideen und die Strategien zu verfolgen, die natürlich manchmal ein bisschen klarer implementiert werden können. So ein Caruana ist unglaublich stark, ist aber auch so unglaublich stark, wenn er die Zeit hat, halt zu rechnen. Und dann, dass man ihm in der Eröffnung halt nicht irgendwie bluffen kann, weil er dann halt die Zeit hat, das halt zu berechnen und zu widerlegen, was er mit weniger Zeit vielleicht nicht mehr hätte, was in dem Fall Karsen zugutekommt. Aber man kann argumentieren, dass das auch ein schöner Teil des Schachs ist, das auf so hohem Niveau zu sehen. Also ich bin immer ein bisschen hinterhergerissen. Als Zuschauer oder als Kommentator wünsche ich mir, glaube ich, auch kürzere Partien. Als Eröffnungstheorie-Forscher, wie auch immer man es nennen will, Enthusiast, finde ich es interessant zu sehen, dass die Jungs auch genug Zeit haben, um das zu implementieren. Aber ich glaube, massentauglichkeitsmäßig, selbst Karsen hat ja gesagt, Karsen würde sich wünschen, was natürlich auch ihm zugutekommen würde, vier Schnellpartien an einem Tag zu spielen, Viertelstundenpartien. Und natürlich wäre er in dem Modus noch dominanter, aber kann man auch drüber streiten, ob das nicht interessanter wäre zu sehen. Ich denke, dass Karsens Wort auf jeden Fall auch Gewicht hat. Das ist einfach der Zugpferd Nummer eins mit Abstand. Und wenn er darüber nachdenkt und darüber redet, wird, also ich vermute, obwohl das jetzt noch nicht offiziell ist, es wird eine Veränderung der Zeit geben beim nächsten Match. Wie weit das ist, das wird ein Kompromiss vielleicht werden, aber die werden es auf jeden Fall verkürzen, so dass diese ganzen TV-Sendeanstalten dann eben nicht darüber meckern, warum zwölf Partien hintereinander, denen waren ja schon fünf Remisen hintereinander zu viel. Dieses Remis-Ding ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, hauptsächlich marketingmäßig, dass wir, glaube ich, 22 Remisen aus den letzten 24 Partien hatten, ist aber auch viel Zufall oder wie kleine Sample-Size mit im Spiel, glaube ich. Also dieses Match, wenn wir uns erinnern, erste Partie steht Karsens mit Schwarzverli auf Gewinn. Wenn er die Partie gewinnt, dann sehen wir ein ganz anderes Match. Das Match davor, auch Partien 3 und 4, stand Karsen absolut auf Gewinn gegen Kajakin. Also es war, die hatten natürlich auch viel Verteidigungsleistung und Schach hat eine hohe Remis-Breite, aber ich glaube nicht, dass das gängig ist, dass wir diese zwölf Remisen sehen werden. Was wollte ich sagen? Ja, ansonsten ein Kritikpunkt, den ich häufig gehört habe, ich weiß nicht, ob du auch, war, dass es zu viele Ruhetage gibt. Als Sekundantfilmer die Ruhetage natürlich super, weil man ein bisschen Zeit hat, an den Eröffnungen zu arbeiten. Aber ich habe häufiger gehört, ja vielleicht mehr Partien, kürzere Bedenkzeit und weniger Ruhetage auch. So bei einem so super Turnier hast du meistens einen Ruhetag in neun Runden. Die Jungs hatten eigentlich, ja, mindestens zwei Partien, dann einen Ruhetag, am Ende sogar eine Partie, Ruhetag und noch eine Partie. Okay, vielleicht läuft es auch sowas hinaus, ein bisschen weniger Zeit, dann 16 Partien statt zwölf. Richtig, richtig, das wird auf jeden Fall angesetzt. 16 Partien, achso, 16 Partien mit verkürzter Bedenkzeit, alles klar. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht. So, wir wollen hier um, ich weiß gar nicht, wie wir abgeschweift sind von Herrn Schenkland. Achso, wie Schenkland nach vorne gekommen ist und dieses Rapid Match dann verloren hat. Das ist ja eine sehr originelle Eröffnung, also Struktur meine ich jetzt hier. Ist ja auch, was sagst du, Jan, man muss ja gar keinen anderen neben sich haben, außer Jan, das reicht ja vollkommen. Du weißt genau Bescheid, was hier los ist? Die Variante kenne ich nicht so. So, Bisläufer E6 habe ich häufiger gesehen. Turm D1 ist ja der Hauptzug. Sprenger E5 wird auch hin und wieder gespielt. Galt seinerzeit, ich habe das länger nicht angeguckt, als nicht so gefährlich. Und ich bin nicht ganz sicher, ob man mit Jarov hier versucht, ihn zu bluffen oder ob er eine neue Idee hat. Der Spiel ist sehr scharf, auf jeden Fall. B schlicht C, damals gesagt, das kann man natürlich auch machen. E4 versucht sofort, die Schrank zu öffnen. Das Problem ist nur, dass dabei das Ganze natürlich auch ziemlich verflacht. Wenn Schwarz jetzt noch dazu kommt, hier auch gerade zu spielen, hat er überhaupt kein Problem. Deshalb weiß ich nicht genau, was die Intention ist. Läufer F3, sagen wir, ich roche hier. Der will wahrscheinlich schlagen, ne? Ist das so viel? Ich nehme hier, keine Ahnung. Komische Stellung. Vielleicht nimmt er auch gar nicht auf H2, sondern kann einfach auf C6 nehmen und dann... Schlagen Turm C8, dann D5, habe ich nicht gesehen, wie es weitergeht. B7 hat mich gestört. Das ist auch störend. Okay. Kann man auch nicht machen. Also dann das forcierte, was ist das hier? Bauer D4 geht halt auch nicht wegen Damen C7. Läufer C7, dann hängt der Turm auf A8. Läufer Schach, ja. Gerne wegnehmen, aber ich sehe hier auch noch nichts... nichts Sauberes. Vielleicht denkt Schenklein deshalb länger nach, ob er hier mit Rochade durchkommt oder aber irgend so wie Turm C8 machen muss, der aber hässlich aussieht natürlich. Der sieht hässlich aus. Dann kann man wahrscheinlich rausnehmen auf C5 und mit Läufer F4 weiterspielen. Bauernstruktur, Eröffnungswehr, das... Du hast ja gesagt, du weißt nicht, ob er blufft, ob das vorbereitet ist oder ob er sich das... Ah ja, okay. Also Läufer F3 hat ja lange nachgedacht, okay. Aber wir wissen ja nie so genau, ob wir Updates verpasst haben. Aber es scheint so, als würde diese Stärkung auf dem Brett stehen. Na gut, auch das ist eine spannende Partie von der Struktur her. Ja, ich kann auf den ersten Blick nicht sehen, wie schwarz ausgleichst. Es fühlt sich an, als sollte er sehr nah sein am Ausgleich. Aber wenn das funktioniert, dann funktioniert es. Vielleicht muss man hier irgendwelche ganz langfristigen Geschichten machen. Ich tage mal E7 oder so, aber das sieht eigentlich nicht richtig aus. Ich sehe es nicht. Schlagen, König H1. Weiß behält immer ein bisschen Druck. Da haben wir schlägt C7, Läufer C7, Bauer schlägt C5. So dachte ich, das sieht aus, als würde es verflachen. Turm E1, Läufer... Ja, haben wir noch ein bisschen, vielleicht C6 jetzt. Nö, das geht noch weiter. Ohne Turm E1, weil dann Läufer D4 vielleicht geht. So. Ich muss erst mal Material ziehen, Bauer mehr. Okay, Läufer sind super stark von schwarz. Aber der Bauer, der bleibt aber auch schon vielleicht, wenn jetzt nicht Turm D8 und Läufer D5 geht, bleibt der auch länger. Puh. Ja. So oder so, also weiß, Läufer A3, ja, wissen wir nicht. Also schwarz muss arbeiten. Schwarz muss arbeiten, um den Ausgleich zu zeigen. Und egal, was man so analysiert oder was das Engine zeigt, das muss man sich erst mal am Brett erkämpfen. Schwarzarbeit. Schwarzarbeit? Ah ja. Gut. Wieder zurück. Wir wollen Aronian sehen. Wollen wir mal hin. Aronian. Du willst kein Ragger, ne? Du willst immer nur Levern. Naja, das war ja super spannend. Vielleicht ist die Partie hier schon vorbei. Okay, okay. Ragger, österreichische Nummer 1, das können Sie ja auch sehen. Ja, ja. So, was ist passiert? Ui, 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 ui. 25 Minuten, wir sehen, was hier Sache ist. Ich traue dem Friedenschwer nicht. Doch, doch, doch. Ist das wirklich so? Ja gut, müssen wir bei anderen Brettern sehen. Für die E7 war der einzige Zug, oder nicht? Nein, ja gut, okay, da hast du natürlich recht. Aber jetzt sehen wir bei den anderen Brettern. Zeig mal die Zeitverteilung. Oder ist es immer nur auf die Partie, auf die wir raufgegangen sind und das dann irgendwie ein Problem ist? Vielleicht kriegen wir aber nur alle halbe Stunde hier einen 9-Zug. Ne, wo waren wir denn? Zum Beispiel nehmen wir nochmal die anderen Partie. Oder Leko, ist ja egal. So, da waren wir ja auch drauf. Ah, hier haben Sie ein paar Züge gemacht, ne? Nicht viele, aber so F6 und so. Naja, dann können wir schon ein bisschen davon ausgehen, dass die Zeit richtig ist. Das ist ja vielleicht auch gar nicht unwahrscheinlich, dass der Georg Mayer... Das erinnert mich sehr stark an die Partie letztes Jahr zwischen Rapport mit Weiß gegen Matthias Blühbaum. Ein Franzose, auch ein Franzose, wo er so eine unkonventionelle Zugreinfolge gewählt hat, der Rapport. Und nach, glaube ich, 18 Zügen hat Matthias Blühbaum aufgegeben. Ja, und wie viele Züge haben wir, Jan? 17. Die stärkeren Spieler spielen? Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Bei Lewon haben wir vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Er blufft auch gerne, selbst wenn es nicht Heimvorbereitung ist, um viel Druck auf den Gegner zu machen. Da ist es durchaus Strategie, selbst wenn er aus dem Buch ist, schnell zu spielen, um den Gegner nachdenken zu lassen. Ansonsten kann man vielleicht argumentieren, dass stärkere Spieler auch Favorit sind, besser vorbereitet zu sein und deshalb in der Öffnung ein bisschen schneller spielen würden. Aber ich glaube, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen geringerem Bedenkzeitverbrauch und Elozahl. Oder keinem, von dem ich wüsste jedenfalls. Naja, gut, also diese Störung ist auf jeden Fall sehr kritisch und ich glaube, dass die Bedenkzeit sehr wohl stimmt. Ja, das kann gut sein. Und er halt hier das Problem hat, einfach nur schlechte Züge sieht. Was haben wir da gesagt? Da wollten wir Turm die 1 haben. Turm die 1 haben wir können es noch gesehen. B8. Turm schlägt die 7. Willst du jetzt noch was sehen? Turm schlägt der Turm die 1? Jetzt haben wir genug gesehen. Das reicht noch für einen nahen Muschel in der zweiten Liga. Ja, aber hier in der Störung, da muss man stärker spielen. Deshalb bin ich ein bisschen überrascht, weil Schienerslaufer der 7, Turm der 1 einfach nicht geht. Und dann spielt man normalerweise König E7, auch wenn es nicht schön ist und hofft auf das Beste, weil andere Züge gibt es ja nicht. Was haben wir da noch? Ich habe alles komplett vergessen, was haben wir da gesagt? Ja, das habe ich auch schon mal vergessen. War es da in B6 zuerst, damit eben okay, dann Turm C7. Und dann Turm der 1 irgendwas gemeint war. Und dann Turm der 1, furchtbar. Das sieht auch nicht cool aus, ne? Jetzt haben wir noch versucht, Turm der 8, haben wir das noch versucht? Das hatten wir letztes Mal. Und dann haben wir F4 gesagt, ja? F4 und wir waren nicht zufrieden mit der Gesamtsituation. Ich meine, ganz ehrlich, das sieht man, glaube ich, sehr, sehr selten. Der Georg Mayer gilt als sehr sicherer Spieler, der seine Eröffnungen auch sehr explizit vorbereitet, eben die Struktur sehr gut kennt. Das ist ein herber Schlag. Also zu verlieren gegen Levon ist ja nun, er ist sowieso Außenseiter, aber wenn das jetzt auf diese Art und Weise passiert, Hut ab. Ja, man könnte auch argumentieren, dass wenn es passiert, dann meistens auf diese Art und Weise. Was die schon mal so, oder? Zweimal gegen Nepomneschi, auch in diesem Rubinstein zum Beispiel. Die Top-Leute bereiten sich natürlich auch sehr spezifisch darauf vor. Und da ich das mal ja, diese Strukturen und Endspiele und so weiter, alles so gut kennt, wenn er aus der Eröffnung rauskommt, dann sollte er es normalerweise überstehen. Aber hier ist er sehr direkt unter Druck gelaufen. Hier ist kein Endspiel, okay. Ich habe hier auch nicht alles verstanden, in dieser Phase haben wir nicht viel Zeit, verbracht, aber statt B5 zum Beispiel, Läufer D7, sah ja auch naheliegend aus, um das zu entwickeln. Na gut, dann wahrscheinlich rausnehmen und vielleicht da und B3? Ja, aber all sowas im Vergleich zur Partie. Nehme ich doch mit Kusshand, oder? Du kannst auch Turn B8 spielen, glaube ich. Ja klar, nehmt er alles mit Kusshand. Na das könnt ihr jetzt aber schon mit Dahlen B7, was macht man dann? Wollen wir hier wollen. Ist aber auch vielleicht schon ein bisschen kritisch von mir eins. Ja, ja, ich behaupte nicht, dass das gewinnt, aber wie du sagst, es gab... A4, A6, A6, okay, wissen wir nicht. Also es ist auf jeden Fall... Kann sein, dass es auch schlecht ist, ich habe mich nur gefragt. Bitte? Kann sein, dass es auch schlecht ist für Schwarzes, ich war neugierig. Na gut, wir kennen den Zeitnot, jetzt wirklich Zeitnot, wir kennen den Zeitverbrauch nicht. Also da wird schon genug Zeit da investiert haben. Wo sind wir denn sonst? Dann haben wir natürlich Lego. Der mutige Lego. So. Zeig uns doch mal diese fantastischen Bilder, Jan, die du da siehst. Welche fantastischen Bilder? Kriegt man das da nicht da irgendwie mit einem Doppelklick mal hin, dass man sieht, wie die da sitzen? Ja, die Lego-Camp haben wir, aber... Reicht nur dieses kleine Fenster, ja? Ich kann das größer machen, wenn wir das haben. Ja, möchte ich, möchte ich. Das ist dein alter Freund Gatter, unverändert, seit 1986. Nein, das ist vollkommen falsch. Also komplett verändert. Brille weg? Also es war ja keine Brille, die er damals auf der Nase hatte, sondern ein Panzer. Okay. Erstes Mal damals in Westen wurde er begleitet, stand in allen Tageszeitungen. Weil ich glaube, bei irgendeinem Simultan hat er, glaube ich, Kasparhoff dann geschlagen gehabt. Da läuft gerade eine Schülerin von mir durchs Brett, Jessica. Durchs Brett? Ja, am Brett oder keine Warnung, durch die Kamera. Kamski auf jeden Fall, ganz anderer Look. Ohne Brille. Ich glaube, er hat sich, so wie ich mal gelesen habe, die Augen operieren lassen, Laser und so weiter. Modischen Langkaarschnitt, früher Stoppelhaare. Tja. Ist das wieder im Kommen hier in Berlin auch? Berlin geht ja so ein bisschen als Vorreiter auch in der Modeszene. Viele lange Haare wieder unterwegs. Also ich kann dir nur eins sagen. In Hamburg kommt das ja mal zehn Jahre später an. Okay, okay. Das ist eine gute Frage, Jan. Das zeugt auch von den nötigen Respekten über Berlin. Absolut, absolut. Und ich freue mich schon, du solltest heute mal ein bisschen so in Neukölln, Kreuzberg, so ein bisschen bummeln gehen mit deinen Schuhen. Mit dem lässigen Look, mal sehen, wie schnell die Leute anspringen. Machen Sie eigentlich zu kurze Haare? Kriege ich Ärger. Nee, die kurzen Haare machen es gar nicht. Die Leute sehen das gar nicht. Aber deine Schuhe, die sind also wirklich, die sind so um die 2,650 Elo einzuschätzen. Die Schuhe gefallen dir, ja? Ja, die gefallen mir sehr. Das ist klar. Und die werden dann auch in Kreuzberg auffallen. Ja, aber ich glaube, da haben wir gar keine Zeit für. Und die spielen ja erst recht nicht. Für Kreuzberg Spaziergänge? Für Kreuzberg Spaziergänge. Das ist Kreuzberg, so ein heißes Pflaster jetzt mal unter uns. Wir haben ja 70.000 Fernsehserien immer, wo alle so tun. Kreuzberg kann man sich nicht hintrauen. Kreuzberg ist anders. Vier Blocks, Docks auf Berlin, sonst was. Ich war häufig genug in Kreuzberg. Ist doch nicht schlimm da. Nee, ist nicht schlimm. Korpus-Athora ist ein bisschen nervig. Köln ist vielleicht teilweise ein bisschen schlimmer. Ich wohne sowieso komplett woanders. Ich habe damit gar nichts zu tun. Verstehe, verstehe. Und du ja auch nicht. In Hamburg, du bist ja auch weit weg vom Schuss. Du weißt ja, ich bin ja Vorstädter. Ja, im Wald. Herr Gustafsson, bunt im Wald. Mit einem Riesenhaus. Idyllisch gelegen. Fantastisch. So sieht das aus. Da hat man als Kommentator seine eigene Etage und wird bewirtet vom Feinsten. So Jan, was sagst du bitte zu dieser Stellung hier? Welcher? Karuana mit Schwarz gegen Peter Leko. Ich denke, dass Leko sich sagt, Peter, du Vollidiot. Da wolltest du stolz sein und hast die Zugwiederholung verhindert. Und jetzt kommt hier Karuana an mit seinem Läuferpaar, mit seinen 2,850, mit seinem H&G-Bauern. Und ich, der der ganze Tag mit Keimer rumhängt, seit Jahren keine Turnierpartie gespielt habe, versuche jetzt das hier auf Gewinn zu spielen. Was hast du dir dabei gedacht? Jan, hat das irgendwas mit dir zu tun, diese Gedankengänge, die du gerade da impliziert hast? Ich kenne Leko gut. Ich habe ein Jahr für ihn gearbeitet. Okay. Also die Stellung ist auf jeden Fall hochinteressant. Schwarz bricht hier alle klassischen Regeln, die ich versuche auf meiner Schule den Schülern zu vermitteln. Also keine Hochhade und zwar ansatzweise die nächsten 20 Züge nicht, keine Ahnung. Immerhin das Läuferpaar, ich Solani auch noch. Normalerweise kann man das gar nicht glauben an dieses, wenn es nicht Karuana wäre und ich würde das in meiner AG sehen, würde ich erst mal schimpfen mit dem Schwarzen. Warum? Weil, ja, verstehe ich das so. Das ist nicht klassisch, Schwarz steht wahrscheinlich. Das ist jetzt eine ganz andere Herangehensweise an Schach. Das ist ja auch konkret. Ja, dass die Figuren da ein bisschen greifen. Der Läufer auf D3, der ist halt. Ja, aber Weiß haben ein bisschen Konkretärger, oder? Ja, Turm C8. Wie entdeckt man den Punkt D3? Wohin geht der Springer von G3, wenn er angegriffen wird? Ja. Hier ist Weiß dran. Nee, Schwarz ist dran. Weiß ist ja gerade hochiert. Okay, Zeitverbrauch halbe Stunde, 40 Minuten, gut. Kann man hier auf der Fabi-Camp was sehen. Fabi-Camp, da kann man hier wieder erkennen. Haben die dieselbe Stellung? Siehst du dieselbe Stellung da? Ich gucke mal. Auf jeden Fall ähnlich. Ja. Ja, sieht so aus, ne? Aber das wundert mich jetzt ein bisschen, weil müsste ja die Cam irgendwie langsamer sein, weil der hat ja jetzt gerade erst den Zug aufgeschrieben. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Ja. Machen wir mal Turm C8 dazu. So, Turm C8, komm. Ja. So, droht natürlich jetzt konkret erstmal gar nichts. Warte mal ein. Vielleicht, Jan, einfach mal Springer B3. Damit C3 hatte ich Angst vor. Oh, damit C3. Probier mal, damit C3. Sehr konkret. Weil ich nicht sicher, ob ich hier D4 machen kann. Der Turm hängt. Und wegziehen will ich ihn eigentlich nicht. Aber ich wüsste nicht, wohin. Ja, aber das gefällt mir gar nicht so sehr. Nimm ich raus auf D4. E-D musst du machen. Springer A4. Wo geht denn die Dame hin? Springer B3, Springer A4. Wo geht denn die Dame hin? Hat kein Feld, ne? Ja, dann haben wir das doch geklärt. Okay. Verwehrend. Aber Dame ist weg, ne? Dame ist weg. Okay. Am helllichen Tag. Also, nicht Dame C3. Springer B3. Machen wir da einen Zug. Springer B3. Viele Möglichkeiten. Erstmal H4. Ja, stimmt. Vermute, der Springer geht nach vorne, ne? Mhm. So, wenn sich jetzt natürlich ein paar Figuren tauschen bei der Konstellation. Einfach mal so allgemein das zu nehmen. Wir machen jetzt Springer B3, Dame B3, Läufer F5, Dame B5. Irgendwas in der Richtung. Diese Tausch, das bringt Weiß voran. Weil es ist ein Isolani auf dem Brett. Schwarz kann ja später vielleicht mal aufs Läuferpaar tauchen. Aber das ist das Problem. Das ist das Problem. Dass diese Figuren-Konstellationen mit der Dame, Läufer, die D3, was sie schon sagt, und Springer auf F5, dass die wackelig sind. Vielleicht geht der Springer auch nach E2. Muss wahrscheinlich, ne? Das sieht natürlich passiv aus. Naja, die Frage ist ja allgemein, ob wir daran glauben können, dass da ein Angriff stattfindet am Königsflügel. Na, wir probieren erstmal sehr nicht unsere Ball. Also ich glaube natürlich gar nicht dran. Wenn wir jetzt H3 machen, wir haben eine neue Schwäche auf E3. Da kann die Dame nach G5 gehen und da ist noch ein Schwachpunkt. Ja, ich hätte eher den Angriff ein bisschen gewagt zu unterschätzen. Sieht gefährlich aus, finde ich. Oh, okay. Also natürlich erzwungen, es gibt auch hier die Alternative immer H3 zu spielen, den Fall ins Fleische zu installieren. Aber dann kann weiß nicht gleich konsolidieren. Also G3 sieht schon spannend aus. Ich weiß nicht, ob weiß hier F4 oder irgendwas spielen kann. Das sind alles. Doch, probieren wir mal F4. Warum nicht? Gut, das Problem ist immer, dass dieser Abzug des Springers irgendwie nervig ist. Aber wir sehen das jetzt natürlich nicht konkret, also wohin der Springer abziehen kann, damit es ein wirkliches Problem gibt. Ja gut, König H2. Wenn man zu der F5 kommt, kann es umgekehrt schnell platzen. Jetzt brauchen wir einen guten Zug, ja. Wieder einen normalen Zug, damit die 1. Ich weiß nicht, ich traue der weißen Stellung nicht über den Weg, aber du hast natürlich recht. Wenn man hier zwei Züge machen kann, kann das auch gleich wieder ganz anders aussehen. Ja, konkret könnte man noch zum Sparspringer G3 machen. G3, H3, F5, so viele Möglichkeiten. F5 ist mir zu langsam. Okay, jetzt brauche ich noch den einen Zug, kann ich, achso, G3? Bringt nicht viel an, hast recht. Okay. Gut, da kann man sich nicht überlegen, ob man die Qualität opfert mit... Ja, du kannst trotzdem F5 spielen. Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht genug, ja. Hier also normale Züge machen, nicht F5 spielen, die Qualität vielleicht sogar Opfer mit Springer D4, aber einfach einen Turm wegziehen. Wohin? E1? F2. Ah, es ist super konkret. Sehr schwer abzuschätzen. Sehr scharf, aber ich glaube an Schwarz. Glaube ich auch vom Gefühl. Also ich würde lieber mit Schwarz spielen, die Initiative. Also eine richtige Drohung für das weiß erst mal nicht aufstellen. Da ist aber was passiert. Was ist das für ein Zug? Ja. Will Dame C3 verhindern? Ja, da haben wir ja drüber gesprochen, dass das nicht gehen tut. Hat er unseren Trick übersehen? Das glaube ich nicht. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube ja, Jan, der wird ihn allgemein einfach entwickeln, die Dame nach F6. Ja, ja, das kann man ja machen, aber Turm C8 sah nach einer höheren Priorität aus als Dame F6, finde ich. Man weiß ja auch nicht. Die Dame hier in dem Varianten konnte sie direkt nach H4, manchmal nach G5 gehen. Also ist ein anderer Ansatz. Er will Turm C8-Läufer G7 vielleicht spielen, einfach positionell. Naja, er will vielleicht, ist mir gerade eingefallen, vielleicht will er auch das Feld F5 ein bisschen mehr kontrollieren. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas übersehen haben, dass er nach H4 mal geht. Achso, so Turm C8-Läufer F5 oder so. Irgendwie sowas, ja. Vielleicht. Weiß man immer noch nicht, ob das geht wegen Springer E4. Ja, ja, ich war auch nicht sicher. Auch hier ist ja ein legaler Zug. H4. Schlägt. Schlägt. Was ist hier los? Kann man sogar Läufer D5 spielen. Dame H4. Dame H4, FG kämpfe ich noch. Ja? Naja. G3, kannst du decken, ja. Läufer D6. Springer E4 vielleicht sogar, weil Schach ist. Achso, so auch. Der G2 ist gedeckt. Okay. Aha. Wilde Varianten. Also sehr viele Varianten. Mir gefällt immer noch Schwarz noch. Ja, mir auch. Mal gucken, wie. Fabi ist immer schwer, zu viel vom Minenspiel abzulesen. Ja, ja. Vielleicht können wir, war er was? War er lieber und ist was passiert? Okay. Ist weitergegangen. Hat er einen Zug gefunden? Georg Mayer hat einen Zug gefunden. Okay, er hat ja nur vier legale Züge. Er hat König E7 gezogen. Es kam so, wie wir es prognostiziert haben. Und hier nach F4 wollten wir aufgeben, oder? Machen wir noch mal. Jetzt sind sie ja konkret jetzt. F4. Unsere Variante war irgendwie so. Also eigentlich wollen wir ja nie Schachs geben. Vielleicht muss man, achso, man muss ja einen Schach geben, weil C7 hängt. Der Turm hängt. Turm D1 als Zwischenzug bringt uns auch nichts, Jan. Naja, wir haben einen Zwischenschach. Nee, vorher, vorher, vorher. Und dann, damit steht der F4. Wann, wo wir? Achso, nee, geht ja nicht, weil, Entschuldigung, F1 ist gedeckt. Ich dachte, Turm D1 jetzt als Zwischenzug geht, aber nicht, weil der Turm F1 gedeckt ist. So, gut, jetzt hängt C7. Ja, gut, jetzt... Ja, das hier funktioniert nicht. Läufer D7, Turm schlägt D1, Turm D7, was auch immer, Läufer D7 oder Dame C8. Also, wir hatten noch Dame schlägt F4, aber auch das schien nicht ganz zu funktionieren, wegen Dame C5. Ja, das hatten wir gehabt. Und dann geht Turm D6 nicht, Finger auf Fesselung, Turm schlägt F4, plötzlich darf ich den nehmen. Also... Aber was sonst? Was übersehen wir? Oder vielleicht übersehen wir auch nichts. F4 könnte er spielen. Was ist? Ja, gut, das Schlimme ist ja, dass nicht mal Turm C6 irgendwie ein Qualitätsopfer geht, weil dann auf D8 Matt gesetzt wird. Dame E3 ist erzwungen. Dame E3 ist erzwungen. Und hier... Ne, die Steigung ändert sich nicht, ne? Ist vorbei. Okay. Lé wollen wir das hier nochmal sich alles ganz genau angucken, ob er auch nichts übersehen hat. Aber es scheint, als würde er für die Partie wenden, außer wir... Halluzinieren. Ja gut, also das glaube ich nicht. Und dementsprechend wird dann also der große Vorrik gleich 1-0 in Führung gehen. Das ist natürlich immer angenehm, mit der Führung im Rücken zu spielen. Aber wenn diese Matches knapp werden, ist es so, wenn ja 5, 6 Remisen sind am Anfang und dann will natürlich keiner zu viel Risiko... Ja, ja, es ist ihm peinlich und so weiter. Also liefen häufig die Matches gegen Solegian. 4-4 ausgehen. In welcher Stellung kann er die Qualität opfern? Ja, sowas wird er spielen. Richtig. Doch, das muss er so spielen. Das ist keine Frage. Ist natürlich nicht schön, aber... Aber darauf wird es hinauslaufen. Das geht aber jetzt nicht, nee. Hier kannst du vielleicht Turm E1 spielen. D E1 noch dazu, nach Turm D7. Weil C5 dann auch noch hängt. War in Mainz noch gefilmt, muss ich sagen. Ja. Na gut, das zögert halt die Partie hinaus. Ist aber klar verloren. Wird auch keinen Spaß machen, für die Mannschaft diese Stellung noch weiter zu spielen. Lange weiter zu spielen. So, F4 ist geschehen. Dame E3, Schachkönig E1 steht auf dem Brett. Und ja. Nochmal. Das Problem ist Dame F4, Dame C5. Schach auf F4. Das ist ein Schachgebot. Und das ist kein Schachgebot, aber Turm D1 entspricht nicht den Regeln. Turm C6, Dame irgendwo hin. Ja. Na gut, okay. Also wenn, dann wird es hinausgezögert mit den Qualitätsopfern. Was dann aber, oder kann man nicht sagen. Verkommen hoffnungslos. Turm D1 sammelt sofort den Bauern ein. Und hier nach Turm D7. Ich glaube, da haben C6 gewonnen auch den Läufer. Also es sah aufgabereif aus. Okay. Was haben wir ja hier bei meinen Jungs. Nilsen Swidler. Ja, ist ja konkret jetzt. D5 hängt ein Läufer. Auf D4 hängt auch was. Materialverhältnis hat zur Zeit Weiß ein Bauer mehr. Ja, ich glaube so. Dame B3 machen wir nie. Dame B3 und dann nehmen wir den D4 zurück. Vielleicht auch noch Dame E2. Bisschen noch so ein bisschen ärgern. rumstochern. Das kann man auch nicht. Na, Läufer E3 will ja nicht spielen. Vielleicht nicht da am B3. Wie? Einfach E4. Wie kommen wir hier in den Remihafen? Läufer H3. Ja, E4. Ne, ne, ne. Das hängt auch F2. Okay. Na, vielleicht geht die Paltina weiter. Ja. Auf G2, dann hängt der Bauer auch noch. Ja, jetzt muss man es erst mal zeigen, wie er das löst. Nilsen genau spielen. Ja. So, das deutsche Talent. Aber meinst du Blühbaum? Nein, ich meinte Vincent Kaima. Was haben wir denn da gemacht? Wir haben, achso, er hat den Springer D5 gezogen. Springer E4 hat er gemacht. Ja. Läufer E3 und Springer B8 wehrt sich eben gegen diese Invasion. Ja. Aber wenn man Springer B8 spielen muss, vielleicht trotzdem zeichnen, dass irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Ja, was ist nochmal dazu? Achso, er will Läufer F6 spielen. Aber vielleicht macht man jetzt einfach Turm D1, was ja erstmal sehr natürlich aussieht. Und auf Läufer F6 dann eben Dame B1 zum Beispiel. Das gefällt mir nicht. Ich muss ja einmal daran husten, ich schenke mir mal ein Mikro aus. Ja, aber richtig husten. Das geht ja noch. Wir müssen hier Wasser besorgen. So, wo sind denn die Leute von Schachfreunde? Du willst zu den Schachfreunden? Nein, 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 Quatsch. Die Helfer von Schachfreunden müssen Herrn Gustafsson ein bisschen Wasser organisieren. Okay, also Turm D1. Schluckleidungswasser alle zwei Stunden. Turm D1, Dame E7, normaler Zug. Läufer F6, dann Dame B1. Und dann habe ich das Gefühl, dass man hier schon Probleme lösen muss. Jetzt wird es wackelig. Ja. Weil die Dame, also E4 hängt konkret und die D-Linie ist offen. Das sieht nicht gut aus. Springer D6 kann man immer Springer E6 machen, irgendwas in der Richtung. Also vielleicht kein Läufer F6. Sondern schon, was bitte? Ach hier, Dame D5. Okay, das ist sehr konkret, hat er recht. Dame D5. Geht das Springer F3? Damit zieht Dame D5 ja, ja. Das sieht doch MW aus, als soll der irgendwo was weg sein. Ich weiß nicht wo, aber das wäre ein Eigentor. Das ist was weg. Die Dame ist weg. Vielleicht machen wir F3? Ja, aber dann... Springer F3 ist positionier. Ja, aber ich will mal jetzt mit Überlastung sehen. F3 möchte ich erstmal einen Zug sehen. Turm C4 nehme ich raus. Achso, dann kann ich... Also, Turm C4 vielleicht jetzt. Bauer schlägt E4. Turm schlägt C1. Und dann hat sich Schwarz mehr als nur gerettet. Das ist Schwarz super. Da höre ich gerade hier Kommentare von dem ehemaligen Spitzenspieler aus Schleswig-Holstein. Von Lasker Stieges. Ach, von Lasker Stieges, stimmt. Wir haben mal deutsche... Theoretisch hätten wir mal deutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft gespielt, 86. Der heutige Sponsor von Turm Kiel. Ja, Herr Junge. Der... Wie viel, wie viel hast du noch? 2 zu 3? Ja, jetzt 2 zu 60. 2 zu 60. Verständnis aber höher. War man ein sehr starker Spieler in den 60er Jahren, Jan, wo ich noch Schach gespielt habe. Nein, nein, wir wollen den übertreiben. Nein, Geschichten sind aus den 80ern. Sind nur aus den 80ern. Das Thema ist so schon erkannt. Ja, und schlank noch dazu. Einer der wenigen Zeitgenossen, die das noch erlebt haben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, da hast du dich... Du warst sehr stark. Also genug Leute, die mit dir auch zusammengespielt haben, die dann entweder Großmeister geworden sind oder mindestens Internationale Meister. Und hast dich dann aber entschieden, eine normale Karriere einzuschlagen und dann später mal eine Bundesliga-Mannschaft zu sponsern. Kommst du denn noch zu Einsätzen jetzt hier in der Runde? Darfst du nicht verraten, ja? Wegen Vorbereitung. Eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Wir wollen ja gucken. Ach so. Na wieso? Anderthalb aus zwei habe ich gesehen. Also sagen wir mal so, es gibt nicht viele Sponsoren in der Bundesliga, die sich da am Brett sieben oder acht hinsetzen können und dann sagen, Anderthalb aus zwei, das ist schon eine Leistung für einen Sponsor. Wo wir dabei sind, wo ist Kiel hier? Kiel, haben wir doch schon mal geguckt, oder? Für mich sind es zu viele Partien. Ich bräuchte hier so Mannschaftsnamen hinterher. Ja, ich würde das schon erkennen. Also Kiel hat ja uns letztes Jahr den Aufstieg verwehrt, verdient. Also wir sind relativ souverän aufgestiegen in die erste Liga, zweite Liga Gruppe Nord. Immerhin haben wir im direkten Vergleich nochmal ein bisschen zeigen können, dass wir noch ein bisschen mithalten. Gibt es da deutsche Spieler bei Kiel, Turm Kiel? War eine komplizierte Frage jetzt, außer deiner Person. Spielen da noch andere, deutsche Spieler? Wer? Henkin spielt da? Oh ja, es sind viele Dänen. Typisch deutscher Spieler, Henkin. Johnny Hector, sehr schön, dass du die Partie gewählt hast. Johnny Hector in den 60er Jahren nicht, in den 70er Jahren auch nicht, aber 80er Jahren auf jeden Fall schon eine Legende. Johnny Hector ist so von der Spielweise wie sein Hector, der Nachname, wie dieser total aggressiver, unkonventioneller Spieler, hatte mich auch, er führt plus zwei gegen mich. Zweimal stand ich sehr gut gegen ihn, aber er riskiert auch immer sehr viel. Sehr sympathischer Spieler, sehr fairer Spieler, weil die meisten jungen Spieler kennen ihn gar nicht. Ist wahrscheinlich jetzt kein Profispieler, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob er noch Profispieler ist. Hausmann, habe ich mal gehört. Halbprofi. Wie spielt der so in der Bundesliga? Ich kenne das Ergebnis nicht von Johnny Hector. Okay, aber ich glaube, er kann. Aber ich glaube, er kann es, also wenn ich auch schon die Stellung sehe, er kann das gar nicht umsetzen, weil er spielt halt, wie er spielt. Und das ist sein Markenzeichen, sein Gütesiegel. Er hat ja bei uns, fällst du mir auch gerade ein, gegen Martin Brüdigam verloren. Das war das Entscheidende für uns da, dieses 4,5 zu machen. War aber auch eine irre Partie. Superspannende Partie. Jan, Theorie, du kannst mir wieder alles verraten. Was sagst du dazu? Ja, es sah nicht so theoretisch aus, hier alles. Seltener 5. Zug, Sprenger C3. Karsengrad gespielt gegen Arnaz. Jonas Lampert, dein Schüler? Was sagst du zu Jonas Lampert, dein Schüler? Nicht mal ein Schüler, nein. Lampert hat ja nie was zu tun. Aha, okay. Aber aus Hamburg, ich glaube, ja. Steht jetzt auch schon bei 2,45, 50, so dem Bereich. Ja, ja. Also auf jeden Fall sehr stark geworden. Aber kann ich wenig Training reklamieren. Okay. So, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Läufer C5, Rochrade D6, sieht normal aus. Springer D5, sehr direkt. Aber bisher, ja, macht Johnny nur natürliche Züge. Und es ist eher Lampert, der hier versucht zu verschärfen. Kann natürlich sein, dass es alles Theorie ist. Da weiß ich nichts von. Aber es sieht, ehrlich gesagt, ein bisschen ungesund aus, aus weißer Sicht, finde ich. So, auf den ersten Blick. Ja, ja, der Läufer auch ab 4, gefällt mir. Selbst wenn ich hier ein Normalspieler, so Sprenger G6, Dame F6, hätte ich nichts gegen meine Stellung. Sprenger F5 ist ein Kandidat. Vielleicht kann man auch B5 spielen. Ich glaube, B5 hat er auch gespielt, ne? Und Läufer G4, müssen wir auch überlegen, ja. Viele Möglichkeiten, das sieht nicht korrekt aus. Das Lampert hier mal. Ja, aber B5 wieder so ein prinzipieller Zug. Ja, aber sieht ja auch vernünftig aus. Ja, zack, zack. So kam es, H3 schlägt, Sprenger G6. Schwarz hat einen Bauern mehr. Ich spiele jetzt F5, Turm AD1. F5 war schon nötig, ja? Okay. Ich weiß nicht, ob nötig, aber kann auch nicht so schlecht sein, oder? Dame geht nach F6, Turm nach E8, Springer springt irgendwo hin. Selbst wenn Weiß diesen Bauern zurückkriegt, dann spiele ich F4, stelle den Sprenger nach E5. Also Schwarz gefällt. Schwarz steht besser. Gute Nachrichten für Turm Kiel. Gegen HSK würde ich mal sagen, ist Turm Kiel ein leichter Außenseiter. Vorher sind wir die Bretter ein bisschen durchgegangen da, 50 im Schnitt wegen ja Elo. Aber das ist ja alles in der Range. Wie viele Punkte hat Turm Kiel in der Tabelle? Wenn wir noch ein oder zwei Punkte machen, dann reicht es. Ah ja, okay. Weil einer ja schon zwangsabgestiegen ist, der zurückgezogen hat. Aha. Und Schachfreunde ist auch so einer Konkurrenten. Okay. Ja, wurde mir auch gesagt. Okay. Ja, von mir aus kann Turm Kiel gerne in der Bundesliga bleiben, weil nächstes Jahr versuchen wir dann wirklich aufzusteigen. Ihr könnt dann gerne absteigen, wenn wir auch absteigen. Aber jetzt müsst ihr erstmal, haltet euch. So. Na, ich habe schon geguckt, wer sind die Aufsteiger nächstes Jahr? Lingen ist ja, die heißen ja gar nicht Lingen. Das ist eine Mannschaft in der zweiten Liga, die heißen Lingowitsch eigentlich. Da ist auch, doch, Lev Gutmann ist der einzige deutsche Spieler dort. Sehr, aber sehr sympathischer Gastgeber gewesen, kann ich nur sagen. Okay. Okay, die Mannschaft hält es aus. Auch prinzipiell ganz sympathisch, außer ein, zwei Bretter, an die man sich dann gewöhnen muss. Aber legen wird aufsteigen und wird auch in der, wenn sie das so beibehalten und vielleicht ein bisschen aufrüsten, auch eine gute Rolle spielen. Ich bin auch sehr materialistisch, aber das ist hart, selbst für meine Begriffe. Ich weiß nicht, mir gefällt es nicht. Ich sehe keine Widerlegung. Wieso, C3 ist ja konkret schon mal, C3. Das ist strategisch einfach so fürchterlich. Einziger Zug. Ja, so kann man nicht spielen. Selbst kurze Rochade, also man wird matt gesetzt, kurzfristig. Das Problem ist ja, dass wenn die Dame, wenn der Turm nach A1 geht und du bist auf C3 rauf, hast du eine Sekunde Dame auf G5 und so weiter. Nein, nein, hier schlagen sie richtig aus, den Läufer erhalten. Aber Jan, das ist ja auch für mich persönlich eine sehr interessante Paarung. Henkin kenne ich ja seit den 80er Jahren und der ist ja ein Karokan-Experte. Ja, auch spielt gleich immer diese Variante, die E5, C5, die heutzutage einen ganz guten Ruf hat. Spielen viele Leute, aber Henkin, ich glaube, jede Partie seit Jahr und Tag. Ich habe das schon vor 20 Jahren in der Bundesliga gegen ihn gehabt. Niklas ist ja Hamburger, aber der ist anscheinend Wahlberliner zurzeit. Er scheint auch in der Nähe von mir zu wohnen, in Süden, weil ich habe ihn ja frühmorgens mal joggen gesehen. Ja, es kommt auch nicht gut an in Hamburg, muss man dazu auch sagen. Er ist ja sowieso zugezogen, also zählt so halb, aber war dann lange, lange Jahre Hamburger. Aber dann nach Berlin zu ziehen bei der ersten Gelegenheit, also kommt aus den USA zurück und dann gleich nach Berlin. Ich weiß nicht, wie hamburgisch wir das sehen können. Ja. Spiel für den HSK, ich als Baden-Badener habe natürlich meine eigenen Probleme, aber trotzdem, das wurde nicht gern gesehen. Okay, okay. Also auf jeden Fall ist diese Stellung insofern für mich interessant, weil es sieht sehr aggressiv aus, den Bauern auf H6 da hinzustellen. Niklas ist auch ein Typ, soweit mir zugetragen ist, ich kenne ihn persönlich gar nicht. Also ich glaube, ich habe noch nicht einen Satz mit ihm gewechselt. Oha. Ja. In Hamburg und in Berlin verstoßen. Ja, ja. Das ist hart natürlich. So, und er hat ja so eine Community, da gibt es diesen Spätikauf, kann ich nur erklären, hier in Berlin gibt es so einen Spätkauf unter der Federführung von Steve Berger, wo das ist das neue Schachcafé von Berlin, ja, wo sich die Leute treffen, blitzen, amüsieren, analysieren. Da ist Arik Braun dabei zum Beispiel. Also viele gute Spieler, auch schwächere Spieler, Spätkauf von Steve Berger, ich weiß, irgendwo im Kreuzberg, ich weiß nicht wo. Achso. Als Spätkaufs klingt wie so ein Supermarkt, wo man nachts Alkohol kriegt oder so. Ja, genau, sowas in Richtung ist es und die spielen ja sogar, machen die eine Mannschaft draus, wo die dann im Internet da irgendwelche Ligaspieler haben, wo auch Niklas Huschenbeet dabei ist. Was ich halt nur weiß, dachte ich, haben wir uns auf der letzten Fahrt auch darüber unterhalten, dass Niklas ja immer als theoretisch sehr versiert gilt, der viel vorbereitet. Ja, ist gerade mit weiß sehr aggressiv, sehr computerlastig, sehr direkt. Genau. Ich versuche diese Stärkung jetzt zu verstehen, ich bin nicht sicher. Grundsätzlich mag ich das Läuferpaar und ich sehe auch nicht wirklich gegen den Schwarz-Fängläufer, wie weiß matt setzen will. Ich glaube, Schwarz steht in Ordnung. Ja, das glaube ich auch, wenn der irgendwann mal ein F6 spielt, das kann ein Bumerang werden, weil diese zwei Springer, die sind viel schlechter, die Struktur ist viel besser von Schwarz. Da muss er uns jetzt was zeigen, wie der Angriff weitergeht. Der letzte Zug war was, Jan? Läufer die 7. Ja, ich glaube übrigens auch, im Moment haben jetzt alle diese Alpha-Zero-Partien studiert und das Buch gelesen. Und da ist ein großes Thema, das Alpha-Zero in jeder Stellung immer versucht, diesen H-Bau nach H6 zu zählen. Und ich glaube, das wird viele Menschen in Schwierigkeiten bringen, dass wir jetzt in jeder Menschenpartie sehen werden, dass der weiße Bauer nach H6 läuft und dann der König in der Mitte matt gesetzt wird. Also, ich bin nicht sicher, ob Alpha-Zero oder ergeben einen Gefallen getan hat. Tja, ich kenne das nur von meinen Blitz-Partien. Fürs Blitzen reicht es, aber wie gesagt, diese Stellung gefällt mir. Also ganz konkret, der nächste Zug von mir wäre auch F6, um das mal aufzubrechen. Ja, ich weiß nicht, kann auch erst Dame E7 spielen. Also, mir gefällt die weiße Stellung nicht. Ja, ich habe ja dann, achso, ich habe ja, na gut, das habe ich auch nicht. Dame E7 ist immer so noch, ob ich eine Chance habe. Oh, was mache ich hier? Ich habe die Ranking-Camp gar nicht an. Da haben wir die Ranking-Quartier und ich habe die Ranking-Camp nicht an. Meine Güte. Da ist mein alter Freund Ivan Salgado. Ach, Ranking spielt bei Turm Kiel, ja, jetzt verstehe ich das erst. Gibt es denn da noch dieses nervöse Hüsten? Oder ist das vorbei? Das ist nicht nervös, das ist wirklich hier krank. Ja, aber es gab mal Zeiten, wo wir aneinander geraten sind, wo mich das sehr gestresst hat. Und ich finde ja, sehr starker Spieler, das hat ja damals mir Kramling schon erklärt, Bologan und Henkin, sehr starke Spieler. Aber diese Nervosität, die hat mich dann auch nervös machen lassen. Ich fand es immer super, ich habe ja mit ihm Nationalmannschaft gespielt. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es für die Gegner viel ablenkender als für die selber. Ja, ist das so, ja. Ja, ich fand das gut. Okay, wir sollen besser, der Sponsorblick sagt alles, wir sollen besser nicht darauf eingehen. Aber ich habe ihn wirklich zehn Jahre nicht gesehen. Ich wollte nur wissen, ob das mal vorbei ist. So, was haben wir hier? Ah, ein Weltmeisterschaftssekundant. Nils, ja. Salgado auch, Sekundant für Topballer früher und auch sehr starker Theoretiker. Nils Grandelio ist mein Kollege hier im Team Carlsen, die schwedische Nummer eins. Und ich glaube, recht unangefochten skandinavische Nummer zwei. Nähert sich den 2-7, so bei 2-6, 80, 85 wird er entstehen. Salgado, ja, sehr starker Theoretiker, spielt nicht so viel, sitzt lieber in Sofia und startet neue Studiengänge oder ich weiß nicht, was er macht. Aber er schreibt Bücher, immer sehr beschäftigt mit irgendwelchen Projekten, aber nicht so aktiv. Aber wo sitzt er denn, Sofia? In Bulgarien wohnt er, in Bulgarien geheiratet, ist Spanier. Und ja, sehr starker Theoretiker, sehr solider Spieler mit Weiß. Unglaublich schwer zu schlagen. Sehr unangenehmer Zeitgenosse. Spaß, sehr nieder, Karl. Ja, was ist hier los? Ausgleich. Bauern sind ungefähr gleich, habe ich nachgezählt. Springer auf C3 nervt ein bisschen, weil der Läufer sich nicht nach D3 entwickeln kann. Überstruktur, vielleicht für Weiß ein bisschen besser. Ja, ja, ja. Ziemlich remiesig. Wir gucken jetzt mal jetzt auch einen Hinblick vielleicht für den Sponsor, gucken wir mal, wie der Kampf insgesamt steht. Das ist ja vor allem deine alte Mannschaft, deine Heimat, Jan. HSK ist ja über dem Berg. Ist HSK, hat das was mit dem Abstieg zu tun? HSK ist seit 20 Jahren chronisch im Abstiegskampf eigentlich fast immer schon chancenlos. Aber am Ende gibt es meistens noch ein Wunder. Ein unglaubliches Comeback immer. So, was ist das hier? Ernst gegen Parkleser. Aha, okay, 15 Minuten gegen eine Stunde. Sehr unkonventionelle Stellung, muss man schon sagen. Weiß hat einen halben Bauern weniger Läuferpaar. Also prinzipiell würde ich mal sofort sagen, dass mir Schwarz eigentlich schon mal gut gefällt. Oder nicht? Ich bin noch nicht so weit. Nee, nee, ich bin noch nicht so weit. Tor B4, Tor B1. Komische Stellung. Komische Stellung. Ich hätte lieber Weiß, glaube ich, so, weil ich es hier richtig überblicke. Von der Struktur. Ja, das können wir nicht so schnell einschätzen. Ja, Chaos, gut. Der Bundestrainer. Der Bundestrainer. Gegen... Remi. Stupa. Das sieht Remi sehr aus. Das ist Remi. Das war eine Zwischofahrt, die wir da haben. Okay. Weiß ich gar nicht. Gibt es denn so viele Sponsoren, die so mitreden können? Ja, Weißstellung, wenn wir kommentieren. Ich überlege gerade, vielleicht bei Kreuzberg mal früher. Der Krenke wird ja auch Schach spielen können. Gauklitz, starker Spieler. Gauklitz, ganz stark, ganz klar. Ja, Gauklitz. Vielleicht die Nummer eins der Sponsoren. Internationaler Meister. Also in der Spielstärke. Solltet ihr vielleicht mal, vielleicht für die nächste Bundesliga-zentrale Runde ein Sponsorenturnier veranstalten. Erster Preis. Gesponsort von Robert Rabiga. Genau, erster Preis. Eine Stunde umsonst Training beim Späti-Kauf bei Steve Berger. War auch nicht schlecht. So, was ist das hier, Jan? So, ich bin schon wieder durcheinander gekommen mit Kampfes, Einschätzungen. Es sieht alles hier noch, alles offen aus. Alles offen. Carsten Hoy, der ist gleich Großmeister geworden auf seine sehr alten Tage. Er ist schon ganz lange ein Großmeister und ist nie über die zwei Nieder rübergekommen. Und er ist immer so, dass nur zwei Nieder haben. Ja, ja, deshalb ist es immer sehr verwährend. Achso, er hat den Titel schon lange, ja? Ich dachte, irgendwann eines Tages hat er den Titel angekriegt. Er hat Koke noch Top 10, weil er hat ja mal die Partie hier in den Jahren gespielt. Kann Robert uns wahrscheinlich mehr zu erzählen, ja? Carsten Hoy in den 80ern habe ich nicht alles mitgekriegt. Nee, da war ja die Nummer eins, war ja Fries Niesen, das darf man nicht vergessen. Ja, 80er Jahre, Fries Niesen. Carsten Hoy habe ich auch vor ein paar Jahren, hat ja noch bei Preetz gespielt, hat ja noch in eins gespielt. War sehr sympathisch, er ist sehr sympathisch und zum Glück hat er auch verloren gegen mich. Ich wusste nicht, dass er Großmeister ist, war mir nicht klar. Aber gönne ich ihn natürlich total. So, hier, ja gut, da können wir jetzt nicht viel sagen zu dem Kampf. Da scheint einfach so, natürlich... Kann noch alles passieren. Alles passieren. Was haben wir denn noch? Wir haben 18.30 Uhr, wann haben die angefangen? 16 Uhr. Die heiße Phase ist sowieso in einer Stunde. Ja, da wird viel Blut fließen. Und die Zeit noch kommt und da überschlagen sich vielleicht auch die Ereignisse. Jetzt wollen wir mal gucken, ob da jemand schon aufgegeben hat, Jan? Bayern? Sofort, ich muss ja einmal groß auf die Ranking-Camp, ja, Huschenbeze, Körpersprache, sagt auch nicht, kein begeisterter Gesichtsausdruck. Da hast du recht, Jan. Da hast du recht, er sieht, er schaut sehr kritisch, wobei Henke natürlich jetzt schon ein bisschen auch ein sehr sicherer Spieler ist, da wird er eher vorne eingesetzt, um dann die Remisen zu machen, fällt ihm vielleicht auch schwer, prinzipiell, da muss er weiterspielen. Also so gut steht Schwartz schon. So, was haben wir noch? Wir haben alles. Wir haben alles im Angebot. München haben wir bisher vernachlässigt. Kindermann. Was erlauben Kindermann? Gegen Lassnitschka, das ist dein Spezialgebiet, tschechische Nummer? Nummer 1? Nein, Navarra. Ach, Navarra, dann ist es Nummer 2, wer denn sonst? Oder? Ich weiß nicht, ich vermute auch, dass es Nummer 2 ist. Ja, Navarra ist die Nummer 1, ja, super. So, Kindermann, ja. Kindermann hat auf seinen alten Tage ein bisschen zu große F-Born-Fetische entwickelt. Ständig holländisch und ihr D3, F4. Aber gut, das muss er spielen, ja. So ein klassischer Spieler. Warum muss er das spielen? Diese Variante muss er spielen. Ist dir auch klar, warum? Ist mir nicht klar. Ach so, okay. Er hat ein Buch da, oder ein DVD hat er da rausgebracht. Naja, das macht es ja nicht besser. Ja, aber es ist egal. Er muss es spielen, er muss zeigen, warum das spielbar ist. Ja, gut. Spielbar ist alles gerade mit weiß, aber grundsätzlich, Kindermann, ein so klassischer Spiel, das ist mich sehr wunderschön. Da ist so viel holländisch und drittens F4 und solche Geschichten auftauchen. Ja, er ist ja kein Profi mehr. Er kann jetzt mal ein paar lustige Sachen. Es kann ja ein bisschen Spaß haben mit dem F4. Es kann ja keinen richtigen Spaß haben mit dem F4. Man muss ja jetzt erstmal die Stang in Ruhe angucken. Also ich habe noch gar nichts verstanden. Ja, von der vollen Struktur, aber wobei er dann plötzlich weiß ist. Okay. Diese Stang bewegt sich aber absolut noch im Gleichgewicht, würde ich sagen. Hier ist nicht viel passiert. Der Läuferpaar wirkt nicht. Das ist die Frage, ob hier irgendwas anbrennt, aber keiner eigentlich vorstellt. Weil... Ja, alles in Ordnung bei weiß, trotz F-Bauernsünden. Naja, jetzt weiß man gar nicht, ob es geht. Also es wird halt nie gehen. Ich glaube, es droht halt nie was. Also wenn du da mit F2 spielst, oder... Na ja. E2. Ja, aber warum nicht jetzt das Brutale? Achso. Konnte man nicht auf E5 nehmen und dann auf H3 rausnehmen wegen Turm G6? Ich weiß nicht, aber hier haben sich die Schwarzfiguren eher ein bisschen verlaufen, glaube ich. So Span B4, was aber. Ja, das geht. Ja. Also sagen wir mal so, positionell steht ja weiß jetzt gar nicht so schlecht. Also wenn der Springer noch nach B4 kommt, C8 hängt was. Okay, das ist konkret wieder. Ja, aber geht nicht, oder? Ja, sehe ich auch nicht. Tja, vielleicht ist das eine gute Empfehlung. Vielleicht ist das super gelaufen in der Eröffnung, Jan. Vielleicht bist du da zu kritisch. Vielleicht müssen wir ein bisschen Werbung für Stephans Buch mal oder DVD, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es als Werbung gesehen und ein Schüler von... Ein Schüler von einer meiner Schüler, ja, also einer meiner Schüler ist Trainer und dessen Schüler bei der Jungen Einzelmeisterschaft hat diese Eröffnung gespielt. Ich dachte, was ist denn das für ein Blödsinn? Und dann hat mich mein Schüler angeschrieben und gefragt, na, wie ist die Eröffnung gelaufen? Er hat die Partie dann auch gewonnen mit Weiß und dann habe ich erst kapiert, dass er sich diese DVD geholt hat, meinen Schüler, um seinen Schülern diese Eröffnung beizubringen. Also, und Jan, es ist ja sowieso alles Ausgleich. Und alle essen, ne? Kindermann verkauft seine DVD, dein Schüler kann seinem Schüler in Rechnung stellen, dass er mir D3, F4 beigebracht hat. Das macht er nicht, das macht er nicht. Der versucht halt, ihm andere Stellungspartier herbeizubringen und Sitzianisch ist einfach unglaublich viel Theorie. Das hat ja dazu geführt, dass ich mich nicht traue, Sitzianisch zu spielen und mein Leben lang Ausgleich nehme mit Sitzianisch mit C3. Also, ich kann zu dieser Eröffnung gar nichts sagen. Natürlich ist der Schwarze deutlicher Favorit. Die beiden trennen ungefähr 150 Elo-Punkte, vermute ich. Und die Stellung, die aber jetzt rausgekommen ist, fand ich persönlich sehr interessant und weiß noch gar nicht, wer besser steht. Okay, also ist deine Logik, daher ist drittens F4 guter Zug. Nein, Jan, du bist einfach negativ eingestellt. Nur gegenüber dem F4. Ach, ich sage meinen Schülern immer, sie sollen A6 und H6 machen. H6 ist ja der Rabiga-Zug und H3, das muss er ja machen. Und meistens bietet sich A6 auch noch an. Nein, A6, H6 hier haben wir unserem Schüler Magnus Carlsen natürlich beigebracht, hat er in Weikernsee ja auch gespielt. Im Match kam es nicht zur Debatte, aber ich glaube bei der Schnellschach-WM und in Weik gegen Schenkland hat Carlsen so gespielt. Also, ja, ist ziemlicher Blödsinn, aber nicht ganz so idiotisch, wie es aussieht. Das ist die Hauptidee. Na gut, aber der Trick ist ja, Jan, das haben wir doch gerade jetzt bei Liko auch gehabt, diese Stellung. Achso, mit Springer F3. Ja, ja, das war ein bisschen anders. Ja, mit Springer F6 noch, ja. Ja, man hier seriös spielt mit Springer F6, aber H6 pusht es ein bisschen. Die Idee ist simpel, einfach Läufer G5 verhindern und sich hier nicht festlegen. Wenn dieser Läufer nach F4 geht, dann wird er direkt befragt mit Läufer nach D6. Das reicht mir schon für die nächste Partie als Vorbereitung, fantastisch. Die nächsten zehn Jahre zweite Bundesliga kannst du so spielen. Ja, das glaube ich wirklich, ja. Nächstes Jahr zweite Bundesliga, dann steigt er auf. Vor allen Dingen wird es auch Spaß machen, die Züge auszuführen. Das gefällt mir. Absolut, ich denke, das ist deine Variante. Vielleicht morgen, Jan? Na gut, das ging Jan okay. Ja, selbst im Blitzen hier kannst du, glaube ich, jede Partie machen. Okay, gut, gut, danke für den Tipp. Danke für den Hinweis, ich habe hier was gelernt. So, wir wollten gucken, ob Aronjan schon gewonnen hat. Noch läuft? Ne, das glaube ich nicht. Ah, diese Suchfunktion hier. Ich will häufig nicht so wie ich. Na, ich scrolle hier einfach zu Mensch. Da bist du schon so, ah, Barcrow, zack, zack, zack. Ne, jetzt bist du schon wieder zu weit. Das ist aber auch, ja. Achso, Barcrow spielt auch bald. Ja, Aronjan gewonnen. Gewonnen. Ja, keine Überraschung. Es ging hier auch nichts mehr. Meier hat noch versucht, Turm D, D7 zu spielen. Läufer schlägt, Turm schlägt. Und die Stellung hatten wir ja hier früher. Viele Wege nach Rom. Damit C6, Turm D, E1 und Aronjan. Findet auch einen sehr direkten Weg. Schlägt. Rot, Turm D, D6. Turm D, E1 droht damit D6. Auf Dame schlägt F4, Dame B7. Macht auch nicht mehr viel Spaß. Ja, Start, Zielsieg für Levanaronjan. Naja, es kann immer passieren mit Schwarz in der Öffnung, gerade wenn man prinzipiell ist und dann in was reinläuft. Na gut, aber das habe ich jetzt auch nicht vermutet, weil ich dachte, ja gut, du hast mir gesagt, er hat jetzt schon zweimal verloren, relativ kurzzügig in der Öffnung und wenn man das reinläuft, aber gerade in diesen Stellungstyp dachte ich, dass er gar nicht so reinlaufen kann. Für mich ist das... Ja, aber das ist ja kein Stellungstyp. Das sind alles sehr, sehr konkrete Varianten. Entweder gleich schwarz aus oder nicht. Also, das ist halt das Risiko. Er versucht, die Lage sehr zu forcieren und ist damit ja auch sehr erfolgreich, die Leute zu blocken mit dieser Rubinstein-Variante. Aber du musst halt die ersten 20 Züge überstehen. Das ist mehr das Risiko, als dass man eine leicht schlechtere Stellung dann im 60. Zug verliert, weil das schwarze Spiel sehr direkt ist und versucht zu vereinfachen. Der Kampf findet halt sehr früh statt. hat, normalerweise klappt es und die Partie wird ausgeglichen, aber manchmal halt nicht. Also, peinlich würde ich nicht sagen. Das kann halt passieren und machen wir uns nichts vor. Aronjan ist die Nummer, keine Ahnung, vier der Welt. Er ist ein bisschen tiefer jetzt, zehn oder so, aber gerade mit weiß immer noch einer. Der Herd ist ein Aufschläger. Werd hier gut vorbereitet gegangen sein, die Partie. Das kommt vor. Lecoboy. Aha, da ist jetzt natürlich... Ja, es haben sich jetzt ein bisschen entwickelt. Hat sich stabilisiert. Genau. Sieht jetzt schon etwas normaler aus, die Stellung. Ja. Erstmal ist hier weiß dran. Soll ich die... Ja, zeig mal. ...Ranking-Cam wieder wegmachen? Ach so, okay. Gut. Vielleicht, wie sich das dann auch ergeben hat, die Zugang-Folge jetzt, oder die Stellung? Ja, 3-mal F6 hat mich ja überrascht und jetzt wurde ein bisschen vom Gas gegangen. Leco hat das Springerpaar gegen das Läuferpaar, aber hat Felder. Er wird hier wahrscheinlich erstmal nicht matt gesetzt werden. Ich würde denken, so Ausgleich. Ich bin nicht sicher, wo der König hingeht, ob er rochiert oder ob er in der Mitte bleibt. Wahrscheinlich macht er sogar König hier 7, oder? Ich weiß nicht. Mit Turm C1 wäre jetzt wieder auch passender zu Leco noch mehr zu vereinfachen. Die Renmin-Tendenz ist natürlich jetzt hier schon relativ stark. Ja, ich denke Erfolg für Leco im Vergleich zu der Stellung vor ein paar Zügen, die ja doch sehr gefährlich und sehr unklau sind. Jetzt ist es stabil. Ja, der Zeitverbrauch hat sich auch ein bisschen angenähert. Ja, okay. Was haben wir sonst? Gucken wir mal den Kampf ein bisschen weiter, Jan. Das läuft natürlich gut hier mit dem frühen Tor von Aronjan. Ist immer sehr beruhigend zu spielen. Die Partien hier sind auch nicht geordnet. Ja, die haben die nicht mehr geordnet. Das ist alles ein Chaos. Ja, das ist wirklich ein bisschen nervig. Vielleicht die Barcropartie gegen Colas, weil das ist ja der Kampf. Das ist Brett 8 in eben diesem Kampf. Ach, das war der Italiener. Bruderkampf. Vielleicht kannst du mal nochmal auf die Eröffnung eingehen, Jan, kurz. Ach, ne. Der Trick ist ja, der Trick ist, ich gehe darauf rein, weil diese Stronung habe ich vor einer Woche auf dem Brett gehabt. Oha. Ja, und zwar im Betriebschach. Gegen Martin Brüdigam. Der hat aber nicht zu Läufer E6 gegriffen. Ach, ja, der spielt hier in Berlin. Ja, der spielt die Kauf, Blitzturniere, Betriebschach, Bundesligen. Immer was los. Ja, ja, deswegen. Deswegen ziehen manche Hamburger nach Berlin. Also ich kenne keinen Berliner, der nach Hamburg gezogen ist. Okay. Also auf jeden Fall hat der Brüder... Die Mietpreise sind halt auch hart für euch, ne? Die sind zu hart, ja. Manchmal auch die Leute. Auf jeden Fall ist es so, dass er den Läufer nach D7 gezogen hat. Okay, hier jetzt? Nein, nein, vorher, bevor er Läufer D6 gespielt hat, hat also Martin Brüder nämlich Läufer D7 gespielt und das ging dann und so weiter. Also er hat im Prinzip ziemlich, was ist das korrekte Wort, passiv gespielt. Naja, das ist schon vorbereitet von ihm. Läufer D7 ist ja sinnloser Zug. Ja, nee, nee, sein Trick ist, das ist natürlich von ihm lange, das ist die Sternschule, lange auch mit Computer vorbereitet. Läufer D7? Ja. Hat überhaupt keinen Sinn. Ja, doch, doch, er hat gemacht A4 Springer, A5, B5. Dann den Läufer gezogen und dann C5. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Ich hatte mich nur vorbereitet auf Läufer E6, dann kam ja Läufer E6, dann kam Läufer B5, davon sind jetzt mehrere Partien gespielt worden. Und da hatte ich mich eben gerade auf eine Barcourt-Partie, die er zwar verloren hat, aber da habe ich mich auf diesen Aufbau ein bisschen konzentriert, wie Barcourt es gespielt hat, wo ich meinte, dass ich ein paar Partien von Italienisch an ihm gesehen habe. Okay. Und da Springer E7, es gibt auch Damen B8, glaube ich, ist der andere Zug. Ah, das ist ein bisschen eine andere Stellung, die du meinst gleich. Ja, wieso? Bauen auf H3 und ohne H6. Ja, ich mag mich täuschen. Okay. Damen B8 ist die Ding-Variante, aber normalerweise ohne Bauen auf H6. Ja, ja, aber es war wichtig, dass man H3 irgendwie, ja richtig, dass man einen Bauern auf H3 hat, weil in der Einschränkung die Damen und Herren sie... Ich weiß nicht, Damen B8 kann ich D4 spielen zum Beispiel? Hier anscheinend schon, ja, kann sein. Ist die Figur weg? Ja. Ist so aus, ne? Okay, da fehlt mir ein Tempo, ja, der Bauer auf H3 und Turm auf E8, ich weiß es nicht. Das ist so, sagen wir, H3, A5, Sprenger D2, Läufer E6. H6. Läufer B5 und hier Damen B8, glaube ich, vielleicht mit dem Turm auf E1. Ah, okay. Ich muss gestehen, ich komme ja auch durcheinander, aber dieses Damen B8, Dame A7 ist Dings-Idee in diesem Stern. Ich glaube, hier mit dem Sprenger schon auf F1. Na gut, gucken wir mal auf den Partieverlauf. Also, Colas spricht ja auch immer Spanisch, insofern wird er auch das alles gut vorbereitet haben. So, also Läufer B5, Sprenger E7, zack, zack, normale Züge, wahrscheinliche Zukunftstellung. H3, zack, zack, zack. Das ist normalerweise die Struktur, die man nicht haben will mit Schwarz. Das ist hier, was der Weiße anstrebt. Sei denn, Schwarz kommt sehr schnell zu D5. Sonst, wenn weiß ich, hier konsolidieren kann mit Sprenger G3, kann das gefährlich werden. Deshalb würde ich denken, Eröffnung gut gelaufen für Bacro, es sei denn, Schwarz kann sich befreien hier mit diesen harten Sachen wie D5, Sprenger E4. Ja, das ist ja passiert jetzt. Aber es kostet den Bauern natürlich. Ja, und jetzt muss man gucken, ob er die Kompensation dann hat. Das sieht auch im ersten Eindruck, weiß ich nicht. Muss man uns erst mal zeigen, die Kompensation, ja. Sprenger H4 vielleicht sogar, Jan. Da mal H5. Da mal H5, ja. Ja, kompliziert. Da sind wir noch nicht drin gewesen. Vielleicht nehmen wir mal auch wirklich diesen einen Kampf ein bisschen raus, weil wenn wir 10, 15 Partien, es sei denn, jemand hat hier eine konkrete Vorstellung von einer Partie, dann können wir immer darauf rauf gehen. Aber ansonsten konzentrieren wir uns auf diesen Kampf hier von Dacisau. Da steht es ja 1-0. Ja, also. Ja, es ist echt schwer zu überblicken hier, weil in unserem kleinen Tool leider die Partien nicht nach Kämpfen geordnet sind. Ja, wir werden es irgendwie schaffen, ja. So, so, Anahlauf. Machen wir weiter runter, Jan. Da haben wir Kamski noch, noch eine Spreite runter, Jan. Da, jetzt sind wir da rauf. Kamski. Jetzt haben wir es wieder, ja. So, Kamski. Da haben wir lange nicht mehr hingeguckt. Fast schon vergesst die Partie. Du willst immer zu Gatterboy, ne? Zu was bitte? Zu Kamski. Kamski. Ich will zu Kamski. Wo war die letzte Stauk, die wir hatten? Das war F4, E5, Springer E4. Also Vorspringer E4. Nach E5 hatten wir zugeguckt. Okay. Puh. Jan, dein Urteil? Schwer für mich einzuschätzen. Ich verstehe nicht, was der Auflaufer B4 vorhat. Aber wahrscheinlich hat er irgendwas vor. Einfach Turm E2 oder was will er machen? Ja, Turm E2. Wahrscheinlich, ja. Da könnte ich das immer noch in der Mitte so richtig ruchieren. Weiß ich nicht, ob er das kann. Was möchte der Weiße eines Ferntages wahrscheinlich F5 spielen? Warum? Aber erstmal scheint er es hier nicht ehrlich zu haben. Turm D2. Wann kam Turm D2? In welcher Stellung? Ja. So, dann, ja gut. Achso, um C2 mal. Doch, um C2 zu decken. Weil vielleicht F5 ging halt nicht sofort, weil C2 da hängt. Und jetzt würde ich aber schon sagen, dass F5 droht. Ja, Läufer B4 kam. Turm nach E2 kam auch. Und jetzt macht er vielleicht Läufer... E6 spielen oder was? Ja, oder vielleicht auch Läufer C5, um ungleichfärbige Läufer anzustreben. Oder Läufer C3, das weiß ich nicht. Läufer C3 kann auch gut sein. Eventuell. Sie müssen natürlich mal aufpassen, dass hier keine Scherze funktionieren. Und dann, wenn Läufer C3 stattdessen hören. Ja. Das geht nicht für Schwarz. Läufer C3. Auch hier kann ich ein bisschen den Gas geben. Gut, Läufer schlägt die 4. Geht nicht so richtig weiter, ne? FW Läufer E3. Und man kann halt nicht da mehr das Team spielen, ne? Ich sehe keinen Gewinn jedenfalls. So, so. Das sollte okay sein für Schwarz. Und so, so. Ja, das ist dann vorbei. Wenn nicht sofort was passiert, dann ist das in Ordnung. Also geht F5 noch nicht. Läufer C3. Was kann man sonst machen? Okay, irgendwas langweiliges. Damit geht 3. G6. 6. Damit geht 5. Schwierige Steuerung. Aber auch sehr ungewohnter Steuerungstyp. Ist schwer für mich zu sagen. Wer besser steht und warum. Gut, ich glaube nicht, dass Weiß schlechter stehen kann. Aber ob Weiß Druck hat oder Schwarz okay ist, fällt mir sehr schwer. Ja. Also ich würde lieber Weiß spielen. Ja, das ist keine Frage. Gut. Blühbaum. Blühbaum, immer noch Baum weniger oder haben wir den Baum zurück? Also hier ist auch schon was passiert. Das ist ja jetzt wirklich... Jetzt finde ich die Remindchen nicht so hoch. Das ist ja... Blühbaum hat immer noch den Baum weniger. Der Läufer auf A8 von Vichy ist natürlich nicht besonders schön. Aber alle anderen Figuren sind aktiv. Ich würde denken, wenn ja jemand besser steht, dann Schwarz wahrscheinlich, oder? Ja, das ist... Für die Leute habe ich schon hier ein was gehört. Keine Frage. Also ich würde... Also irgendwann kommt vielleicht auch mal E3. Von Schwarz oder Weiß? Von Schwarz. Wenn ich... Wer ist denn dran? Aha. Schwarz ist dran, ja. Also die Frage... Na gut. Was habe ich denn als Alternativen hier? Die Bauermehrheit habe ich am Damenflügel. Ob ich die jetzt unterstützen kann? E3 gefällt dir nicht, Jan? Doch, kann machen. Alter, die Dame irgendwie mittiger zu stellen, ne? Dame E7 oder F7 oder Wunderbar. Ich habe ein bisschen Respekt selber vor E3. Ah, okay. Machen wir E3 hier. Gut. Was jetzt? Dame was bitte? Ja. Okay. Na ja, ich glaube, Schwarz hat auch hier kein Problem. Aber es sieht aus, als würde es wahrscheinlich verflachen. Ja, das ist dein Remi. Läufer C6 und so weiter. Ich weiß nicht. Ich bin so gierig. Ich würde gerne spielen. Aber vielleicht hast du recht, dass einfach E3 den Laden zusammenhält. Das Problem ist ja, dass der schwarze König ein bisschen geschwächt ist, weil die E3 jetzt offen ist. Der Läufer auf E8 spielt nicht mit. Da, wo man die Bauern mehr hat, man sieht nicht, wie sie irgendwann mal... Okay. König A8, ja. Vielleicht den Turm auch mal auf D3 reinstellen. Nächsten Turm auf die D-Linie. Kann ich Druck gegen E4 machen? Na ja, das ist schon recht, glaube ich, wenn weiß ich hier konsolidiert. Sollte nicht schlecht sein. Ja, das ist das Ring um kleine Vorteile jetzt. Also das ist jetzt schon eine entscheidende Fahrt in der Partie. Wichtiger Zug jetzt für Vichy, ne? Ob er E3 spielen will oder irgendeinen ruhigen Zug. Vielleicht auch sofort König H8. Drum D von, kann man auch überlegen. Na, sagen wir mal so, wenn er E3 spielt, Jan. Ja, in der Sekunde, wo E3 kommt, signalisiert das, wenn wir das jetzt so richtig abschätzen, signalisiert das ja auch ein bisschen vielleicht auch, dass der Remy, also dass er dann sagt, Remy ist okay. Weiß ich nicht. Hier, da mal F7 haben wir ja nicht erwähnt. Könnte man auch überlegen. Sehr gut, nimmt raus. Nimmt, nimmt C6. Nimmt. Mhm. Nimmt, nimmt. Wahrscheinlich hält das alles für weiß. Aber ich habe immer noch einen Eindruck, dass wenn jemand vorsichtig sein muss, dann der Weißspieler. Ja, an der Schonke auf jeden Fall. Weil wenn jetzt Turm C2 kommt, dann kommt halt Bauer schickt auf zwei Zwischenschart. Und dann haben wir ein kleines Problem. Ja. Okay. Turm F1, ja. Das ist wahrscheinlich der beste Zug im Remy-Sinne. Turm E2 nimmt raus. Ja, aber es ist auch, es wird Remy sein, Jan. Ja, ja, ich behaupte nicht, dass Schwarz auf Gewinn steht. Nur, dass weiß derjenige ist, der aufpassen muss. Na gut. Deswegen würde ich auch mal tippen, dass wenn, also Anand jetzt, da mehr Spannung reinbringt, dann macht er vielleicht König E8 oder Dame E7. Forciert die Ereignisse auch nicht. 20 Minuten Vorteil. Ja, ja, das, welchen Zug, also was sagen wir? Machen wir, bitte, nochmal. Ja, vielleicht machen wir nicht König E8, weil der steht ja im Endspiel nochmal ein bisschen, ja, doch, König E8, okay. Naja, sowas ähnliches hatten wir eben, aber ich glaube auch, dass das in Ordnung ist für weiß. Wir werden sehen, wie Vichy sich entscheidet. Und hier, weil wir eben da waren und es dein Lieblingsspieler ist. Kamski spielt F5 in dieser Stamm. MWL schlägt und nimmt auch raus, also hier wird das Tempo jetzt deutlich erhöht. Aber richtig erhöht, also das muss man jetzt erstmal verstehen, was hier passiert ist. Okay, Kamski nimmt hier strenge Maßnahmen, wahrscheinlich hat Ihnen das andere vielleicht nicht so gefallen. Was ist jetzt zu erwarten? Wenn sich jetzt alles tauscht auf E5, dann steht weiß auf Gewinn. Der wahrscheinliche Zug, natürlich müssen wir uns unterhalten über E5. So, jetzt ist schon die Frage, ob hier irgendwelche Tricks gehen, die wahrscheinlich nicht gehen. Läufer F4 sehe ich nicht. Ja, aber hier irgendwas im Sinn haben. Dann kommt aber Läufer C5. Also Läufer G5 kommt ein Zwischentrick. Na, machen wir mal, probieren wir mal. Läufer G5 vielleicht? Ich verstehe noch nicht, was passiert, ich schlage. Naja, ich verstehe es auch nicht, Jan. Ist nichts. Gert nicht, ne? Ich habe ja immer gedacht, ich kann den Turm hier einspielen, geht ja gar nicht in der Stellung. Gut, also zurück. Der Springer muss ziehen. Aber will er das? Springer F3, das sieht eigentlich nicht nach... Der Mutter. Vielleicht ist ein guter Zug, aber es sieht eigentlich nicht nach seinem Schlauen aus. Vielleicht will er es einfach so ruhig spielen. Also Dame H4 ist der Zug. Ja, Dame H4 ist der Zug, genau. Dame H4. So, wenn wir jetzt für die Zuschauer mal rausnehmen auf D4. Läufer schlägt D4, jetzt hängt E4 brutal. Dann machen wir noch Bauer D5. Ja, muss man aber... Achso, jetzt ist das Problem, wenn Turm F8 kommt zum Beispiel. Dame E6, Schach geht Dame E7 nicht, weil C8 hängt. Ich komme mit F6 an, also König kann nicht nach D8 gehen, weil Läufer B6 geht, keine Ahnung. Also das schlägt da hier schon durch. Läufer E7, da war auch gerade was. Jetzt Läufer E7. Vorher. Eine Sekunde, machen wir... Ja, das ist breit. Ja, ja, das ist auch breit. Aber... In welcher Stellung da ein B6? Kann ich mir kaum vorstellen. Da steht ein Läufer auf E3, Springer geht nach E6. Ja, so ist es. Also, Herr Gustafsson hat ja hier Läufer E7 mal kurz ausgeführt. Das sieht relativ plausibel aus. Na ja. Wieder sehr konkret hier an alles, ja? Ja, schwere Stellung. Ich sehe noch keinen Totschläger hier. Ich muss irgendwie den Läufer angreifen. D5, Springer E6 wäre ja schön, aber ich sehe nicht, wie wir es machen. Läufer C1 oder irgendein dämlicher Zug. Geht gleich Läufer, D5 einfach. Weil das Problem ist, wenn man D5 stattdessen spielt, also Läufer C1, jetzt D5, dann kann natürlich der Springer rein und der lähmt dann, glaube ich, auch ein bisschen die schwarzen Kräfte. Ja, muss auch noch nicht klar sein, aber da wäre ja immerhin. König nach E7. Okay, dann Läufer D5, bitte. So. Okay, es droht allerdings jetzt nicht, wahrscheinlich nicht, auf D4 zu nehmen, weil dann Dame F6 kommt. Ja, aber ich muss auch ein bisschen, wie kann ich denn den Druck verstärken? Also wenn, jetzt wieder ein normaler Zug, Springer F3, ja, irgendwann? Weiß nicht, Springer F3 fühlt sich an, als wäre was schiefgelaufen, wenn ich das machen muss, aber ich sehe auch nichts Besseres. Ja, das Problem ist ja, dass Schwarz hier auch das Zentrum hat. Ja, das ist ja eins war schon. Ja. Quatsch wahrscheinlich, aber ich kann nicht erspähen, was Maxim hier im Sinn hat. Da haben wir Läufer H6, oder? Ja, das ist ja ein Quatsch. Vielleicht jetzt nur so als Spaß, Läufer G5. Auch möglich, ja. Nimmt raus, Dame schlägt die E4, Dame E4, Tum E4, und wenn er jetzt auf D4 nehmen würde, habe ich noch F6 als Zug. Das Problem ist, wenn alle scharren, Läufer C5 scharren, muss man noch sehen, kommt Tum E5 scharren. Aber Läufer H6 habe ich kein Problem. Das kann sogar sehr viel schnell schlechter sein, weil das Zentrum da durchstößt. Ne, mal gucken, was Monsieur Maxim sich dabei gedacht hat. Ich vermute, dass er sich was dabei gedacht hat. Da ging aber noch ein Zug, in der letzten Stellung, ganz kurz nochmal. Ja. Also die Schlussstellung, die du gerade gezeigt hast, mit Läufer H6. Achso, wie war das? Okay, okay. Läufer H6. Hatten wir Läufer G5. Okay, Läufer G5. Nimmt raus, nimmt raus, Läufer F6. Jetzt vielleicht noch, ach, geht auch nicht als Trick. Ich dachte, Entschuldigung, ich dachte mir, dann spielt hier Turm D1 ganz schlau, mit der Idee Springer F3, aber hier kommt D5. Ja, ja. Das sieht alles angenehm aus für Schwarz. Ja. Na gut. Es gibt weitere Ergebnisse. Hier kein so überraschendes. Peter Anilson gegen Svigler haben sich friedlich geeinigt. Baden-Baden führt nach wie vor durch den Sieg Levon Aronians gegen Georg Mayer. Arnand hat nicht E3 gespielt, sondern A4, auch sehr logisch. Die Schwäche A3 festlegen, Blühbaum reagiert mit Turm nach E5. Möchte endlich seinen Bauern zurückhaben. Der Kampf tobt noch. Aber hier auch interessant, jetzt schon interessant, Turm schlägt E5. Dame E5. Nee, das ist wahrscheinlich besser. Weiß ich nicht. Das gefällt mir gar nicht so sehr. Nee, nee. Turm E5 zurück. Wie decken wir sich den Bauern jetzt? E3? E3, ja. Kommt stark in Frage. C5 wahrscheinlich nicht. Turm E8 und Dame B5. Aber ja. Was passiert in einer E3? Turm E3, Turm E3. Nee, Bau schlägt die drei Wände. Naja. Naja, da sind immer schwache... Beide Seiten haben sehr viel Schwächen. Das ist eine kompensierte Stellung. Also das ist jetzt so... Wir sind hier immer in der Remis-Breite. Aber hier müssen Entscheidungen getroffen werden. Und man hat jetzt nicht ewig viel Zeit. Also hier passiert trotzdem was. Also muss ich erst mal sehen, wie das jetzt hier verflachen sollte. Ja, das ist eine harte Partie für beide. Das ist eine harte Partie, genau. Man muss jeden Zug sehr viel verschiedene Stellungen evaluieren. Genau. Keimer kämpft, aber ist unter Druck. E6 schwach. Zähl hier nicht. Er droht sofort Turm C7. Er müsste hier Turm C8 spielen. Musste ja, ist der Bauer schon weg. Er müsste ja wahrscheinlich, aber dann fällt der Bauer. Aber was sonst? Turm C1, Turm C1 kam gerade. Ah, Sprenger C6. Sprenger C6. Ja, okay. Nicht Turm C8, Sprenger C6. Und gibt es hier Tricks. Ja, das ist aber eine schwere Partie, ganz klar, weil... Okay, immerhin B4 habe ich auch gar nicht gesehen. B4 hängt ja. Ja, vielleicht nicht so schlimm, wie ich dachte, wenn nichts konkret geht. Ja. Ich versuche hier mir irgendwas aus den Fingern zu saugen. Läufe F4, aber ich sehe noch nicht so wirklich, wie es weitergeht. Ja, dann wahrscheinlich einfach Turm C8. Obwohl, das könnte jetzt schon wieder kritisch werden wegen Sprenger C7. Da haben wir eine Idee, wo E6 hängt und wenn sich alles tauscht, weiß ich nicht, ob das... Hat man noch Sprenger D4, also gut, Läufe F7, zack, zack, B5. Ja, da haben wir C4 gewinnt, ja. Weil auf B5 würde noch Sprenger D4 gehen, okay. Gut, Läufe F4 hat eine Idee, Sprenger C4, äh, Sprenger D4 zu spielen. Ich weiß nicht, sieh ein bisschen... Bitte? Ja, okay, aber... So spielt ihr in Berlin. Kein Berliner, er ist kein Berliner. Also, okay, okay. Bayer würde ich sagen, irgendwie sowas. Oder? Ja. Das ist wahrscheinlich vernünftig. Ah. Ja, scheint zu halten. Gut, rot auch G5 mal, ja, also... Da kann man sich auch schnell mal verlaufen mit den Springer. Ein guter Punkt. Ne, ich weiß nicht, es fühlt sich an, als sollte irgendwas gehen, aber ich kann es nicht... nicht sehen. Tom D1 kann man machen, ja. Komm, Tom D8. Tom D8. Ne, der Turm steht ja erstmal gut da. Dame C4, kommt Tom C8. Ist das so? Dann habe ich dann... Ne, ne, mach mal Dame C4, Jan. Ah, Dame C2 hat er gespielt. Das ist stärker. Ja, das ist jetzt auch natürlich. Greift H7 an. Bin so weich taktisch. Irgendwas musste gehen. Aber Dame C2 ist richtig, natürlich. Gut, das gewinnt halt das Tempo jetzt mit Tom C7. Naja, nach Sprenger B4, Dame H7. Wenn dieser Bauherr fällt, ist der schwarze König immer anfällig. Ja, das sieht schlecht aus. Läufer H6 liegt in der Luft. Tom C7 droht. Na gut, aber ich mache jetzt noch Tom C8. Hier muss doch irgendwie überlastet werden, oder nicht? Okay, Läufer F8 geht Läufer G7, ja? Oder Turm C8 und dann Läufer G7. Oder Springer D6 sofort. Okay. Ne, Dame C2 war jetzt noch natürlich. Springer D5 versuchen wir noch. Ich auch Dame H5, Schach. Aber probieren wir erstmal den. Turm G8. G8, was sonst? E4. Ja, E4 sieht auch sehr brutal aus. Tom C7 nächstes Jahr. Das geht nicht. Na, das ist eine schwere Stärkung. König einfach zu euch. Ja. Ja, auch harte Partien natürlich. Das ist häufig so in diesen Matches auch gerade. Die schwarzen Partien werden natürlich mehr angearbeitet. Und Kai, wo steht da? 2, 5, ein bisschen. Das ist ja ein 10. Schwarzer ist gegen Wolterschek. Riesentheoretiker. 2, 47. Und Renz, glaube ich, auch noch eine Variante. Die er wahrscheinlich noch nicht so genau angeguckt hat, dieser A4. Ist das schwer? Ja, gute Chancen für das 2, 0. Ganz klar. Kommt denn überhaupt noch Spannung bei diesem Kampf auf? Wo haben wir das? Also scheint ja Bahn, Bahn, seinen Kampf relativ gut zu lösen. Vallejo steht vielleicht ein bisschen unter Druck. Aber geschlossene Stellung. Läufer geht nach H4. Okay. Ist noch weit weg vom... Wer ist denn hier dran? Weiß. Läufer G4 ist ja auch ein harter Zug. Warum soll der gehen? Läufer H4 meinst du? Ich vermute, er wird Spannung G3 verhindern und dann ja irgendwelche... Und auf G5 macht man dann F5, ja? G5 ist auch ein harter Zug. Ja, droht um G4. Läufer wegfangen, ja. So. Und das scheint ausreichend zu sein. Okay. Kommt man nicht richtig... Na gut, aber weiß steht besser. Weiß steht besser, ja. Ja. Muss man kleine Züge machen in der Stellung. Und so. Was haben wir denn noch im Angebot hier, Jan? Da, die Partie ist Remi ausgegangen. Vashila Graf. Gehen wir auf Vashila Graf. Das ist so eine Spannung. Da haben wir immer wieder Vashila Graf. Vielleicht konzentrieren wir uns jetzt mal auch ein bisschen auf diese Stellung. Dame G3 hat er gespielt, nicht? Dame H4. So. Was ist der Unterschied? Na, die Dame will nach G7, ne? Dame G7 kann sie reingehen, ja. Auf E5 ist auch ein bisschen Druck. Nehmen wir jetzt erstmal die normale Stellung, Jan. Nehmen wir raus auf D4. Das... Ja. Recht sich bestimmt. Bestimmt, ja. Läufer D4, oder was? Ich vermute, ja. So. Jetzt machen wir Läufer C5. Okay. Und dann über F6 fällt man über die Stellung her. Geht nicht? Gut. Ich erwähne an D5, aber es sieht alles sehr wackelig aus. D5, ja. 6. Tumel F8. Und das war's schon. Ne, Läufer E7 machen wir noch. Ne, ne, das war's noch nicht. Ich, äh... Ich hab keine Ahnung, ob meine Züge gut sind. Ich... Mein Gefühl sagt, dass man sich das nicht leisten kann hier gegen Maxim, aber die Stellung hier bei Nächsten hat. Dame C7 oder so. Na hier, Dame, Dame, ich dachte... Achso, ich dachte, Dame B6 Schach und Tumel F6. Dame B6 auch gut. Ja, ne, das hab ich wahrscheinlich nicht... Vorbildlich behandelt. Gucken wir nochmal nach E, D hier. Gibt's so viele Möglichkeiten. Dame G6 Schach sofort. So. Können wir da rauslaufen? Das geht wahrscheinlich nicht. Den König nach D8 zu stellen. König nach C7. Läufer F4 Schach. D6. Und Dame E7, E4 hängt. Das kann ich gehen. Gut. Ja, Dame G6 sieht stark aus gleich. Gut, also wir nehmen ihn nicht auf D4. Ich glaube auch nicht, dass die ernsthaft vom Gefühl darüber nachdenken, auf D4 zu nehmen. Was ist... Bitte? D5, das ist vielleicht... Auf Dame G6 haben wir jetzt... Da kommt natürlich der Kollege wieder, ne? Ja. Also hier haben wir ja auf Dame G6 die Reposte, dass wir Dame F7 machen. Also Sprenger G6. So. Turm C2. Über so einen Zug würde ich nie nachdenken. Rausnehmen, rausnehmen, Turm C1. Jetzt kommt der Seitenwechsel. Läufer F5 geht nicht wegen Sprenger G7 Schach. Ja, aber so eine Bauern... Ich glaube, hier muss man irgendwie versuchen, jetzt die Koalition, die Figuren besser zu stellen. Ja, das ist schwer, ne? Der Sprenger auf E6 lehnt das Ganze doch ziemlich. Dann gucken wir mal, ob wir anstatt D5 noch einen anderen Zug haben. So, was ist denn hier noch normal? Dame was? Gut, dann mache ich mal Dame D5. Könnte übrigens durch Zufall trotzdem Springer G6 gehen. Ja, ja, hatte ich auch gerade gedacht. Könnte ein Problem sein. Na gut, nehmen wir erstmal raus, Jan. Was soll man machen? So, jetzt König nach... D7. Das Problem ist, man hat halt in manchen Varianten sofort... Also nehmen wir mal Dame F7 Schach. Achso, da kann der König aber nach C6 laufen. Der Schach heben wir uns auf. Da haben wir uns gezogen, ja? Es war auch sehr harmonische Zugbewegung. Ich weiß nicht, was das war. Harmonische Zugbewegung? Ja, ja, es war so aus dem Handgelenk. Okay, mit einem harmonischen Gesichtsausdruck. Absolut. Geh mal zurück, Jan. Und ja, hat D5 gespielt, hat er gesagt. Ficht mich ja alles nicht an. Naja, das weiß ich nicht, ob er das denkt. Weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich dachte er. Was sonst? Dame D5, Dame G7 oder... Ja, sieht nicht gut aus. Dame G7 reicht auch, ja. Gut, okay, dann was war das jetzt? Also D5, Springer E6 wird kommen. Ich weiß nicht, ob er schon gezogen hat. Er denkt aber schon noch ernsthaft nach. Ja, vielleicht überlegt er ja auch an irgendwelchen verrückten Geschichten, ob er G5 oder was für sich. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das geht. Nach der G5, top 1. Wir probieren mal, wir probieren mal Springer E6. Was haben wir gesagt jetzt? Was können wir hier machen? Wie wollen wir das verteidigen? Ja, ich sehe keinen... Dame F7 zum Beispiel. So konstruktiven Weg. Dame F7 ist vernünftig. Dame F7, das gefällt mir, ja. Naja. Wenn Ton nach der A kommt, dann kann man auch andersrum gehen. Das kann nachher, der Läufer auf E4 ist eine Bombe, Zentrum. Vielleicht ist das auch der Grund, warum jetzt so Schiele Raff hier nochmal nachdenkt. Und warum Kamski so selbstbewusst zieht. Und Kamski so harmonisch zieht, ja. Na gut. Ja, gefällt mir aber für Schwarz jetzt wieder. Jan, musst du mir schon was zeigen? Gefällt mir nach Spanier G5 noch. Ah, das ist schön, so eine Züge. Ja, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Was ist... Ja, FG geht auch. Ich wollte nur. Schreck. Ja, FG, Figur, Dame E5 und dann einfach König D7. Ja, das funktioniert nicht wirklich. Weiß nicht, hat jemand was gesagt? Nee, ich weiß nicht, wahrscheinlich. Okay. Wo ist eine Alternative hier? Was hast du gesagt? Läufer G5? Na, das funktioniert auch nicht, glaube ich. Problem ist... Ja, gut, aber... Sieht sehr langsam aus. Sprech 3 kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wäre ich ganz plump, wie der Dame E5 im Spiel... Sprech 3 von Pfeffi. Spannend, sehr spannend, Jan. Ja, du hast es gesagt hier, Kamski... Kamski hat auf jeden Fall... ... immer für einen Kampfschach zu haben. Absolut. Ist eine sehr, sehr komplizierte Stellung, auch für den Zeitverbrauch. Immer wieder Zeitverbrauch. Das ist jetzt Nahkampf, Messerkampf. Du als Schachhistoriker würdest du sagen, Kamski hat ein WM-Match gespielt? War jetzt ja große Kontroverse, weil viele gesagt haben, Caruana der erste US-Amerikaner seit Fischer in einem WM-Finale. Dann haben viele gesagt, nee, nee, Kamski gegen Karpov. Ja, empfinde ich auch so, dass Kamski ein WM-Match gemacht hat. Okay. Ja, aber das ist mir zu kompliziert, das... Was ist hier passiert, Jan? Die haben was getauscht? Ähm, Wischer in Zug gemacht, wo wir gesagt haben, nee, ist Quatsch. Macht aber Turm F8. Turm F8. E3 fällt einem sofort auf. Ja, wir wollen beide nicht E3 spielen, ne? Wegen Dame F7 oder was? Was ist der Grund? Schach, okay. Achso, und dann hat Dame F7 verhindert. So hat er es gemacht. Oh, aber was ist denn hier los? Steht Blühbaum besser. Steht Blühbaum besser. Vielleicht jetzt knallhart, Jan. Achso, Schwarz hat natürlich vor allem eine schwache Königstellung. Schwache Grundreihe. C5. C5 würde ich auch machen, ja. So, auf Dame D6 haben wir Turm C8. Das geht also noch. Oder Dame F7 wieder. Ja, okay. Okay, und wie immer im Schach, wenn man genau spielt, ist alles Remis. Wie so eine Stellung, ist das ausgeglichen oder was? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, es sieht halt nach Ausgleich aus, aber vielleicht spielt sich das jetzt minimal angenehmer für Weiß. Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht sicher. Sagen wir Ausgleich. Sagen wir Ausgleich. So. Wo waren wir aber noch nicht? Ich muss hier ein bisschen durch die Gegend gucken. Okay, mach mal. Was hier mit Hockenheim? Hockenheim ist doch der... Was war denn da die Partie, wo wir gegen Shankland? Da bist du gerade rüber gescroyed. Mam... Rediarov. Oh, ist einiges vom Brett verschwunden. Ja, das ist aber die Selbeste, die wir auch angesprochen haben, dass die Ausgleich ist. So ähnlich haben wir es gemacht, ne? Bisschen anders, aber so ähnlich. Gut gelöst von Shankland. Sollte er aushalten. Ja. Aber geht natürlich noch weiter, ne? Also noch ist die Kuh nicht vom Eis. Stimmt, stimmt. König die Eins. Ist da ja noch nervig. Ja, ich glaube, er wird es irgendwie zusammenhalten. Läuft er auf 6, c, 4. Da muss noch ein bisschen arbeiten. Ja, wo wir sind? Ich muss hier einmal nach meinen Holländern gucken. Van Veli gegen Alexeev. Was ist mit Alexeev passiert? Er war, okay, in den 80er noch nicht so aktiv, aber so Mitte 2000er, ein sehr, sehr starker Spieler. So an der 2-7er-Grenze. Ich glaube, russischer Meister geworden. Aber dann so ein bisschen abgetaucht. Und ich glaube, jetzt ELO-Zahl nur noch in Anführungszeichen um die 2-6. Das war ein bisschen überraschend. Also in den späten 2000ern auch diese Grand Prix-Serie gespielt. Teilweise sehr erfolgreich, aber dann irgendwie, ja, vielleicht hat er was anders gemacht als Schach. Konnte es nicht ganz zusammenhalten. Luke Van Veli, unser alter Freund, zuletzt harte Zeiten gehabt. ELO-mäßig vor einem guten Jahr stand, noch bei fast 2-7. Hat jetzt sehr viel verloren. Ist runter auf so 2-6. 5-10, so um den Dreh. Und ja, wir werden sehen, ob er es nochmal wieder drehen kann. Hat natürlich jetzt auch zwei Kinder zu Hause. Viel zu tun, Luki. Ja, was sagt die Verstellung? Ich versuche erstmal, das Material durchzuzählen. Luke hat eine Figur mehr. Naja, dann nicht. Okay. Wäre gut, ne? Ich habe gerade gestaunt. Es ist einfach gleich. Er nimmt halt raus auf C5. Und das ist ja so offensichtlich, dass Jan das schon so fühlt, dass Schwarz eine Figur mehr haben muss, weil er steht so gedrängt hinten drin. Also das ist etwas Vorteil für Weiß. Ja, vielleicht ist nicht so schlimm, aber es sieht sehr unangenehm aus, oder? Weil ich PC spielen muss. Ja, wird aber spielen müssen. Hast du ja einen Bauer mehr. Nee, auch nicht. Hat er nicht, hat er nicht. Hat er nicht, hat er nicht. Okay. Aber Springer geht vielleicht wie bei F6 ins Spiel. Wahrscheinlich geht das alles. Alle Figuren, Bauer auf D6, weiß ich nicht, ob er so schwach ist. Okay. Gut, wenn der Springer über C3 reinkommt, Turm B8 schlägt Turm B1. Ja, vielleicht noch kein Grund zur Panik. Vielleicht schon ein Grund zur Panik. Vielleicht ist es doch nervig. Problem ist, wir sind immer kurz in der Stellung drin, gucken mal da rein und schnüffeln mal dort rein. Da immer eine Entscheidung zu fällen, also die Jungs müssen hier schon mehr rechnen. Nach Springer C3 muss man jetzt erstmal gucken, wie man klarkommt. Du hast uns noch nicht mal ausgerechnet, wie viele Partien wir insgesamt haben. Es waren 16 Mannschaften. Ja, das ist doch deine Aufgabe. Du bist doch viel jünger als ich. Du bist doch viel jünger als ich. Die Damenpartien haben wir aber nicht, deshalb können wir die nicht mitzählen. Da ist aber Action durch die Kamera, sehe ich immer wieder. Die ziehen die ganze Zeit hier bei Sheila Graf gegen Kamski. Ja, ja, die denken nicht lange nach. Die denken nicht lange nach. Da musst du rauf. Solange die Frisur sitzt, können wir hier gerne Züge machen. Drei wettertaft. Aber du willst eigentlich nur MW Kamski sehen. Diese Stellung ist doch jetzt auch ein Schwanzen. Okay. So, was ist hier passiert? Springer E6. Wie genau? Dame E7, Läufer D2. Läufer D2. Tom G8, Dame E3. Also er hat auch kein Wundermittel, der Franzose. Versucht hier, den Laden zusammenzuhalten erstmal. Na gut, das Problem ist halt für Weiß, irgendwann könnte man Läufer F5 drohen. Also das könnte eine schwarze Drohung sein und den Springer dazu entwurzeln. Müsste man jetzt wieder konkret gucken. Wir nehmen mal, vielleicht tauschen wir mal ein paar runter, Jan, mit Läufer schlägt D2. Wahrscheinlich macht er sogar Dame D2. Die Dame da ein bisschen, obwohl, Dame kann auch über B6 reingehen. Ja, wahrscheinlich Turm, oder? Dame D2, Turm C2. Turm D2, so. Der König ist ja immer noch offen. Und wenn ich jetzt so einen Zug machen würde, der jetzt nicht schön aussieht, aber wir machen ihn einfach mal, um das zu verstehen. Läufer F5 schlägt. Gefällt mir erstmal nicht, aber ich muss auch wissen, warum. Ist auch sehr konkret. Ja, zur Not, Turm F5, von Turm H5. Achso, den habe ich gar nicht berechnet. Okay, mach mal. Turm F5, Dame E6, Turm H5. Tja, wenn der schwarze König anders stehen würde, dann wäre es schwarz sehr gut. Ich kann dann diese Stank einschätzen. So wie immer. Ausgleich. Der König ist offen, ich hatte ein bisschen Angst. Nochmal bitte. Ja. Uiuiui. Spektakulär. Ja, da hängt aber F6. Ja, ich nehme ja nicht auf C5 raus erstmal, wir gucken mal. Erstmal Turm F6, probiere ich mal. Ja, dann Läufer E3. Das ist auf jeden Fall eine interessante Variante. Du willst erstmal nehmen, ja? Ich würde erstmal nehmen. Und dann Läufer, Turm C2. Und dann E7, ja? Ja, ich wollte also Turm C1. Der ist heftig jetzt auch. Das war's. Ja. Na gut, schwarz musst du nicht auf C2 schlagen, ne? Aber es sah gemein aus, weil ich sonst auch hier mit Turm F6, Turm F2. Ja, kommt Turm F6. Ja, aber das ist trotzdem, das ist eine schwierige Stellung jetzt schon wieder geworden. Nicht zur E7 noch kommen, jetzt kommt Turm F2 könnte drohen. Ja, hat die dann schon ausgeführt. Das ist interessant, der Vorschlag. Aber jetzt ist Taktik angesagt. Das muss man jetzt rechnen. Und wahrscheinlich klappt das nicht. Wahrscheinlich muss ja hier nochmal die... Dazu soll ich sagen, da haben wir gesagt, es geht auch Läufer B4. Was auch interessant ist, aber ich glaube FE war gut. Ja. Dann würde aber eventuell noch Läufer schlägt F5 gehen. Ja, ja. Interessant. Okay, probieren wir es nochmal. Also Läufer schlägt F5. Ne, Quatsch. Erstmal den Läufer da. Läufer schlägt D2. So, Turm D2. An sich trenne ich mich sehr ungerne von diesem Läufer. Das Problem ist nur, der steht auch auf Dauer gar nicht sicher da. Ich kann auch mal Springer C5 nachdenken. Hat man auch da mal A7. Das ist auch noch eine Reposte. Das, was wir jetzt analysieren, ist so herrlich konkret. Also nochmal, um das abzuschätzen. Jan hat da schon was gesagt dazu. Läufer schlägt F5 noch, Jan. Also ne, ne. Mit Tausch, Tausch. Läufer F5. Turm E5, Dame E6. Oder hast du hier noch einen anderen? Ich bin sicher. Springer D4 kommt Läufer E7. Äh, E4, E4 meine ich. Naja. So. So. Jetzt könnte man noch über Turm F2 nachdenken. Oder Dame. Ja, Dame F2 auch. Okay, ja. Das probieren wir gerade. Wir müssen erstmal so reinkommen, dass wir sehen jetzt, dass das momentan in der Stand, wo wir gerade waren. Da würde ich sagen, weiß steht besser. So, jetzt. Also vermute ich mal. Ja. So, jetzt noch einen Stillenzug wie H4. Hier kann man sich kaum vorstellen, dass das jetzt klappt von der Zeit. Weil ich habe hier auch Dame B6 als Zug. Na gut, aber der Läufer auf E4, der ist super stark. Springer C5, Dame A7. Okay, verstehe. Ich lache da auch C4 an. Ja, ja. Das hätte schon funktioniert, aber die Stellung sieht sehr gefährlich aus. Ja. Schlägt, schlägt. Turm schlägt. Und jetzt, euergen Ausmacher. Da haben wir B6, Turm B2, ich weiß nicht. Es sieht alles sehr, sehr heikel aus mit dem König hier und dem Springer auf E6. Schwere Arbeit. Also ich glaube nicht, dass man sich H4 leisten kann. Was macht Kamski? Kamski ist am Nachdenken, zu Recht, oder? Okay. Ich kann ja nur das halbe Brett sehen, aber es scheint unsere Stellung zu sein. Auf jeden Fall sind die Damen und alles noch da. Noch kein Läufer schlägt D2 oder Dame A6. Das ist natürlich auch eine kritische Entscheidung jetzt, in welche Richtung die Partie geht nach seinem nächsten Zug. Sowohl nach Läufer schlägt D2, als auch nach Dame schlägt E6 oder Läufer E7 oder was auch immer. Die Partie ist auf jeden Fall so interessant, das interessiert natürlich auch Caruana. Der guckt die ganze Zeit auf ein Nachbarbrett. Weil seine Partie ist halt wahrscheinlich relativ kompakt übersichtbar. Naja, seine Störung für uns Normalsterbliche sieht auch noch relativ scharf aus. Sehr scharf aber auch. Aber er wirkt nicht besonders beunruhigt, das stimmt. Kamski zieht. Also das ist natürlich so, normalerweise würde ich auch empfehlen, diese Partie, wer hier die Partie sehen kann, sich live anzugucken. Aber ich vermute mal, dass die Traube um diesen Brett so groß ist, dass man gar nicht rankommt. Also kann man auch hier sitzen. So, Jan, wo willst du hin? Kamski. Nein, keine Sorge, wir bleiben hier. Jetzt bleiben wir bei Kamski. Wir bleiben bei Gata. Wir haben das schon so viel analysiert. Das ist passiert. Was ist passiert? Turm C2, ist so profan. Ui, ui, ui. Haben wir natürlich gesehen. Läufer B4, Turm G2. Noch besser als Turm E schlägt zwei. Okay. Das hier sieht nicht schlecht aus. Turm, so nicht. Achso, ist egal. Spielt keine Rolle. Turm E2 gewinnt. Alles gewinnt. Aber Maxim übersieht eigentlich nie sowas. Er wird hier. Nein, nein, nein. Dame B6. Dame B6. Auch zündlicher Tempo. Droht auf Matt, auf D8. Dame D7. Ja, jetzt ist es halt spaßig. Jetzt ist alles forciert. So. Jetzt ist das Problem auch immer, dass Läufer B4, man muss nicht mal auf E2 nehmen. Man kann auf G2 mit dem Turm auf G8 nehmen. So, jetzt muss Weiß wieder. Hat er auch gezogen offensichtlich. Weil Weiß hat aufgespringen, hat C7 Schach. Ja, C7. Uiuiui. Ja, aber das weiß ich schon. Aber ist das ja schon. Der Versuch sich. Ja. Nee, ist es nicht. Ich dachte, Dame C7, aber dann kommt Dame E6. Das ist der Punkt. Greift den Torm an, dann König F8, Läufer B4 Schach. B4 Schach und aus. Weiß ich nicht. Wieso? König G7, machen wir weiter. Okay. Turm schlägt C2. Aha, Dame C2 haben wir noch. Das sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus für Schwarz. Hier könnte man auch über Läufer E7 nachdenken in einer Form. Vielleicht Turm E4 und dann Läufer E7. Weiß man nicht, hat er Turm C6. Turm E4 kommt wahrscheinlich sofort Turm C6. Bitte? Was ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist mal. Na, König nach G8. C2 ist gedeckt, scheint nicht zu gehen. Okay. Auch interessant. Mach mal, also hier nochmal zurück. Das ist jetzt natürlich, jetzt sind wir ja live im Geschehen. Und zurück. Also was ist hier, König F7. König F7 ist doch ja ein normaler Zug. Echt? Ich würde erst mal schlagen wollen. Okay. König F7. Dann Dame E6 Schach. Naja, aber... Ich kann nicht so schnell rechnen, aber Dame E6 nehme ich weg. König G6. Das hängt auch nicht zu. Na gut. Also ich bitte um einen Zug. Ja, ja. Ich sehe nur Dame E6 Schach. Bitte um Zeit. Turm schlägt E4. Ja. Turm schlägt D2. Dame E6 Schach. Lass uns das einfach ausführen. Vielleicht kriegen wir es dann so raus. Turm E4. Jetzt machen wir eine normale Variante. Erstmal Bauer schlägt E4. So, jetzt kann man wahrscheinlich nicht auf B2 nehmen, weil man matt gesetzt wird über Turm G2 und Turm H2 Schach. Ja, das ist immer schön, wenn wir uns mal ein bisschen ausruhen können. Okay. Jetzt muss das Forstiertes wieder passieren. Hier vielleicht Dame E6 Schach. Nee, anstatt Läufer B4. Weil man dann vielleicht die G-Linie stopft. Gleich haben wir es geschafft. Okay. Jetzt Dame E6 Schach. Einziger Zug ist Dame schlägt E6. Das geht auch alles nicht, oder? Bauer E6. Jetzt läuft halt E4. Achso, C7 hängt. Gut. Und das war es. Geht halt nicht. Okay. Was können wir tun? Was können wir tun, ja. Was ist jetzt mit Turm E4 stattdessen? Ja, selbst dann muss ich nicht, wenn ich einfach ganz prosage zurücknehme, wie es weitergeht. Das sehe ich auch nicht. Lass da los, Maxim. Auf jeden Fall ist er... Und es kam schon Turm schlicht C7, also müssen wir uns nicht weiter den Kopf drüber zerbrechen. Aber König F7 auf den ersten Blick konnten wir keine Widerlegung orten. Da muss aber sein, Jan. Das ist zu... Naja, jetzt kommt Läufer schlicht B4. Jetzt wird er wahrscheinlich König F7 spielen. Ist die Stellung so schlecht für Schwarz, oder? Sieht überhaupt nicht schlecht aus. Wenn dir kein Trick ist, dann steht Schwarz auf Gewinn, ja. Weil der Läufer einfach mit den D-Bauern... Welche Partie ist eine Irre? Von Vachila Graf, oder was? Und lauter Leute drumherum. Man kommt nicht ran. Kommt man, ja. Verteilen sich die Zuschauer. Gut, König F7, Jan. Kamski steht gut. Ich weigere mich, nur die Partie MWL gegen Kamski zu analysieren. Wir müssen irgendwo anders hin. Hast du noch andere Lieblingsspieler aus den 80ern? Also, ich hätte gerne die Partie von Kamski gegen Vachila Graf analysiert. Und sonst weiß ich jetzt nicht. Dann kannst du jetzt Fehler für uns sein. Hat jemand einen Vorschlag für eine andere Partie? Wie steht denn bei Kaima? Bei wem bitte? Beim Kaima. Den Kaima. Das ist auch schon letztes Jahr immer deine Frage gewesen. Wie steht Kaima? Kaima hat verloren. Kaima hat verloren. Stand auch hier. Ja, wir hatten schon gesagt. Hier. Überlastet. Friedmann. Friedmann gucken wir nach. Friedmann spielte gegen wen? Hatten wir ja geguckt, glaube ich. Gegen FNM. Remi. Remi spielt Bundesliga mit weiß. 21 Züge Remi. Ja, sehr symmetrisch. Okay. Andere Vorschläge. Jan, dann mach doch mal einen Vorschlag. Nein, nein, nein. Jetzt kommen wir hier nicht mit Van Veli. Auch wenn ich das mag. Hector. Hector können wir gucken. Jonny Hector. Da haben wir eine Kamera. Jonny Hector. Ich glaube, er nennt sich Jonny, oder? Ja, ehrlich. Ich glaube schon. Ich dachte immer, Jonny. Nee, nee, nee. Da hat Jan was gefunden hier, Herr Gustafsson. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich gebe nur hier hängen, weil ich immer gerne Figuren zähle. Und Schwarz hat mehr, aber ich wusste trotzdem nicht, wie die Störung ist. Der Schwarz ist auch noch dran. Dann kann ich noch eine schlagen. Das kann nicht sein. Nee. Das muss irgendein Eingabefehler sein. Ja. Ja. Springer F hier, ja. Ja, das sieht logischer aus. Ja, und dann Turm C1 oder Turm A5 natürlich. Das sieht ja eher sogar aus. Noch nicht klar, ne? Nee, überhaupt nicht klar. H4 macht er vielleicht, um G5 zu erhindern. Aber das ist, Jan, das ist noch lange nicht so interessant wie die Partie von Vashila Graf. Naja, wenn das hier Kamski gegen Vashila Graf wäre, würdest du hier nirgends anders hinwunden. Das könnte sein, aber ich finde die Anstellung trotzdem, die können mir noch gar nicht mehr mehr bieten. Der arme Armin hier, als erster Afrikaner, 2-7 Doktortitel nebenbei und keine Sekunde interessiert dich seine Partie. Ich finde das sehr gut. Ich hoffe an der Figur gegen Temparino. Ich finde das sehr gut. Ich verstehe, das ist fantastisch, wie du dich eben für den Afrika hier einsetzt. Nur für Armin. Achso. Arnan finde ich auch noch interessanter. Da ist auch was passiert, Jan. Arnan war in den 80ern auch schon aktiv? Ja. Hat mein einzigen Trainer... Durchbruch aber frühe 90er dann, ne? In Lugano, sage ich mal, 83, 84 hat der Reinhard Tomczak geschlagen. Oha. Aber Tomczak hätte gewinnen können. Danke. Richtig. War in der Schachwoche, gab es den Fall jetzt die Partie. Was ist hier passiert? Okay. Turm auf G8. Immer noch ein Bauer mehr. Ganz hartnäckig. Ja, Vichy. Gibt nichts her. Wer hat er in F2 gekriegt? G3, C5. Achso, hier Blühbaum hat nicht weggenommen. Ja. Da mit D6. Ja. Das hatten wir auch das Thema. Wir dachten, da mit F7 greift F2, Jan. Ja. Ja, ich verstehe auch nicht, warum er sich darauf eingelassen hat. Aus weiß der Sicht. Turm G8. Turm G8 ist ein strenger Zug. Sehr schön. König gesichert. Das Problem ist jetzt, vielleicht bleibt irgendwie immer einer übrig. Weiß ich nicht. B5 hängt. E3 hängt dann auch. Okay. Ja, man kann sich hier durchfressen. Aber jetzt hängt der Turm und der Bauer. Ja. Ne, das ist schlecht gelaufen. Irgendwas muss Blühbaum übersehen haben. Ich weiß nicht was. Vielleicht einfach, dass Nadam F7 F2 angegriffen ist. Ich glaube nicht, dass wenn er hier auf E4 nimmt, er zu großes Risiko gegangen hätte. Wer weiß. Vichy noch im Geschehen. Achso, haben wir mal Liko? Ja, haben wir schon mal geguckt. Liko auch nach wie vor relativ unverändert. Wirre Stellung. Caruana. Auf jeden Fall von der Körpersprache her nicht besonders besorgt. Liko in großer Zeitnot, was auch typisch ist für nicht so viel Praxis. Spieler kriegen 30 Sekunden Zeitgutschrift insofern. Oder? Ich behaupte es einfach mal. Ja. Insofern nicht so tragisch. Aber ich kenne es selber, wenn man hier runter ist auf die 30 Sekunden pro Zug und auf einmal rechnen muss. Nicht leicht. Caruana auch nicht mehr so viel Zeit. Zehn Minuten. Aber ein bisschen mehr. So, zurück zu Gata. Läufer schlicht B4 gespielt, aber Kamski hat auch keinen Zug gemacht? Doch, doch. Er hat, also ich habe ja gesehen, wie er gerade ausgeführt hat. Der Vashila Graf denkt ja jetzt auch nach. Was ist denn hier normaler Zug, Jan? König F7 hast du vorgeschlagen. F7 sah aus wie ein normaler Zug. Was steht denn da für eine komische Figur da, ganz so außen am Winkel? Die Dame auf H7? Die Ersatzdame? Nein, die ist nicht auf dem Brett. Hier steht hier neben dem Brett. Ein Wechseldamm. Okay. Also zeittechnisch gesehen. Oh, naja, wissen wir ja nicht, ob das stimmt. Siehst du da was, Jan? Mit deinen Adler Augen. Die Ruhe kann ich nicht sehen. Die gesunden Hamburger Adler Augen vom Lande. Das stimmt, das stimmt. Mit was? G4. Ach, Dora 4, da hängt er bei E4. Kannst du nicht bringen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber er muss ja irgendeinen Zug gemacht haben. Was mit Läufer D3 ist auch eine interessante Frage. Mich würde mal interessieren, welchen Zug er gemacht hat vor allen Dingen. Das werden wir nie erfahren. Ach so, Läufer D3. Muss man gleich so stellen. Und dann Dame E5. Geht nicht. Ja, H5 hängt. Ja, das ist angenehm für euch. Dame was? Das wissen wir nicht. Das sieht auch gut aus. Wie gesagt, ich fand auch König F7. Fand ich auch gut. Am besten hat mir König F7 erstmal rein. Dame C6. Dann probieren wir mal Dame C6. Tja, das ist auch ein vernünftiger Zug. Was soll ich sagen? Ich fand es schon gut. Vielleicht Dame E3. Weil man muss ja jetzt hier D4 verhindern. Vielleicht dann auch... Uiuiui. Das geht wahrscheinlich nicht. Naja. Das war der Abzug ja mit D4 und so weiter. Turm G7. Ja, ja. Naja, die Stellung ist nicht gut. Dame C6, was macht man? Warum Turm C8? Warum nicht König F7? F7 ist stärker. Ich habe nur schon Turm C8 gehört. Das hat er nicht antizipiert. Aber nach König F7 war ja ein Problem. So, der wird wahrscheinlich... Wir müssen mal gucken jetzt auf Dame C6. Der realistische Zug ist ja Dame schlägt C6. Was ja nur manifestiert, dass Schwarz besser steht. Aber wie viel steht er besser? So eine Stellung ist fürchterlich. Hat ein Baum, ja? Ich habe gar nicht richtig gezählt. Hat ein Baum, ja? Ja, ja, schon länger. Braucht er denn ein Baum, ja? Hat er einen C2 geschlagen. Oh, einen C2 geschlagen. Habe ich gar nicht gemerkt. Weiß ich nicht. Wenn das die Stellung ist, da sehen wir, haben wir große Sorgen. Augenfalten bei, Waschi. Ja, er sieht auch nicht glücklich aus, ne? Wir wissen allerdings nicht genau, was hier auf dem Rest des Brettes passiert ist. Wir haben die Kameraperspektive so... Das wäre Kamskis Locke, haben wir gesagt, das ist Priorität. Das ganze Brett brauchen wir nicht. Wo? In der Stellung? Ja, das ist sehr schlecht. Karo Arna gewinnt. Wer steht auf Null? Karo Arna? Wer steht auf Null? Ach, die Uhr auf Null. Okay. Wie? Karo Arna? Wahrscheinlich Remi würde ich tippen. Kamski, wenn das jetzt die Stellung ist, würde ich sogar auf den Sieg für Kamski tippen. So, Blühbaum... Würde ich irgendwie trotzdem noch Remi tippen. Ich glaube, der Kampf ist nicht besonders knapp. Baden-Baden ist ja schon mit zwei vorne. Ja gut, wenn Kamski gewinnt, dann müssen wir gucken, aus den letzten zwei Brettern. Naja, wenn... Reuterschek hat gewonnen, Arna hat gewonnen. Ja, Colas scheint schlechter, oder was? Colas, waren wir länger nicht. Was ist hier los? Uiuiui. Das ist aber... Kann man auf E5 schlagen? Ist ja dran, ja. Das wollen wir hoffen, für ihn. Okay. Ach so, es ist aber Remi-Bremse, ja. Also hier steht natürlich, schwarz kann nicht mehr verlieren und das B6 da hängt. Ja, schwarze Mauermäne. Ja, jetzt nimmt raus, nimmt raus, dann läuft er B6. Na ja. Ich weiß nicht, wie ich wegnehme, sagen wir Turm. Ja, das ist... Da muss... Muss man noch arbeiten mit Weiß. Muss man noch arbeiten mit Weiß und das würde ja bedeuten, damit wir ein bisschen Dramatik reinbekommen, also wenn Weiß hier arbeiten muss und Valejo ist ja jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, wie ist die Stonke einzuschätzen. Vorhin haben wir sie als etwas besser für Weiß eingeschätzt. Jetzt... Ja, weiß ich noch nicht. Der Kampf ist trotzdem noch spannend. Also nach deinen Berechnungen... Gewinnt Kamski? Gewinnt Kamski? Gewinnt Kamski gewinnt. Nein, du hast auch noch gewinnt. Heimann gewinnt. Nein, 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 nein. Dann kämpfen wir um den Ausgleich. Aber ernsthaft, du hast recht, es kann noch schief gehen. Nein, das wissen wir nicht. Aber der Kampf ist spannend. Der Kampf ist spannend. Wenn Kamski gewinnt, ist der Kampf spannend. Weil mehrere Stellungen noch so sind, da kann halt noch was passieren. Und ein 4-4 ist ja auch für die Konkurrenz spannend. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen müssen... Ja, 4-4 wollen wir nicht. Achso, wir. Verstehe. Musst du ja sagen. Ich bin Spieler von Baden-Wagen. Ja, Entschuldigung, kann ich ganz vergessen. Turm B2, ich kann leider noch nicht erkennen hier. Er steht auf jetzt. Warum steht der auf? Der ist doch im Crewman. Wie viel Zug ist denn das, Jan, bei denen gespielt? Ich muss hier mal wieder auf meinen Update-Knopf drücken. Sekunde. Weil ich glaube, dass Kamski nicht viel Zeit hat. Er wirkt auch so ein bisschen... Aber andererseits, wenn man jetzt die Bilder sieht, wie Vyva Schäler aufsteht, so richtig genervt wirkt er auch nicht. Naja, aber haben natürlich alle Puckerface die Jungs. Auch wenn er schlecht steht. Werde er aufstehen und Ruhe ausstrahlen. Ja. Georg Mayer guckt auch ganz kritisch. Also hoffend. Wo siehst du Georg Mayer? Ist das nicht Georg Mayer da hinten? Nee, nee, nee. Nee, das ist ja nicht. Entschuldigung. Na gut, aber Jan, geh mal auf. Achso, du versuchst das schon, ja? Ich versuch das hier. Aber... Das Programm will, glaube ich, nicht so wie wir. Dann brauchen wir ein bisschen technische Hilfe. Ich brauche eine Pause. Ich muss was trinken. Mach mal. Wollen wir ein paar Minuten Pause machen und dann zurückkommen, weil das hier ist eingefroren. Okay, wir brauchen alle Pause. Ich lasse dir die Kamski-Cam an, damit du hier nichts verpasst. Aber wir sind bald wieder da. Ich will mal live gucken. Achso, rausschalten. Ich lasse dir die Kamski-Cam an. Ich lasse dir die Kamski-Cam an. Vielen Dank. 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 Insbesondere in der Begegnung Baden-Baden gegen Deitsisau, auf die wir natürlich hier unser Augenmerk gerichtet haben. Baden-Baden-Mein-Verein, der Top-Favorit, brutal stark angetreten dieses Wochenende mit Fabian Caruana, Maxima Schieler-Graf, Vichy Arnath, Levona Ronjan, Peters Fiedler, Radek Wojtaschek an den ersten sechs Brettern. Aber an Brett 2 ein Comeback für Deitsisau, denn Gattakamski, Robert Rabigas Lieblingsspieler, hat die Partie in der Tat für sich entscheiden können. Wir hatten hier schon gemerkt, dass was schlecht gelaufen ist für den Franzosen und Kamski natürlich in so einer technischen Stellung mit seiner ganzen Klasse lässt sich die Wurst nicht mehr vom Teller nehmen. Hier ein schöner kleiner Zug, wie ich finde, H5 nach H4 sorgt dafür, dass der weiße König auch weiter eingesperrt bleibt und in Mattnetzen zappelt. Und die Partie dauert er nicht mehr lange. Läufer zurück, Turm schlägt A6, Turm A1 betont dieses Mattnetz. Das wird mit Läufer schlägt H4 nochmal durchbrochen. Aber jetzt der letzte kleine Messerstich, Turm nach D1, bände die Partie, denn diese Konstruktion bricht zusammen. Den Turm kann man nicht schlagen wegen Schachregeln. Und auf Turm schlägt C2, D schlägt C2, geht dieser Bauer zur Dame. Überdeckt praktischerweise auch den Turm auf D1 noch, sodass die Partie hier ihr Ende fand. Big Point für Deitsisau von Katakamski. Trotzdem bleibt Baden-Baden in Führung durch frühere Siege von Levon Aronjan gegen Georg Mayer und Radek Wojtaschek gegen Vincent Keimer. Die deutsche Nachwuchshoffnung. Die Partie Nielsen gegen Peters Fiedler ging Remi aus. Ebenso wie die Partie Heimann gegen Vallejo Pons. Das bedeutet aus Deitsisauer Sicht, sie brauchen einen vollen Punkt. Und entweder in der Partie Etienne Bakro für Baden-Baden mit dem Weißen Stein gegen Dimitri Kollas. Das war vielleicht die beste Chance oder ist vielleicht die beste Chance. Denn da hatte letztes Mal, als wir geguckt haben, der Schwarzspieler einen Bauernmeer. Jetzt scheint es jedoch so, dass Bakro Gegenspiel gegen den schwarzen Dammflügel organisiert hat. Aber hier müsste man nochmal genauer drauf gucken, was zum Beispiel nach Turm D2 Schach passiert. Bin ich mir nicht sicher. Auf den normalen Zug könnte ich nach G3. Könnte Schwarz G5 spielen. Mit der primitiven, aber effektiven Absicht. Turm G2 Schachmatt im nächsten Zug zu machen. Wogegen, soweit ich sehen kann, kein Kraut gewachsen ist. Das heißt, auf Turm D2 Schach müsste der König zurück. Sagen wir nach G1. Und das ist natürlich kein Zug, den man so gerne spielt. Freiwillig mit dem König auf die Grundlinie. Ja, Remi hat Schwarz, wenn er es dann wollte, glaube ich, jederzeit. Auch wenn der Läufer das Feld noch kontrolliert. Aber die Frage ist, kann Schwarz mehr rausholen hier? Und ich vermute, die Antwort ist nein. Apropos mehr rausholen. Um aus dieser Show noch mehr rausholen, brauche ich Verstärkung. Und Robert Rabiger ist wieder bei uns. Ja, ich glaube, ich habe die auch nicht sehr professionell aufgesetzt. Aber weil wir im völligen Dunkel hier sitzen, kann das eh kein Mensch erkennen. So, dein Mann Kamski hat gewonnen. Mein Mann, ganz klar. Unser Mann, Jungs. Stefan ist auch für Kamski hier. Achso, hier ist Team Kamski, also hier versammelt. Lars, auch Team Kamski. Vor allem der Schlusszug. Was gefällt dir an Kamski besonders? Außer der Frisur? Ja, ja, außer der Frisur. Die Erziehung natürlich ist auch... Die Erziehung, ja. Also sehr, wie soll man sagen, sehr locker die Erziehung. Ja, ja. Das ist gewesen. So, ich weiß gar nicht, ob das hier klappt. Bei mir klappt es gar nicht, ja, mit dem Mikro. Klappt nicht? Hast du da eingeschaltet? Ich denke schon. Also du hast hier einen schönen Wiederhall. Ich halle wenigstens. So, aber Jan, wie steht denn das jetzt im Kampf hier? Ja, ich war gerade am gucken. Also Baden-Baden noch mit einem vorne. Nö, nö, noch mal. Sicher ist es nicht, aber der Fabi und der Vichy, das sind ja alles coole Spieler hier. Gut, aber Fabi scheint ja nicht schlechter, als ich gar. Ich hatte mal vor zehn Minuten geguckt und dachte, aha, das war ein sehr aktives Spiel für den Bauern. 41. Zug, jetzt Zeitkontrolle geschafft in Leko Caruana. Und du meinst, Caruana hat hier ein bisschen zu viel Gas gegeben vor der Zeitkontrolle, ja? Ja, er hat ja vor allen Dingen, was hat er da gemacht? Ich glaube, den Bauern geopfert, das hat er noch mit Sekunden ausgeführt. Da war ich live zugegen. Also ein bisschen zittrig war er da. Ja, Jan, was ist der letzte Zug hier? Die Dame steht von F2. Achso. Hatten Sinn. Sehr konkret und gut wahrscheinlich. Wenn der Bauer auch noch weg ist. Vielleicht soll ich anfangen, mir Sorgen zu machen, ne? An der Bauer fällt dann. Bisschen zu entspannt. Ja, ja, du spielst da selber nicht, aber hier hat sich auch seine Chancen. Wenn jetzt hier Peter Leko dann gewinnt, dann ist es sowieso Ausgleich. Dann hat mir irgendjemand gesagt, dass aber Anand gut steht. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Kann man jetzt auch nicht sagen, überhaupt nicht. Na, gar nichts ist klar. Ich weiß gar nicht, warum sollte hier Blühbaum Probleme haben. Ne, das sehe ich auch nicht. So, und dann haben wir die andere Partie. Da habe ich auch noch gesehen, wie Zittrich der spanische Vallejo nach Läufer C3 Dame E7 gezogen hat. Das sieht sehr verschachtelt. Und Remy sich aus? Das ging Remy aus. Das ist Remy ausgegangen, okay. Und Barcrow hast du gerade schon gesagt, das läuft auf dem Remy hinaus. Mir kam das ein bisschen vor, als ob der jetzt hier irgendwie Tome Achtschach, weiß ich nicht, ob er das zulassen musste, Schwarz. Ich weiß auch nicht, ob er auf dem Remy hinausläuft hier, aber ich konnte nichts sehen nach Turm D2, König G1. Ja. Wie Schwarz weitermachen sollte. Okay. Natürlich auch fährt sich der Zug hier. Mein Husten wird nicht viel besser. Entschuldigung an die Zuschauer da draußen. Okay. Also, tatsächlich noch Spannung im Spitzenkampf. Insbesondere dadurch, dass Caruana hier vielleicht den Bogen ein bisschen überspannt hat gegen Peter Leko. Back to the 80s, sage ich nur. Obwohl Leko ist ja Kind der 90er. So, also was macht man hier konkret? Da mal H3 droht, wo ist mein Gegenspiel? Vielleicht. Problem ist ja, dass E6 auch oft mit Schach hängt. Ich sehe nichts, muss ich gestehen. Turm G3 geht nicht. Wenn der Bauer fällt, dann fällt er. Hier ein Schach geben. Okay. Mir fällt nichts ein. Mir auch nicht. Das sind schon gute... Zurück. Wahrscheinlich muss man vielleicht noch irgendwie versuchen, auf den B2 rauf zu gehen. Aber es muss ja objektiv verloren sein, dass man vielleicht... Weiß ich nicht. Turm B3, Darma H3, Turm B2... Kann man hier... Nee, Turm C2 geht nicht wegen Darma H3 bei E6... Na, probier mal. Turm C2 geht sowieso gar nicht wegen Turmschlägt C2 und Turm C1. Ja. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Die nächste Riposte. Tja. Sieht ziemlich verloren aus, die Schachung. Sieht ziemlich verloren aus. Die Nummer 2. Und was hast du? Vashila Graf. Also du bist ja... Ich bin ja sowieso bei den Ländern, wo die stehen. Aber du bist ja international bestens verknüpft. Ich weiß nicht. Im WL ist er Nummer 5 der Welt. Nummer 6. Irgendwo um den Dreh. Und ja. Was ist die Doppelspitze? Wenn die 0 aus 2 holt mit Caruana und Maxim Vashila Graf wäre natürlich nicht so eingeplant. Ich glaube beide in ihrem Saisondebüt. Tja. Hätte ich mal lieber den guten alten Gustavsson mal eingesetzt. Naja. Da müssen natürlich alle höher spielen. Das hätte trotzdem geklappt. Die anderen Jungs hier. Die Ahnans, Aronians. Ob die so an den Spitzenbrettern gut aufgehoben sind. Die hätten doch nichts gemacht. Natürlich. Ahnans am Spitzenbrett. Ich mach nur Spaß. Okay. Na gut. Das konnte man nicht ahnen. Aber schön für die Zuschauer. Nicht schön für Baden-Baden. Das sieht aus, als ob das auf dem 4-4 hinausläuft. Naja. So weit sind wir noch nicht. Oder? Doch. Da sind wir. Wieso denn das? Also wenn ich jetzt wetten müsste. Caruana verliert. Dann Blühbaum-Remy. Ja. Und Colas-Remy. Colas-Remy. Und das ist es schon. Vichy muss die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja. Gehen wir mal auf Vichy rauf. Vichy, Vichy. Der letzte Zug ist H6. Ein Luftloch. Sehr schön. Jetzt könnte man natürlich auf E4 nehmen. Nur wie? Mit dem Turm nicht. Wegen Läufer D5. Dann probieren wir mal den vergifteten Bauern zu schlagen. Läufer schlägt E4. Vielleicht mal ein T-Nurzug. Ach, Turm C8. Natürlich. Immer konkret. Ist man matt. Ist nicht matt. Dame schlägt C8. Und das Endspiel ist. Na wie? Jetzt check ich das ja erst. Ich habe mich ja völlig. Läufer C6. Läufer A6 will ich eigentlich nicht. Aber B4 geht noch nicht. Ich will eigentlich so spät. Das ist schwer. König F8. B5. König E7. Das sieht gut aus für weiß. Äh, für schwarz. König ist viel aktiver. Bauer auf H5. Ich könnte ja auch am schlauen Tag so spielen. Einen sehr schlauen Tag. Wenn du richtig gut drauf wärst. Am besten Tagen würde ich so spielen. Ja, ja, ja. Zu Recht, muss ich sagen. Ist ja klar, was ich ja, Herr Gustafsson macht das ja schon die ganzen, also macht das ja fast täglich. Und ich mache das immer nur auf Einladung und muss immer sagen, wenn man jetzt mehrere Bretter analysiert und dann eben kein Engine zur Hand hat, darf man auch mal viel Blödsinn erzählen, weil irgendwann ist man auch mal kaputt. Aber da hast du recht, Jan. Das heißt, dass der Vichy, ich habe nämlich total vergessen, dass der den Bauern noch gar nicht zurückgenommen hat. Ja, ich weiß nicht, wie die Stellung ist, aber auf jeden Fall hat Schwarz hier Möglichkeiten. Das ist so, Schwarz hat Möglichkeiten, ganz klar. Ja, Turm C8 war ja auch nicht erzwungen, Turm D8 auch interessant. Ja, egal, egal. Ich dachte sogar, Weiß hat schon den Bauern zurückgekommen, aber das ist noch gar nicht der Fall. Und dadurch hat man immer noch Chancen gegen König. Plötzlich ist der weiße König schwach. Achso, ja, aber auf all meine Turmzüge fällt mir gerade auf, geht auch sofort Turm F8. Schach, was lästiger ist. Das ist dann Remi wahrscheinlich, ja. Turm schlägt F8. Ja, das will ich auf jeden Fall nicht. Schwer zu glauben, dass Schwarz hier gewinnen kann. Ja, ja. Okay, Läufer, ich fühle es ja so ein realistischer Zug. Jetzt machen wir eine andere Zug. Läufer, komm schon, ja. Komm schon, okay. Vielleicht einfach mal die Dame ziehen, wohin? Achso. Mein Gefühl, wir werden wie B4 spielen, aber ich weiß nicht, ob das eine Dame B4 irgendwas bringt. Ja, sehe ich auch nicht, wie. Wahrscheinlich bringt es nichts, ne? Ja, ich glaube, da hast du nichts verändert. Achso. Was ist er noch für Züge? Na, Turm D8 hat er gespielt. Okay. Aha. Dann läuft es doch auf die Schose hier hinaus. Turm F8. Das wird wahrscheinlich kommen. Das kommt auf jeden Fall. Boom, nimmt raus. Zeug. Okay. Vielleicht ist das hier doch noch nicht klar. Vielleicht der Planer verdammt. B3, B4, A3, A2. Er sagt sich alles gedeckt. Läufer auf G8. Ist sogar richtig schlimm. Das Feld H7. Ja. Jetzt haben wir wirklich die Drohung. Wir haben Dame B3 mit B4. Der Läufer auf G8 steht ja so gut, wie, obwohl er auf G8 steht, steht er fantastisch. Er guckt auf das Feld A2 und deckt das Feld H7, deckt seinen König. Dionale ist auch gedeckt, A2, G8. Ja. So, Dame B3. Schau mal, Schau mal, Jan. Da sind aber ein paar Schachs hier. Stell dir das ein. Dame B1 und Dame C2. Achso, irgendwann kommt ein Schach auf C2. Dame B1. Also. Geht das nicht. Okay, ich wollte, ich träumte ja nicht von so einem Konstrukt, aber ist wahrscheinlich zu langsam einfach. Ja, wahrscheinlich zeigt der Computer wieder wieder an, alles super für Schwarz. Super bedeutet Gewinn. Okay, hat Blühbaum-Alternativen statt Turm F8 Schach. Turm F1 spielt man natürlich nicht gerne, sieht sehr passiv aus. Es droht ein Schach. Ja, eventuell ist natürlich Läufer F3, sieht aber auch schlimm aus, weil dann hat man ja irgendwie das Feld H7 gar nicht mehr unter Kontrolle. Ich weiß auch nicht, ob weiß droht weiß überhaupt matt da unten, oder kann ich hier über solche Züge nachdenken? Wieso geht der? Achso, wegen Turm Löffel G8. Vielleicht. Kann man sich kaum vorstellen, dass man den Turm nicht tauschen darf. Vielleicht können wir nochmal, vielleicht finden wir noch was nach Turm F8. Turm F8, Dame F8, Löffel G8, gibt es da noch was? So, also der nächste Zug ist Dame B3. Also wenn ich meine Dame nach B4 stelle, geht... Ja, aber das Problem ist, ich glaube, es fällt immer alles mit Schach. Also habe ich die Befürchtung, aber das ist eine Idee, aber gut, machen wir einfach mal G4. Das sollte zu langsam sein, oder? Da haben wir drei, G5, vielleicht auch Dame E3. Und dann hängt E4 mit Schach. Das geht gleich nicht. Gut, ich mache mal damit B4 stattdessen, statt G3. Aber trotzdem Dame W3, ja? Ja, oder irgendwo hier die Richtung, ich weiß nicht. Aber E2 sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht einfach total verloren aus. Gefährlich auf jeden Fall. Das ist verloren. Haben wir eine Wischicam, ne? Wir haben die Kamskicam, hatten wir. Ja, ich hatte auch vorhin gesehen, Blübaum war ganz schön versunken in der Stellung. Hier scheint scheiß durch zu sein. So, das heißt, der Exitmeister holt die Kohlen aus dem Feuer. Ja, ich weiß nicht, ob schon durch ist das Thema, aber Arnand auf jeden Fall mit guten Chancen, ne? Ja, ich würde vermuten, das ist durch das Thema. Ich sehe gar nichts. Caruana kämpft noch hier, da haben wir 6-Schach gespielt. Nach König H1. Sehen wir immer noch keine wirkliche Ressource. Guckst du noch mal ganz kurz bitte bei Colas? Da ist aber irgendwie Zugtügel schon mehr passiert, weil ich hatte schon Turm D2 gesehen, nach Turm B8. Turm D2 kam auf jeden Fall. Das kann ja auch immer sein, dass das hier nicht so updated wäre. Wir wollen, wobei doch, hier Turm D8 kam ja eben. Ja, ich habe noch keine neuen Züge. Ja, Turm D2 ist auf jeden Fall gekommen. Und dann hat Weiß, glaube ich, König H1 gezogen. Ja, das liegt nahe. So. Wie soll man hier noch was rausnehmen? Man hat ja natürlich, achso, eine Sache ist die, dass wenn Turm B7 kommt, Turm D7, dann hat man auch die Reposte, dass Turm A7 geht. Also, dass man sich so entfesselt letztendlich. Hier kommt Läufer A5 sowieso wahrscheinlich. Ja. Jetzt vielleicht mal Schach oder sowas. Schach? Nee, Springer F3. Aha, A5 fängt. Ja, ja. Achso, das wäre dann, okay, verstehe. Ja, weiß ich nicht. Also, zwischendurch. Ist Remy ausgegangen. Ist Remy ausgegangen, ja. Steht hier, Draw. Ist ein eher mageres Resultat. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr den Weißen noch quälen können. Ja, also, das denke ich, das muss länger dauern, die Partie. Okay, dann. So, das ist natürlich, dann hängt alles von, naja, von zwei Partien laufen noch. Ja, ja, Caruana hat auch noch nicht verloren, aber es sieht schlecht aus, ne? Wenn der Bauer fällt, hat er einfach zwei Wochen weniger. Also, mir hat gerade der Organisator mitgeteilt, Caruana blitzt morgen wirklich mit. Hat er heute nochmal bestätigt. Mhm. Ja, und. Da werden noch einige andere Großmeister dabei sein. Gord Gusti vielleicht, weiß ich nicht, wie er sich fühlt morgen. Ich weiß auch nicht, ich kränke ein bisschen vor mich hin, wir werden sehen. Okay. Naja, man darf seine Fangemeinde natürlich auch nicht enttäuschen. Welche Fangemeinde? Hast du keine Fangemeinde? Hast du keine so Chessi und 20 Fan-Community? Ich kriege das ja nicht mit. Kriegst du nicht mit, wenn die so mit dir reden da über das Internet? Passiert das nicht? Ich traue Leuten im Internet nicht. Ach so. Ich weiß nicht mehr, wie du das machst, aber ich weiß nie, wer ist das wirklich? Ich bin ständig dabei, deine Tassen zu verschenken. Also du hast genug Leute, die die Tassen haben wollen. Okay, das freut mich zu hören. Oh, jetzt habe ich hier vor lauter Freude das ganze Programm geschlossen. Aber das kriegen wir wieder hin. Das weiß ich nicht. Doch, 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 das passiert mir häufig. Wir haben auf jeden Fall heute schon mal einen fantastischen Kampf gesehen. Ja, dramatisch. Das hat Spaß gemacht. Knapp ist es so oder so, aber ich vermute, dass Anand das jetzt hier leicht gewinnt. Und dann ist es halt das 4,5. Wir können ja trotzdem, Jan, wenn das technisch gehen sollte, können wir ja mal ganz kurz so die anderen Zwischenstände uns angucken. Unbedingt. Ich weiß nicht, wie wir es machen, aber wir machen es irgendwie. Ich bin ja Technik-Fuchs. Meine Güte, ist ja unglaublich, diese Technik. Guck mal, HSK gegen Tom Kiel. Warte mal, warte mal. Lass mich hier ein bisschen basteln. Oh, da wird auch noch Verbesserungen angeboten. Zeitgleich läuft ja die 83. Bulgarien Championship, Runde 4. Echt? Bulgarische Meisterschaft läuft? Ja. Ich kriege nichts mit. Spielen die Dimitriaskis mit, Stefan? Ich glaube nicht. So. Ist das die Runde von heute? Ja. Okay. Baden-Baden-Deitzesau haben wir die meiste Zeit verfolgt. Caruana unter Druck gegen Leko, aber Anand hat Druck gegen Blühbaum. Sollte Anand gewinnen, gewinnt wahrscheinlich. Baden-Baden mindestens 4,5. Sollte Anand nicht gewinnen, hat Deitzesau alle Chancen auf ein 4,4. HSK gegen Tom Kiel. Hier haben wir auch ein bisschen verfolgt. Hängt alles an. Der Begegnung Grogu Senko gegen Stoppa. Die wir vorhin schon sehr aussieglichen eingeschätzt haben. Hier haben wir sie. Und hier haben wir auch den Chat. Den Chat? Uiuiui. Ich habe nichts mitgekriegt hier. So, das ist Remi oder was? Weiß er morgen mehr noch? Turm B8 Schach. Turm B8 und wir geben heute Schachs? Ja, ja, ja. Okay, also 4,4. Aber kannst du mal auf die Partie bitte ganz kurz von Huschenbeet kommen? Weil die haben wir uns ja angeguckt. Und ich will mal wissen, ob er das schnell oder nie gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich hier sie habe, aber ich gebe mir alle Müll. Huschenbeet Remi. In der Schlag nach Läufer D7. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das habe ich dir gesagt. Okay, da habe ich mich getäuscht. Ich dachte, das würde Schenkeen hier weiterspielen. Aber erster Zug, bei dem man Remi anbieten kann, wird Remi angeboten. Und ja. Ach, ist das so, ja? Sind die 20 Züge regelmäßig? 20 Züge regelmäßig. Okay. Uh, das ist aber sehr klein. Okay, und Huschenbeet, glaube ich, ja. Geschenke kriege ich, oder geschenkweise nicht. Aber ich hätte lieber schwarz in der Schlag. Ja, ja. So, dann gucken wir uns die anderen Ergebnisse noch an. Zwischenstände Hamburg, also 4,4. Was haben wir hinten noch? Du hast ja da mehrere Fenster offen hier hatten. Ich habe so viel Eisen hier im Feuer. Solingen gewinnt Haus hoch, wobei Lug vielleicht ein bisschen Probleme hat in der Stellung. Solingen ist stark, immer sehr stabil, aber heute natürlich auch deutlicher Favorit. Ja, ja. Gegner. So, Schachfreunde. 3 zu 2. Zwei Partien laufen noch. Krämer gewinnt gegen Uwe Böhm. Die Partie haben wir uns doch angeguckt. Das war doch auch mit... Wo wir uns gewundert haben. Achso, wo du gesagt hast, Läufer E7. Spielt man... Was war denn das für eine Öffnung? Weißt du noch? Ich kann mir nichts machen. Du meintest, dass sie das anders spielen. Aber Läufer E7 muss man... Achso, das war diese Wiener Variante, wo man den Bauern auf E4 opfert. Gut. Vielleicht gucken wir mal da auf die restlichen Stellungen. Wo willst du denn? Morander gegen Ruwin Vogel. Das dauert hier mal ein bisschen. Achso, achso, achso. Was ist das? Das hier ist die Partie. Morander gegen Ruwin Vogel. Wer spielt für wen? Vogel ist Dresden? Ja. Und Morander? Dementsprechend für Schachfreunde. Okay, okay. So. Ein scharfer Kampf hier. Und jetzt steht Weiß besser, würde ich sagen. Turm G1 Rot. Weiß sieht deutlich besser aus. Vielleicht noch König F7 hat man damit F4 Schach. Also erst Turm G8 wahrscheinlich. Achso, kann er nehmen. Ich werde ja schon Darm tauschen. Ja, Remy. Weiß ich nicht. Achso, A7 hängt. Richtig, ja. Sorry. Morander kämpft ums Remy. Ja. Das ist wichtig für Dresden. Das ist wichtig für Dresden. Was haben wir noch für Partien hier? Tomczak gegen Draw. Was läuft denn hier noch? Last Move. Maiwald. Jens-Uwe Maiwald spielt hier gegen Schreiner. Worauf wir hier gar nicht geguckt haben, ist auf dem Kampf von Hockenheim und auch da bei der Partie von Schencklenland. Da ist was passiert, Jan, glaube ich. Ja, Hockenheim scheint den Kampf im Griff zu haben, für ein 3,5 zu 1,5. Aber Schencklenland war unter Druck. Ich habe es eben unten mit eigenen Augen gesehen. Er konnte diesen Zehbauern nicht halten und hatte wahrscheinlich ein verlorenes Turmannsspiel jetzt gegen Schachmann mit Jaroff auf jeden Fall. Sah es sehr schwer aus gegen die beiden verbundenen Freibauern, so steht es bei Sam Schencklenland. Kämpft noch, aber ich würde vermuten, dass es für eine verlorene Sache ist. Ja. Okay. Zurück zur Ergebnisübersicht. So. Das gibt es Werder Bremen gegen Mülheim, 2,5 zu 3,5. Werder Bremen führt, scheint so als würde Herr Grigoyan sich nicht retten können gegen Buckels. Das wäre dann der Ausgleich, 3,5 zu 3,5. Und es würde alles an der Partie Romain-Edouard gegen Tommy Berzen hängen. Mal gucken, was da los ist. Sehen wir das hier, so halbwegs. Nicht so leicht, also prinzipiell würde ich erstmal sofort Schwarz sagen. Schwarz ist dran, ist schon mal gut, dann können wir den Turm wegziehen. Sicherer König, der Schwarz steht halt viel besser. Turm F3, Berzen-Madruck, ein junger holländischer IM gegen den erfahrenen französischen Nationalspieler. Und ja, es könnte... Ein Punktverlust werden vielleicht, ja. Ach nee, wahrscheinlich zum Ausgleich sogar ein Verlust für Werder Bremen. Das wäre natürlich überraschend, wenn Bremen das Match noch entgleitet. Aber ja, er ist 3,5, 3,5. Und Berzen hat Vorteil, gegen Eduard könnte eine Überraschung gelingen, den Mülheimern. Was haben wir noch? Düsseldorf, ein bisschen unter die Räder gekommen. Haben wir nicht die Aeroflot-Sieger da? Kaido Kulauts gegen Leon Mons an Brett 1. Kulauts für Augsburg. Kaido Kulauts, ja. War beeindruckend, ne? Im Alter von 42 gewinnt Aeroflot 2,8, 70 Performance. Respekt. Und hier gegen Mons. Ja, starker Bauer auf die 5. Das ist Knete. Da wird Leon Mons noch ganz schön zu tun haben, das zusammenzuhalten. Gedeckter Freibau auf die 5 ist immer was wert. Springer auf A6. Wenn der Läufer nach B5 kommt, dann ist sowieso alles... Also eher... Weiß steht auf jeden Fall besser. Okay. Könntest du mal bitte auf die Partie Jakubowski gegen Tchisch-Spierig gehen? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. So, das ist ja der Köln-Kampf. Da haben wir gesagt, dass einer verliert. Also vielleicht verliert er nur das Ausgleich stehen. Ne, Remi vielleicht. Morander kämpft um uns Remi. Ja, der Spieltag steht sehr schlecht. Hat was weiß. Bau auf A4. Wo stehen denn die weißen Bauern? Schlimmer geht es ja nicht mehr. Hat er nicht gelernt, dass man die nicht alle auf die gleiche Farbe wie den Läufer stellen soll. Meinst du, er hat das nicht gelernt? Könnte ich mir vorstellen. Das ist ihm einfach, was keiner gesagt hat. Ja, okay. Das ist natürlich schwer. Ich werde ihn das mal ausrichten. Gut, das sieht gut aus dadurch für Schachfrunde in Berlin. Wie ist das bei dir? So unter uns? Drückst du den anderen Berliner Mannschaften die Daumen, so aus Berliner Zusammenhalt? Oder bist du Tegel und alle anderen sollen möglichst leiden? Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die ist auch einfach zu beantworten. Alle sollen verlieren. Und wenn ich ihnen Daumen drücke, dann gegen die Berliner Mannschaften. Okay. Wobei sich jetzt in den letzten zehn Jahren das ein bisschen verändert hat, seitdem da Rainer und Lars Thiele bei Schachfreunde so viel Eigenblut reinstecken. Also sie so viel organisieren, das kann ich anerkennen, unterstütze auch Schachfreunde. Gibt es ab und zu so der Party-mäßig so Meetings mit den fünf Familien? Ich habe Respekt vor deiner Arbeit. Ja, richtig. Du kennst die fünf Familien in Berlin? Die gibt es auch nicht. Bei uns gibt es eigentlich nur drei Familien in Berlin. Ich kriege das immer nur über Bushido mit, so hier in den News, so Abu Chakas, weil die sind ja wohl nicht so groß. Die sind gleich nur durch Bushido immer da am Start. Das ist ja nur Posing. Sonst käme ich nicht aus, muss ich gestellen. Die haben auch gute Fußgänger. Nein, aber Schachfreunde, wie gesagt, das Event, das haben die auf die Beine gestellt. Das ist riesig. Ja, es ist ja unheimlich viel Aufwand. Ich weiß nicht, wie viel der Verein da selber finanziell auch noch reinsteckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dabei Plus machen, sondern eher Minus machen. Und das machen sie für die Zuschauer. Das machen sie richtig toll. Und wir sind jetzt so lange schon in Geschäften dabei mit der Bundesliga. Das ist das, wovon Werder Bremen vor 20 Jahren mit Hilga sich gestritten hat. Und so ging, wie organisiert man die Bundesliga-Endrunden oder Runden allgemein. Raus aus den Schulen, Internetübertragung und so weiter. Das ist professionell. Dann haben wir die Server hier, Chess24. Das ist alles ganz anders geworden. Ja, es ist richtig... Ich kann gar keinen Fall mehr verstehen, wie man ins Kino geht. Man kann ständig Schach gucken. Gehst du nicht ins Kino? Ich will eigentlich gleich ins Kino. Das habe ich hier schon. Okay, sag mir, welche... Ich bin heiß da hinten. Potsdamer Platz. Ist heute um die Ecke das Kino, oder nicht? Ja, heute schaffe ich leider nicht. Aber welcher Film wäre es dann? Ist egal, ja? Was will ich sehen? Ich wollte ja weiß sehen. Der soll sehr gut sein, ja. Dann The Favourite, weiß ich nicht, ob er noch läuft. Habe ich auch noch nicht gesehen. Soll sehr gut sein. Weiß ich nicht, okay. Den Boxer-Film will ich sehen. Creed 2. Nee, das gucke ich nicht. Ja, naja, Herr Gustafsson ist hier frei. Wenn er jetzt den Film noch sehen will, das... Das ist wie Urlaub für mich hier. Ich habe keine schreienden Kinder zu Hause. Ich bin hier 23 Uhr. Spätvorstellung, wir haben Start. Na ja, Wahnsinn. So, ähm... Ja, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Gucken wir nochmal zu Fabi Boy, oder? Fabi Boy, natürlich. Und natürlich Agant. Fabi Boy und Vichy Boy. Ja, Fabi Boy ist zwar zentral, aber... Er hat zwei Bauern weniger, ne? Das ist objektiv... Ja, ja. Objektiv ist es einfach verloren. Er wird natürlich noch versuchen, Fragen zu stellen. Und Lekos Nervenkostüm ein bisschen belasten. Genau so ist es, ja. Aber... Zwei Bauern sind zwei Bauern. Muss er irgendwie noch König B8 hinbekommen, dass sein König ein bisschen zur Seite steht. Und dass der E6 nicht jetzt ohne... Ohne Zusatzleistung fällt, aber es kann sogar konkret so sein. Ja, den E6 brauche ich ja gar nicht, ne? Also, da haben wir nach G2 und dann... Ja, aber das ist eben... Langsam, aber sicher. H4, König H2. Aber natürlich muss man noch arbeiten. Die Frage ist ja, ob man das überhaupt... Ob man den E6 decken kann. Ich sehe das ja gar nicht zur Zeit. Okay, machen wir, König B8. Jetzt probieren wir, Tome E6. Aber willst du ihn haben? Wahrscheinlich willst du ihn haben. Ne, ich probiere es ja nur. Dame D5 Schach. Ja. Tome Schach. Und so, jetzt ist Dame D2 kommt. Dame schlägt... Ne, Tome schlägt E6. Ist ja noch besser. So ist auch nicht schlecht. Ne, Tome E6, Jan. Das reicht. So ist auch gut. Dasselbe ist auch matt. Auf C1. Okay. Sehr schön. Ja. Okay. Was war das jetzt? Nicht nehmen dann? Wenn der Witter... Dann wird er wirklich darf machen. Kleine Brötchen machen. Dame G2. Vielleicht Dame E4. Dame E4 ist gut. Das dauert seine Zeit. Aber... H4, König H2. Auf lange Sicht sollte ich schon gewonnen sein. Natürlich... Leichter gesagt als getan. Aber... Trau ich Leko zu. Und ja, das ist bitter, wenn... Die Doppelspitze 0 aus 2 holt. Caruana MWL. Das war, glaube ich, echt nicht eingeplant. Naja, man sieht ja, dass jetzt... Auf der G2, der gespielt hat, auch... Wahrscheinlich richtig eingeschätzt. Turm F8 funktioniert noch nicht. Er hat viel Zeit dafür gebraucht. Man sieht, dass er total unzufrieden ist. Einzige Chance, ne? Ist Ausschlussmethode. Turm F8 verlor. Deshalb so. Aber es sieht auch sehr hässlich aus. Jetzt kann Vichy schon rechnen. Aber hier direkt mit Turm D2 anfängt, Action zu machen. Oder... Ob er es ruhiger spielt. Auf der G8 oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ja, mach mal Turm D2. Probier's mal. Hm. Was ist der Plan? Vielleicht so ein komischer Zug. Der erstmal so aussieht, als ob er nicht geht. Da mit C6. Und jetzt auf Turm G2. Hätte man vielleicht... Ich weiß nicht, ob es ein Gegentrick ist, dass man da einen Turm F8 Schach hat. Turm G2. Warum nicht da mit G2? Weil ich dachte, dass der Läufer D5 kommt. Und ich E4 übersehen habe. Okay. Gut, das geht gar nicht. Okay. Also weg damit. Aber das Thema können wir ja trotzdem... Bespielen. Ich sehe es aber auch noch nicht. Ich überlege sofort Läufer D5. Schlagen kommt Dame B1. Aber Dame E8 Schach. Ist ein bisschen lästig. Ist sogar richtig lästig. Plötzlich verliert man, ja? Ja. Weiß ich nicht. Läufer G8. Aber auf jeden Fall kein Fortschritt. Okay. Also das ist vielleicht die Idee. Dame C6. Vielleicht geht noch nichts. Selbst hier laufer G8 immer. Sehr schwer zu spielen. Ja, probieren wir mal Turm F8. Sehr schlechter. Turm F8. Ist es wieder kein Dauerschach? Nee. Turm G8. Hast du noch da mal F8? Ich könnte natürlich aber Läufer D5 jetzt probieren. Weiß nicht, ob das Dauerschach ist. Ich auch nicht. Der König müsste also Turm schlägt D5 wahrscheinlich dann, oder? König F8. Normalerweise ist sowas kein Dauerschach. Der König rennt irgendwo raus, aber ich mag mich täuschen. Okay, wir sind zu weit von Fahrt der Tugend hier abgewichen. Aber wenn Turm D2 sofort noch nicht viel bringt, mir gefällt dieser Zug, um mir einfach offen zu halten. Vielleicht auch jetzt Turm D1 Schach, Turm D2. Einfach hier jegliche Schachs erstmal ausschließen. Der Trick ist einfach, dass jeder Turmtausch verloren ist, dann normalerweise für Weiß. Ja, das ist unser Annahme. Ich habe also keinen Turm F8. Genau. So, jetzt muss ich vielleicht irgendwelche Sachen angreifen. Obwohl, dann kommt immer Turm Schach sogar und Turm D2. Da kann ich noch ein Tempo gewinnen. Läufer G8, vielleicht ist das schon ausgeführt. Keine Ahnung. Nö, ne, kam noch nicht. Aber es ist natürlich eine andere Frage. Es kann auch sein, dass hier irgendwas gewinnt vielleicht ist. Das ist eine bessere Version mit dem König auf H2. Dass der Läufer noch mit Schach hängt. Da mit C6, ja. C6, ja. Ich sehe immer noch keinen Ausmacher hier. Da mit D5 geht nicht. Achso, nee. Ja, schau, nicht. Warum? Und dann einfach E4. Oder für G8 E4. Achso, aber dann würde kommen da mal A2. Geht noch weiter. Ja, ja, weil wir auch noch Turm F8 haben. Aber wahrscheinlich haben wir es nicht. Ja, sowas wird Wisch hier gerade versuchen zu rechnen. Aber es ist alles nicht trivial, ne? Ich weiß ja nicht, aber es stimmt, was wir erzählen. Wie war das? Alles da passiert? Schach? Alles passiert. Gut ist die Frage, ja. Da mit C6. Muss auch sein, ja. Turm F8, König H7. Naja. Nee, 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 nee. Dann zack, zack. Geht auch noch weiter, theoretisch. Nee, da mit D5 wieder. Aber da mit D5 ist auf jeden Fall zur Umstellung zumindest. Ja. Okay, also so, da mit D5. Ich überlege an, extra schlauen Zügen wie König H1. Ja, mach doch mal König H1, ja. Ah, ja, weiß er nicht. Man kann es nicht glauben, aber mit Zock machen wir erst mal König H1. Zum Glück ist es nur eine Analyse. Ich kann einfach schlagen, ne? Ja, das ist schon die Müdigkeit, die uns hier übermannt. Okay. Gut. Oh, schau, schau, schau. Äh, doch. Naja, nichts gesendet. Dame E8. Naja, ja, ja. Naja, vielleicht funktioniert das auch mal. Ich sehe nichts. So, Läufer G8. Läufer G8. E4 muss auch sein. Dame E4, aber okay. So, Läufer G8. Turm E4. Und so, Tom G2 gewinnt sogar. Die kannst du mal zeigen. Zeig mal die Variante. Jetzt kommen wir zum Bauen im Spiel. Für D5, König F3 und jetzt B4. Schön. So macht Schachspiel Spaß. Wunderschön. Okay. Und ich glaube, es steht Turm der Ernstach gespielt. König H2 kam natürlich auch. Und jetzt vermuten wir, dass er Turm D2 spielen wird und die Partie für sich entscheiden. In der anderen Partie, Leko Caruana. Ja, kam damals schlicht H3, Turm D2. Caruana fightet. Damit geht es hier. Alles aktiv stellen. Ja, ja, ja. Ja, so versucht, Leko zum Rechnen zu zwingen, wenigstens hier. Vielleicht nimmt man jetzt raus und macht dann da mal 8 Schach. Oder was haben wir? Turm E6? Ich habe mich gefragt, ob Turm E6 funktioniert. So ein bisschen dämlich aus allerdings. Das kann ich dir nicht. Und wahrscheinlich, ne? Dann kommt der Turm E4. Achso, ja, ja. Und dann weg. Genau, damit die 5. Turm E4, einfach König weg. Ne, ist noch nicht vorbei. Da war H8 Schach. Ah, du hast überall Schachs gemein. Ei, ei, ei. Okay, aber das hier sah trotzdem ungesund aus. Machen wir mal eine neue Widerlegung. Da kommt Turm E1 Schach. Turm C1, jetzt kommt Turm E1 Schach. Turm E1, ja. So, König B8. Jetzt haben wir vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob wir das Schach noch machen hier. Wir können ja das Schach einschieben auf H8 und dann kannst du rausnehmen. Ah, sorry. Das ist viel besser, klar. Das sieht gewonnen aus. Also es ist gewonnen. Ja, wenn wir den B2 decken. Okay. Okay, Turm schlägt E6, ja. Das fällt mir immer noch schwer zu glauben. Ich weiß nicht, ob der funktioniert. Wir haben auch nach wie vor keine Computer, wir wissen es alles nicht. Ah, das ist wunderbar, dass wir ohne Computer arbeiten. Ist das konkret die Stand auch gewesen, Turm E2? Ja. So steht es, ja, Turm E2. Kann man machen, okay. Da rechnet man natürlich, naja, Leko, wir haben ja die Cam. Kawana ist schon genervt und er rechnet jetzt ganz klar Turm E6 aus. Das ist die Rechen-Pose, ne? Ja. So 90 Grad. Er ist auch so ein Rechen-Monster, hast du mir das mal erzählt oder wie ist das? Rechen-Monster? Oder nicht, ne? Weiß ich nicht. Er ist ja nicht so, steht nicht so im Saft, ne? Er spielt nicht so viel. Man wird älter. Er ist immer unglaublich gut vorbereitet. Ich glaube auch immer noch unglaublich stark in der Öffnung und so vom Spielverständnis. Aber zuletzt, wenn es nicht so geklappt hat, war es, glaube ich, eher so Verrechner, weil er halt nicht so aktiv ist. Aber natürlich, der Mann war Vize-Weltmeister, ne? Er kann zwei Züge vorausrechnen. Ich hätte noch eine Idee, Jan, nach Turm E6. Aha. Einen relativ ungewöhnlichen Zug. König B8. König B8, ja. Ist das so ungewöhnlich? Nee. Aus der Diagonale? Das Problem ist, seit Turm C6 kommt Dame D5, Dame D4. Schach. Ja. Und wenn jetzt Turm E2 kommt, da hat man ja auch diverse Möglichkeiten, ne? Kann man rausnehmen und Turm C1, dann gewinnt man noch. Naja, es ist noch Spiel, ne? Trotz der drei Bauern, mit dem König auf H1 ein bisschen exponiert. Auf jeden Fall. Nicht leicht. Der kann ich nicht nehmen. Das ist so, Dame D5 ist das Problem. Ja. Ich gehe 1 und... Und Remy. Zumindest Remy. Ja, F1 wäre ungenau. Gefällt mir. Okay, Jan, also gut. König B8 ist eine wichtige Reposte und das wird er natürlich auch sehen und keine Lust darauf haben. Das studiert er gerade alles, der Peter. Was war der normale Zug? Das war ja eigentlich Dame... Achso, meine Variante ist ja vielleicht Turm D2. Turm schlägt ja? Ja. Und jetzt Dame H8 Schach. War das hier nicht auch unsere Variante? Jetzt Turm E6. Ach ja. Ich gehe jetzt alles, alle 80 Konten. Natürlich. Das war ja unsere Variante. Mach mal, Turm E6. Okay. Ja, das ist besser, ne? Jetzt geht König B8 nicht wegen Dame H8 und Turm schlägt C6. Ja, aber jetzt haben wir vielleicht wieder dieses Dauerschach, wenn ich jetzt König B8 mache. Ach ne, auf F1 kann ich mit der Dame... Okay, dann machen wir F1 mal ruhig aus. Dame Turm C6, Dame E1, Nummer zum Spaß, König G2, König E2, König G1 und wenn jetzt jetzt Dame E1 kommt oder egal, es läuft ja immer raus, es kommt immer die Dame dazwischen irgendwann. Ja, hier gibt es auch Kassel Dauerschach. Okay, muss man schon, zack. Aber ne, König entkommt, ne? Noch hilft der Turm ja auch mit hier. Ja, ja, ja. E3, König B1. Wie kommen wir darauf jetzt? Dass man den einfach, also nochmal zurück, ja, ne? Turm D2, Dame D2, Turm E6, König B8. König B8, kannst du nicht sagen. Machen wir nicht, wegen Turm C6, so. Ne, Dame D5 war der erste Versuch. Ja, dann Turm E4. König B8. König B8, Dame H8, das war dein Trick. König C7 hier. Ist dasselbe. Ist dasselbe? Wieso, ich mache Dame, ach so. Ist nicht dasselbe, überhaupt nicht dasselbe. Gut. Und jetzt, ganz schnell, König G2. Macht man nicht gerne, aber. Ich drohe ja auch, wenn ich dann mal ein Fessel bin, wenn er Turm C2 spielt, ich drohe ja immer auch Turm B4 Schach. Turm E6, Turm, ja. Ne, das geht nicht. Aus. Dame D3 Schach, ganz klar. Gut. Ne, das ist alles noch nicht trivial hier. Ja, also. Deshalb, start Leko auch so auf die Stellung. Okay, und deswegen mache ich meinen Vorschlag jetzt, das ist positionell spielen und wir nehmen auf D2 und machen jetzt endlich da mal 8 Schach. König, wohin? Sorry. Hier? Ja, Dame E5. Ja, probieren wir es. Dame E6. Ein bisschen nervig, ach so. Ne, ne, Dame E7. Ist gar nicht nervig. Ist nicht nervig? Ne. Dame E8 Schach. Ich weiß, was du vorhast. Ja. Gut, jetzt Turm E7. Ach so. Ne, ne, ne. Schlaf, 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 schlaf. Ne, ne, ne. Ja, ja, ja. Dann machen wir es zu Ende. Wir machen diese Variante zu Ende. Turm E7 Schach, damit wir das alle mal sehen. König nach B6. Und herrlich, wie das in Schach so laufen kann. Der falsche. Ja, sieht so aus. Also machen wir kein Turm E7. Können wir noch Dame E7 probieren? Tja. Wieder. Königssicherheit ist alles. Ja, es geht noch weiter hier, ne? Dame E6. König C7. Ja. König. Wahrscheinlich ist es nur, Remy. Ja. Jetzt müssen wir wieder da lang. Ne. Ach so, ja, richtig. Da lang. Okay. Immer dem Schach ausweichen. Also, wie war das nochmal? Das war Dame H8 Schach und Dame E5 geht gar nicht dann. Naja, ist nicht alles hier. Keine sehr tiefen Analysen, aber so scheint es. Und ich weiß nicht, was Leko macht. Ob das eine Meditationspose ist, aber eingeschlafen ist. Oder ob das einfach eine neue Rechentechnik ist. Naja, was soll's. Er spannt sich da voll ein. Also, er versucht jetzt das. Alles, was wir hier gerade gemacht haben, hat er jetzt auch schon gerechnet. Jaja, die Stellung ist kompliziert, ne? Er wird sich auch sagen. Überspiele ihn Caruana schon völlig. Ich habe jetzt zwei Bauern mehr und trotzdem noch nicht einfach. Ja, ja, überhaupt nicht einfach. Das ist nur ein Zug, den Schwarz haben braucht. Das ist ja, darf man auch nicht vergessen, dass die Bauern, die Weißmeer hat, die sind ja am Königslügel. Der König ist einfach offen. Und wenn Schwarz noch König B8 steht, dann sind die Figuren aktiv. Der König ist sicher. König B8 zentralisieren, ne? Das ist auch noch mal richtig. Richtig, ganz, ganz wichtige Ressource gewesen hier, dass wir mit König B8 gefunden haben. Ja, also Lekos Körpersprache sagt jedenfalls nicht. Okay, Rest ist Sache der Technik. Wer versucht das hier auszurechnen, aber die Uhr tickt und scheint nicht simpel zu sein. Vichy hat, glaube ich, alles ausgerechnet, ne? Hat hier Tom D1, Tom D2 gespielt. Ich denke, Vichy ist sich seiner Sache sicher. Ja, und diese Partie reicht ja dann auch für Baden. Gucken wir noch einmal auf die Ergebnisse. So, da sehen wir, Baden-Baden-Deitzesau braucht Baden-Baden-Baden noch einen Punkt für den Sieg und sollte Anand diesen Punkt holen, dann wäre es nicht egal, aber für den Matchausgang nicht entscheidend, wie Caruana gegen Liko ausgeht. Ansonsten in HSK gegen Turm Kiel läuft es auf ein 4 zu 4 hinaus. Das ist der letzte Punkt, den Kiel wahrscheinlich gegen den Abstieg noch brauchte. Mülheim gegen Werder Bremen hängt sehr stark von der Partie. Eduard gegen Berzen ab. Ja, die Steuung sehr, sehr scharf bleibt. Solingen gewinnt gegen Düsseldorf. Die Schachfreunde Berlin. Haben das ein problematischere Brett, wo wir vielleicht dachten, dass sie auch um Remy gekämpft haben, also Remy geschafft mit Moranda, dann steht offensichtlich Rai, Tüsch-Spiric, total auf Verlust. Ja, so würden Schachfreunde Dresden schlagen, ne? Ja, ich weiß nicht, Schachfreunde, aber Dresden ist jetzt auch nicht in, ist schon sehr geschwächt angetreten. Da fehlen ein paar Jungs vorne, ne? Da fehlen ein paar Leute, ja. Das ist natürlich gut gelaufen für Schachfreunde. Hockenheim, da können wir nochmal auf die Brett 1 gehen, da scheint auch irgendwas passiert zu sein. Naja, aber haben wir ja auch verwertet seinen Vorteil, ne? Zeig uns mal die Stellung, Jan. Die Bauern laufen einfach durch. Ja, die laufen durch. Starke Leistung, ja. Wollen wir uns mal angucken, vielleicht den Spielverlauf, wo du meintest, das ist noch gar nicht so leicht, weil der König nach C1 geht. Alles klar. Und dann der C-Bauer weg ist. Lass mich ganz kurz, Ergebnisse fertig machen, damit wir nichts switchen. Gut, 2-2 gewinnt. Augsburg, 3-2 vorne gegen Zugzwang aus München. Sieht so aus, als würde Augsburg sich da durchsetzen. Aber im Prinzip, ja, wenn Baden-Baden gewinnt, haben wir nur Favoriten-Siege ganz oben. Und morgen, ich glaube, der ganz große Kampf Baden-Baden gegen Hockenheim, die auch alles aufgefahren haben, was es aufzufahren gibt, ne? Ganz kurz mal auch die Paarung vielleicht mal ansehen für morgen. Da bin ich, glaube ich, überfordert mit. Wieso? Wie geht das? Ich weiß nicht, wie es geht. Warte mal, nee, geh mal nur einfach rauf auf Hockenheim bis zu Cenkland. Würde dann spielen gegen Karuana. Gut, das ist Karuana auch mit weiß. Ne, muss nicht sein, beide hatten schwarz heute. Auf jeden Fall Karuana, ja, das ist noch ein Unterschied. Vitegov, gut, den kann ich nicht einschätzen. Was war der Gegner? Na, Vajila Graf auch, natürlich Favorit. Steparinov ist stark für Brett drei. Fede sehr gut, Brett drei, vier finde ich sehr stark. Tomaschewski, fünf. Wo ist denn der Schwachstelle da? Das kann doch nicht ein Schwachstelle Pumarieren. Ja, 2,6, 89 am Brett acht, ne? Also so große Schwachstellen gibt es auch nicht. Überhaupt nicht. Baden-Baden hat ein bisschen mehr Elo an den ersten vier Brettern. Aber das ist ein hartes Match, ganz klar. Richtig hartes Match. Und ich glaube, sowas haben wir außerhalb von Baden-Baden auch lange nicht gesehen in der Bundesliga. Es ist eine Mannschaft mit David Howell, 2,6, 89 am Brett acht Antritt, ne? Also das ist schon mächtig. Gut, aber wie gesagt, Baden-Baden natürlich auch Backro an Brett acht, der gleiche Preisklasse ist. Also wird spannend. Hier sehen wir die Baden-Badener-Mannschaft-Vergleich bisher mehr Elo. Weil, ja, es viel mehr Elo halt nicht gibt. Auf dem Markt an den ersten vier Brettern. Aber, im Schnitt vielleicht 30, 40 Elo-Punkte mehr pro Brett. Also kein Selbstgänger. Okay, was wolltest du sehen? Du wolltest die Schenkland-Partie angucken. Ja, das wird mal gucken, wie es dazu gekommen ist. Da so Zug 25 ungefähr. So, da sind wir ein bisschen reingegangen. Sah ja relativ trocken aus. Aber da sieht man jetzt hier, ist auch die Rigny-Stern spielweise. So, Bauer gedeckt. Und diese eine kleine Bauern-Schwäche, den Zug auch noch, ja. Ja, sauber gespielt, der König rüber. Und jetzt widmen wir uns dem C-Bauer. Um was auszuschalten? Um C4 vielleicht mal auszuschalten? Keine Ahnung. Ja, einfach kein Gegenspiel. Gut. Läufer C1. Läufer G5. Und weg ist er. Stark. Sehr stark. Starker Vortrag. Natürlich die Frage hier, ob Schwarzreich sich mit H4 zu früh festgesetzt hat. Richtig. Sonst hätte er hier nach F6 spielen können. Aber die Stellung ist auf jeden Fall hier schon unangenehm. Wer weiß denn, Königsflügel, den Darmflügel so stabilisiert. Ja, Moment, Jarow. Gilt ja eher als Angreifer, aber auch einer der besten Techniker da draußen. Gerade wenn das Endspiel ein bisschen besser ist, ist Moment, Jarow. Absolut unstoppbar. Ist das so, ja? Ja. Werde er ganz locker nach Hause bringen. Na gut. Ja. Wir warten noch auf eine Entscheidung. Auf die letzten Zeit. Gehen wir nochmal rauf. In der Vichy- oder Caruana-Partie. Ja, aber die 5 gekommen und aufgegeben wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Gib mal hier auf. Ja, was haben wir denn noch in den Zug gefunden? Nee, aber wir sind ja auch weich. Aber ich habe auch nichts gesehen. Ja, das ist wirklich eine... Man kann natürlich schlagen und E4 spielen. Aber es ist nicht besonders dankbar, die Stellung. Ja, machst du noch Läufer C4, du brauchst immer noch einen Zug da mit Läufer... Nee, braucht man gar nicht, Läufer F1. Vielleicht... Einfach Läufer G8 zurück. Oder Läufer B3. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es gibt so viele Felder. Selbst C6 ist interessant. Ja. Die Gäufer sind alle gebunden. Es sollte gewonnen sein, aber... Lässt er sich wahrscheinlich noch zeigen. Wobei er auf der B3, B4, A3, A2, Turm T1 sieht nach einem kräftigen Plan aus. Naja, dann wäre das Gewinn. Und wahrscheinlich braucht Barmbaden den Punkt auch. Was ja nach der frühen 2-0-Führung hätte ich nicht gedacht, hätte das so knapp. Na gut, aber ich sehe jetzt auch nicht... Weil Leko zieht natürlich auch nicht, ne? Guckt sich hier die Stellung an. Man darf nicht vergessen, wenn man jetzt, wie Jan schon meinte, jetzt so eine Stellung hat nach dem 40. Zug, wo man denkt, ja, das müsste eigentlich Technik sein. Man muss mich noch ein bisschen anstrengen, das ist klar gewonnen. Und dann immer weiter rechnet und plötzlich diese ganzen Gegenzüge sieht, dann kann das auch ganz schön nerven. Ja, ja. Also... Richtig. Ja. Und das sieht man auch so ein bisschen an Lekos Minenspielen. Er dachte hier, ich muss mich einmal zusammenreißen und das zu Ende rechnen. Und jetzt sitzt er immer noch da, eine halbe Stunde später. Und es ist nicht so leicht, zu Ende zu rechnen. Häufig kommt man dann ja auch in so einen Kreislauf im Kopf, dass man wieder die Variante, die man vor einer halben Stunde schon mal gerechnet hat, anguckt und dann... Normalerweise bringt das nichts, wenn man eine halbe Stunde auf so eine Stellung startet. Wenn es keine leichte Lösung gibt, dann findet man sie auch nicht. Das stimmt. Nach 35 Minuten gucken. Die Frage ist ja zum Beispiel, was kann er denn hier als irgendwie leichten Zug noch machen? Ja, ja, das ist das Problem. Weiß ich nicht. Was haben wir gesagt? Dame G2, hast du Ton C2 vorgeschlagen? Ja, das lag nahe, ne? Ja, ja, sehr nahe. Jetzt vielleicht Dame F3. Was soll das gefangen? Oh, jetzt ist es ein bisschen an Bauern zu schlagen, ne? Ja, man kann auch übertreiben, ja. Ja, weiß ich nicht, was es übertrieben ist. Jetzt ist es schon. Achso, okay. Geht weiter, ne? Die Dame auf F3 deckt viel. Aber trotzdem natürlich nichts, was man sagt. Okay, das ist die Lösung. Tor F2 oder so. Immer noch sehr lästig. Zack, zack. Ja. Jetzt wird die Frage, wie viel Risiko will man geben? Ja, Leco will natürlich kein Risiko gehen, aber es scheint keinen glatten Weg zu geben, ne? Turmtausch. Turmtausch, ja. Dame G2. Aha. Aha. E4. Okay, ja, das ist so aktiv hier. Okay. Glaube ich nicht. Ist das jetzt eine ähnliche Stellung mit Dame E6? Was ist der Unterschied? Ne, 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 das meine ich gar nicht. Konnte man jetzt nach Dame E6 Schacht konkret? Schafft man es da nicht, die Damen zu tauschen? Ja, und jetzt zum Beispiel König C7 wieder, oder was? Weil König B8... Zumindest kann man da die Damen tauschen. Das stimmt. Also König C7 geht wahrscheinlich nicht wegen Turm C1. Also König B8. Ja, das ist vielleicht... Achso, König D8. Nein, weiß ich nicht. Viel Spaß. Also gut, König B8, probieren wir mal. Jetzt Dame, was haben wir gesagt? Dame E8 Schacht. Sieht normal aus. Na gut, aber das war es ja schon. Und dann Turm C1. Ja, so ähnlich war es ja vorhin, ne? Ja, aber es ist wieder rausgelaufen. Ne, das geht nicht. Nein? Also nicht für weiß, oder? Ja, das meine ich. Ich glaube, die Stellung hatten wir ja vorhin. Und den Turm vielleicht nicht nach C1 stellen? Ob das nochmal einen Unterschied ausmacht? Wahrscheinlich nicht. Also nicht Turm C1 Schacht. König steht auf C7. Jetzt das Schacht, genau. Weil jetzt habe ich ja Turm C1 auf jeden Fall. Jetzt muss König C6 kommen, oder? Ne, ist ja egal. Es kommt immer... Aha. König C6 geht noch. Ne, jetzt kannst du auch Dame C3 machen. Glaube ich ja... Auch Dame C7 reicht, ja. Beides reicht. Egal. Okay. Hier geht es nicht vor allem. Ne, ne, genau ist genau. Wer ist denn, wer hier hingekommen? Irgendwie. Achso, hier, Dame E4. K, und dann B2 ging nicht wegen. Ne, erstmal machen wir König C7. Achso, Entschuldigung. Genau, läuft drinnen aus, okay. Ja, ja. So, so, ja. Das war's. Und Lego hat übrigens auch gezogen, Jan. Was hat er gemacht? Dame G4 hat er gespielt? Hat er gespielt. Haben wir das vorgeschlagen gerade? Ich weiß nicht. Könnte Zugumstellung werden, ne? Am guten Tag. Was haben wir denn gesagt? Wir haben gesagt, Dame G2, Turm C2. Und dann haben wir rausgenommen auf D2 und Dame E4 gespielt. Dame G4. Das ist ein riesen Unterschied. Da fällt natürlich ein Blick auf den E-Bauern. Ja, aber er kommt nicht zu Dame E4. Ja, aber zu Dame E6. Achso, wenn jetzt zu Dame G2 kommt, dann gleich Dame E6. Ich schätze mal, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich ein guter Zug. Wieso? Jetzt mache ich noch Dame D5. Achso, Dame D5, aber ich träume auch von mir hin. Ja, was soll das? Dame D5. Ja gut, König G1, Dame D4, König F1. Nach F1. Okay. Aber so spielt das. Ja, muss er. Ja. Vielleicht will er nach G2. Mhm. Gut, da muss er halt noch diesen einen Zug machen. König B8, der muss sowieso kommen. Ich frage mich nur jetzt, in welcher... Was war der Zug, der letzte Zug? Dame... So, vielleicht kein Dingsumis, kein Dame D4 Schach, sondern jetzt König B8. Ja, aber jetzt konsolidiere ich mich ja so halbwegs, oder? Ja, schlagen mit Dame E2. Oder Dame E2, ich weiß nicht. Wieso? Ja, jetzt... Nicht? Ja. Ja gut, Dame, das verstehe ich, ja. Dame, Dame D4 Schach, kommt Dame E3? Nö, vielleicht auch, aber ich wollte einfach ein bisschen... Was machst du auf Dame E3? Kannst nicht nehmen auf B2. Sind die alle so gewonnen, die Tommelspiele? Wahrscheinlich sind sie es, ne? Ja, es ist ein Zug mehr, also es müsste gewonnen sein, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Bis der Turm da rumkommt, das dauert nur eine Weile. Okay. Naja. Aleko, wahrscheinlich eine gute Lösung gefunden hier mit Dame G4. Was ist denn hier passiert? Wischi zaubert oder... Oder wird... Wird bezaubert. Ja. So, Turm F8, B4, E5. Letzte weiße Hoffnung, BA3, E6. A2, E7. Turm E2, E8. Turmschlicht, Turmschlicht. Ich vermute, er wird sich eine Dame holen. So, Läufer D5. Läufer D5. Gewinnt man jetzt den Läufer? Ja, der Läufer reicht ja noch nicht, ne? König H7. Er müsste ja mal irgendwie ein Matnetz bauen. Aber ich weiß nicht, ob man Zeit hat dafür. Läufer G8 und Läufer F7 wäre natürlich das Ideal. Ja gut, hier ist man ja... Also man muss gucken, welche Schachs man geben kann. Aber es geht ja eventuell auch so. Ja, sehr schön. Man kann auch G5, hast du vielleicht... Da mit D1, da mit D1. Ah, ist auch noch nicht... Doch, Läufer G8. Dame H5 Zwischenschach verloren. Also muss man Turm G8 machen. So, und jetzt kann man diesen bauen. Läufer F7. Kommt... Das ist bestimmt irgendwas weg, oder? Dame E2. Und der Läufer hängt auf F1. Äh, F7, Entschuldigung. Nehmen wir mal ein bisschen Vorschlag, ja. Aber selbst Dame G3 wurde gewonnen. Aber Dame G3 ist auch gewonnen. Okay. Also Wischi sollte gewinnen. Ich weiß nicht, ob das hier der glatteste Weg war. Aber... Scheint gut genug zu sein. Ja. Und wie du sagtest, G6 oder G5. Reicht wahrscheinlich auch aus. Aber mir gefällt da mit D1. Ich glaube nicht, D1. G5 geht ja sogar en passant. Also ganz klar ist das nicht. Na gut. Ja, haben wir hier noch viel zu bieten. Na klar, die Partie, die ist natürlich trotzdem noch spannend. Wie sagt die Zeit? Na ja, wir warten noch, bis Wischi gewonnen hat hier. Dann wäre der Kampf entschieden. Ja. Dann machen wir Schluss für heute. Aber solange der Kampf nicht entschieden ist, müssen wir uns das natürlich angucken. Und damit der 1 gespielt von Arnard. Ich glaube, Geometrie ist auch sein Ding hier. Wird ihm schmecken. Was war mit Läufer F7 nochmal? Was haben wir da gesagt? Nix. Aber es droht nix, ne? Damm F3 zum Beispiel. Ja, doch, doch. Ich habe die Idee. Ich mache Turm G8 und Turm F8. Aber ich mache es auch besser schwer als Damm F3. Sekunde. Ich kann nicht mehr rechnen. Das ist mit Sicherheit. Irgendwie ganz simpel aus. Vielleicht aktiv spielen. Also, ich kann nicht nach H3. Er kann nicht nach H1. H1 kann er, könnte er, also momentan sehe ich nicht, warum er nicht da hingehen kann. G1 einziger Zoffer. Warum geht nicht König H1? So. Ah ja, alles klar. Zack, zack. Zack. Ist wichtig, das zu zeigen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Die Variante enden. So, so. Und dann läuft der Bauer durch. Wichtige, wichtige Sache. Okay. Wenn sowas immer geht, dann König G1. Ja, das ist ja irgendwas sammle ich irgendwo ein. Ich weiß nicht wie, aber irgendwas. So, es geht König H2 nicht. König G2 geht auch nicht. König H1 geht auch nicht. Nur König F1. Und jetzt geht Dame H5. Das geht auch nicht weg. Und das war's. Gut. Damen sind stark. Aber immer wieder dieser Läufer auf G8. Der hat so viel stabilisiert in dieser Partie. Was jetzt vielleicht für einen Amateur noch ein bisschen bemerkenswert ist, finde ich. Und der Bauer, der ist bis zum Schluss. Martin, bis zum Schluss wurde der Bauer übrig geblieben. Ist der übrig geblieben. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwas? Macht mal ein paar Züge, Leute. Aber das dauert jetzt hier. Geh mal bitte noch auf andere Kämpfe kurz. Dass ich mal ganz kurz gucke, wie es bei Schaffwinde steht. Jonas Glampert hat verloren gegen Johnny Hector. Naja, stand ja früh schon schlecht. Das haben wir erwartet. Können wir hier nochmal den Ergebnisüberblick anbieten? Wer ich es dann finde? So. HSK Kiel 4-4 sieht dann aus. Baden-Baden sollte 4,5 gewinnen, wäre der normale Ausgang jetzt nach der Stellung. Mülheim gegen Weiler Bremen steht und fällt mit der Partie. Bärzen gegen Eduard. Ein echter Big-Pointer für wen auch immer. Naja, machen wir noch, weil der Blübaum wird jetzt ein bisschen brauchen, um aufzugeben. Machen wir, wie gesagt, nochmal eine kleine Vorschau für morgen. Also morgen der absolute Spitzenkampf. Also nicht nur von der Platzierung, sondern tatsächlich nominell. Ich glaube, es war noch nie so knapp der Gegnerdurchschnitt des Gegners von Baden-Baden. Also absolut riesig. Da haben wir nochmal aufgerüstet. Letztes Jahr haben wir hier auch gegen Hockenheim gespielt. Da waren noch Gustavsson gegen Arik Braun war Brett 8. Jetzt haben wir hier David Howell. Knappe 2,7. Okay. Gut, also da fallen die Prognosen schwer. Es wird für uns natürlich auch schön, da haben wir genug Partien zu sehen, die wir gut kommentieren können. Wenn wir uns auch ein bisschen konzentrieren, Abschiedskampf. Schachfreunde Big Points gelandet. Vielleicht Tom Kiel heute auch. Und letzten Endes dreht sich dann doch morgen alles um diesen einen Spitzenkampf. Vichy, zeig mal, ob der Gegner schon aufgegeben hat. Dann hat auch Dame-C2 gemacht übrigens, nur mal so. Ah, Dame-C2 steht auf dem Brett. Dann Dame-C5 wird die Partie wahrscheinlich zu Ende bringen, würde ich vermuten. Also ich finde auch ein starker Vortrag jetzt von Vichy. Wie soll er sonst gewinnen gegen so einen Spieler gegeneinander? Da muss man lange kneten. Quatsch. Gegen Blühbaum. Und ja, Dame-C5 war Tempo überlastet. Und ja gut, der hat jetzt auch nochmal zur Seite Leko Caruana gesehen, gehört. Den Jubelschrei im Team von Baden-Baden, weil sie so überraschend jetzt wieder Chancen haben, den Kampf zu gewinnen. Und ja, Vichy gewinnt, das ist der viereinhalbte Punkt für Baden-Baden in einem Hart-um-Kämpfen-Match gegen Deizisau. Das heißt, selbst wenn Caruana verliert am Brett 1, er steigt mit zwei Bauen weniger gegen Leko, gewinnt Baden-Baden den Spitzenkampf und kann sich jetzt vorbereiten auf den morgigen, noch spitzenderen Spitzenkampf. Baden-Baden gegen Hockenheim. Ansonsten. Ansonsten viel Spaß. Ja, keine große Überraschung. Wir sind fertig für heute. Vielen Dank fürs Zugucken auch hier. Vielen Dank für die Leute, die den weiten Weg nach Berlin gemacht haben. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Alles klar. Tschüss. So.